Kabelmanagement und so. Aber die Innereien dann eben austauschen, ja. Ich kann meine wahrscheinlich nicht upgraden, wegen dem Airflow. Ich habe ein Risen drin, so ein 3-9er. Ja, die springen nicht so geil auf Hitze an. Und die neue Karte soll etwas wärmer werden als sonst. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das sich gut verträgt. Aber ich finde den Leistungssprung schon enorm. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe sie halt leider nicht dringend gehabt. Aber ich finde meine 2070 eigentlich auch super. Eigentlich auch ganz zufrieden momentan. Ja, ich meine natürlich das, was sie bei der Vorstellung und von dem Ganzen, was sie so als Werte angeben, das ist natürlich erstmal geschönt, um PR-mäßig und Marketing die Verkaufszahlen hochzutreiben. Das sind ja vor allem ihre eigene Karten. Das ist doch zum einen. Die sie gar nicht in der Regel verkaufen. Aber ich sage mal, wenn sie statt den angekündigten 30% Mehrleistung 20% Mehrleistung schaffen, dann und dafür die Hälfte des Preises, dann so be it. Kaufe ich trotzdem. Ja, auf jeden Fall. Also das wird auf jeden Fall einiges mehr Power haben, das denke ich mir. Hoffe ich. Ich mache es dann halt auch abhängig von Wohnungen. Wenn ich dann noch Wohnungen extra ins Büro und sowas einrichte, dann werde ich mir dann auch anständigen Rechner hinstellen. Und natürlich dann auch eine neue Grafikkarte holen. Ich könnte gar nicht auf dem Laptop mehr arbeiten, Alter. Das ist schon manchmal belastend, das stimmt. Fremder Zeiten, also gar nicht mehr. Weil hier ist es halt doch nochmal ein bisschen extremer als bei mir. Gut, ich brauche mittlerweile auch nur noch eine Minute 20 für den Frame oder so. Ist in Ordnung. Früher ging das ja ewig, Alter. CPU-Rendern, Alter. Bleh. Das hört sich schon ein bisschen ekelhaft an, wenn ich ehrlich bin. CPU-Rendern ist sowas für disgusting, das kann ich gar nicht vorstellen. Vor allem wenn du zum Scheiß-Infüll-Prozessor von früher bohr. Du kriegst gerade Gänsehaut an den Strand drinnen. Und der größte Vorteil ist bei Grafikkarten die neue, die neue Funktion, die sie halt momentan dran arbeiten, Optics. Äh. Kommt. Kommt nix dran. Kommt gar nix dran. So ein geiles Feature. Das hat so viel, das hat mir so viel, das kostet so wenig, weniger Zeit als vorher. Kannst halt im Endeffekt statt 128 Samples benutzt er 10. So nach dem Motto, das sieht genau gleich aus. Das ist halt schon ziemlich angenehm. Hey, Funky. auch ein bisschen alleine. Balkan, danke für deinen Raid. Kommst du gleich noch ins Discord. Und moin an alle. Ich muss mir jetzt hier mal eine neue Box machen. Follow-up on 10. Was ist denn hier los? Was sagst du? Was ist denn hier los? Was soll denn los sein? Was ist denn hier los? Ja, ganze Bande, hier kommen viele Leute im Chat. Echt? Ja, schau an, schau an. Hallöchen. Was ist denn los? Einen wunderschönen. Ja, Discord, es ist immer, immer, immer Party hier. Ja, Party hard. Heide. Heide. So, ich muss jetzt den Stream vorher beenden bei mir, weil ja, es gibt Leute, die Hunger haben und ich muss jetzt irgendwie was zu holen. Du musst dir jetzt füttern. Durchfüttern. Bei meinen Eltern abholen. Wo nicht um die Ecke. Also, ich bin gleich wieder hier im Discord. Okay. Ja, also bis gleich. Bis gleich. Jo, bis gleich. So, ich glaube, ich muss hier mal den Eggie reinnehmen. War kein Bestandstest. Fabio ist auch hier. Ja, normal. Naja, jetzt am Anfang, wenn der Stream startet oder sowas, da ist es ja noch sehr überschaubar. Weißt du, dann nehme ich einfach jeder, der da ist. Funky, bulky. Funky. Warte, warte, warte. Morlord. Mit dem Afro. Bei mir warst du übrigens eben als offline die ganze Zeit angezeigt. Was? Wo du dann schon allein warst, ja. Samu auch hier. Das ist aber seltsam. Da haben wir schon bulky. Doch, ich will doch immer, dass du kommst. Das klang jetzt alter. Das klang so, wie es klangen sollte. Scheiße. Na, scheiße. Scheiße. Überfuhr. Ja, warte mal, jetzt, wenn hier Lukas oder da ist, also auf dem Hinweg nach Düsseldorf. Also, wenn wir zurück aus London kommen. Ja. Fährst du mich auch wieder nach Düsseldorf, dass ich da den Zug nehmen kann? Oder wie komme ich von dir? Ja, kann ich machen. Ja, ist das nicht weit? Das ist nicht weit? Okay. Weil, wenn du, weiß ich nicht, würde ich ja dann auch die im Kamer noch besuchen in Düsseldorf und ein Luki. Ich weiß nicht, wie groß ist eure Wohnung, Luki? Ah, geht so. Ist da eine Couch? Kann man da einen Tag nächtigen? Ah, ich nehme schon an das über eine Rechte. Da wird die Couch gesurrt. Naja. Das war nicht so bequem, ne? Also, ist nicht wirklich, äh... Wir trinken hier uns bequem. Okay. Scheiße. Blani ist jetzt auch im Trinker-Game übrigens angekommen. Mhm. Ah, ich trinke ja nicht. If you like Pina Colada, get caught in the rain. Ja, ich muss ja aufhören mit Gras. Wieso? Wieso? Das haben wir doch schon mal erzählt, oder? Ich wurde doch hier kontrolliert und dann musst du mit dem Hintest und sagen, so scheiße. Ja, aber ich meine, das war mir eh zu viel, weißt du? Und deswegen habe ich halt gesagt, so, okay, mit Führerschein und Fahnen und sowas, da hören wir halt lieber auf damit. Oh. Ja. Lass die Finger davon. Hm, ich meine, jetzt war halt auch immer wegen dieser Umzieherei und Corona-bedingt und sowas, eigentlich hat sich ja Freiburg gemeldet wegen MPU und so, ne? Und? Och, nicht nur, dass ich, also ich musste meinen Führerschein haben, sondern nur, wenn ich bei der MPU nicht mitwirke. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich wohne ja nicht mehr in Freiburg und im Moment sind wir ja nicht mehr zuständig. Dann leiten wir das jetzt an Lörrach weiter. Und, ähm, dann war ich aber hier auch nicht angemeldet von meinem Vater, weißt du? Und da hat sich Lörrach auch nicht gemeldet. Ich ging jetzt gleich wieder nach Freiburg und dann, äh, ich habe keine Ahnung, was da jetzt los ist. Deswegen warte ich da jetzt mal noch, weißt du? Mit demnächst den Nuss von so einem Tütchen. Ich würde ja auch nicht sagen, weil bei so einer Party oder sowas kann man ja schon mal irgendwie, weißt du, wenn ich weiß, ich muss jetzt so hier nicht fahren und sowas, alles easy, dann kann man ja schon mal mein Tütchen rochen oder so. Aber wenn ich da so ein bisschen in der Luft hänge und nicht weiß, ob sich Lörrach dann jetzt mal irgendwann noch meldet, weißt du? Dass ich jetzt gerade dann mal zufällig doch in roche und dann sagt Lörrach, ja, dann kommen sie mal jetzt vorbei und mache jetzt das mal und dann testen die mich und sowas. Ja, hier. Dann hast du ein Jahr geschafft ohne, weißt du? Ein Jahr? Über ein Jahr schon. Und dann wegen Interaktion. Deswegen, ich warte mal noch, bis das alles, wenn ich hier vielleicht... Warte, lieber. Bei Steffen haben sie eineinhalb Jahre gewartet, bis sie... Ehrlich? Oh mein Gott. Ja, deswegen... Okay, aber Steffen kann sich nicht dran gehalten. Der fährt ab sofort oder zu gut, Boss. Oh, scheiße. Ne, da habe ich halt keinen Bug drauf, weißt du? Auch wenn die MPU mich jetzt hier 1500, 1600 Euro kosten würde, dann auch real. Aber auf den Lappen würde ich nicht verzichten. Das geht nicht. Ich habe eh keinen, also mir wäre es eh wo... Bei dir ist es natürlich egal, ja, das... Okay, nie gemacht. Keine Ahnung. So, wie haben wir denn jetzt hier alles noch? Ich habe noch zwei Plätze frei für einen Bestandscheck. Wir haben ja eigentlich neun Zuschauer, aber... Eggie ist schon drin. So, das trainieren wir heute zu viel. Nur zur Erklärung für Lukas. Ich mache hier immer... Ah, Emma ist auch am Start. Hallo. Ich mache hier so eine Challenge. Jeder meiner Zuschauer bekommt immer ein Pokémon zugewiesen. Ich darf immer nur die Pokémon ins Team nehmen, die gerade im Chat sind. Ich nehme die dann die Pokémon nach meinen Zuschauern um und level die halt auf 100. Kriegen die halt ein bestimmtes Training. Die können sich ihre Moves selber aussuchen und so. Und dann mache ich dann halt irgendwie Ranglistenkämpfe mit denen. Es fühlen sich die Zuschauer halt zugehörig zu meinem Pokémon. Ja, finde ich auch ganz witzig. Also es macht mehr Spaß beim Durchspielen. Ich bin halt jetzt schon durch und jetzt ist es halt eigentlich nur noch Training. Aber es kommt ja auch bald das Add-on. Jetzt im November, oder? Oktober. Ende Oktober. Ende Oktober. Da gibt es halt immer noch ein bisschen Content. Wo ist denn unser Vollipurpa? Ah, hier ist es doch. Hier ist das Ämmchen. Emma Stone. Das wird eh fail, dass er gerade das Besatz Sacknagel werden langsam, weil langsam war man sicher. Bei WoW meinst du? Ja. Der Sarg ist da, dass wir in die Nägel reingehauen. Du siehst ja schon die Zahlen von den Spielern, dass es extrem zurückgegangen ist. Aber ich denke, so komplett wird das nicht weggehen. Nö, komplett wird es nie aufhören, aber es wird auf jeden Fall langsam so sehr zinitig. Das ist halt nicht mehr wie vor zehn Jahren so, ne. Das ist nicht mehr vergleichen. Der Zenit ist langsam erreicht. Ich habe noch keinen Raid auf. Und außerdem ist das Raid auf meinen zweiten Account. Schnell, DMK. Chill. Aber ich sage euch Bescheid, sobald ich den habe. Ich muss noch das Pokémon bekommen. was? Na, Basti ist immer noch hier hart. Asno. Ich meine, Lukas. Äh, was? Basti? Asnodor. Der ist auch immer noch hart am WoW-Spielen. Also Classic halt. Ich habe recht reizt, weil ich das dränke. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich kann das nicht verstehen. Vor zehn Jahren? Nein. Ich weiß nicht, wie lange ist das her, seitdem Classic rauskam? Wann kam Vanilla raus? Ich weiß es nicht mal mehr. Achso. 2005. Das haut hin. Aber ich meine, wann du das letzte Mal WoW gespielt hast, meine ich. Achso. Das war dann, ich meine, das... Nö, das ist so ein paar Monate her, so zwei, drei. Nicht mal, nee, ein Monat. Monat. Ehrlich? In Team Hunter habe ich equipped und dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Genau. Das ist halt auch eher so der PvPler, ne? Was heißt PvPler? Ich spiele schon gern den anderen Content, nur irgendwie reizt der mich nicht halt nicht so wirklich. Ja, ich mache halt auf jeden Fall gern PvP. Ich hätte halt gerne im PvP PvP. Das ist eigentlich das, was ich gerne hätte. Ich würde gerne, wenn ich in der Instanz gehe, auch irgendwie auf eine andere Gruppe stoßen, die gerade die Instanz macht. Und nachdem, das hätte ich halt gerne. Das wäre natürlich witzig, das stimmt. Aber, aber, ja, es ist halt leider nicht so. Wäre eigentlich eine geile Idee, dass du beides zusammen hast. Das ist halt, du um deinen Boss kämpfen musst, sozusagen. Aber ich glaube, da würden die Leute das eher abusen und sich dann zusammensetzen, sagen, ey, komm, wir bekämpfen uns nicht, wir machen das zusammen mit dem Boss oder sowas, ne? Du musst das schon, kannst du ja machen, kannst du ja machen. Aber wie, aber er kriegt dann den Loot, ne? Ja, die Gruppe, die am meisten Damage gemacht hat, kriegt dann den Loot und dann passiert das nicht. Beispiel, ja. Stimmt, du kannst auf jeden Fall auch Mechaniken einführen, die das verhindern. Du kannst das ja auch random machen, das heißt, du weißt ja nicht mal, welchen Gegner du bekommst. Das ist halt so wie in der Arena. Es wird auch schwierig, dann sich abzusprechen. Mhm. Und wenn sie ihren Add-On-Scheiß da rausnehmen würden aus dem Spiel, dann wäre das eh überhaupt kein Problem. Diese ganzen... Add-On ist komplett raus. Ja, ja. Wie freu ich mich, Buben? Weil ich glaube, das ist die größte Influencer, das das Spiel hat am Ende, so ein bisschen. Es ist ja dadurch viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu sehen, die du eigentlich nie sehen würdest. Stimmt. Und du hast halt auch das Problem, dass dadurch, dass die Leute so wie sehen, können sie halt auch viel mehr ausprobieren und viel mehr an dem Shit arbeiten und somit entsteht halt ruckzuck wieder eine Meta, ne? Und wenn du aber nicht weißt, wie alles genau funktioniert, dann kann sich halt auch nicht so schnell eine Meta bilden. Das haben sie ja probiert mit dem Azerite-System, aber es funktioniert auch nicht. Sie haben es ja auch rausgefunden durch die Add-On ist, was du ungefähr brauchst und was am meisten Sinn macht. Über Datamining und den ganzen Shit. Das größte Problem, was ich halt in der MMO sehe, ist halt immer, dass eine Meta entsteht. Und wenn eine Meta da ist, dann ist halt alles irrelevant, weil dann kannst du nur eine Sache machen, alles andere ist pointless. Das stimmt. Alle haben sie die gleiche Skillung so wie die großen Gilden das vorgeben. Richtig. Oder die Icy Wayans und sowas, die Guide-Seiten. Mhm. Ja, es funktioniert halt nicht so super dadurch. Halt viel zu viel Wissen da zu sollen. Das stimmt. Ah, der Lukas, der kennt sich schon richtig aus mit Games. Zähl auch öfters hier im Stream öfters von dir. Ah, okay. Wenn dann Leute irgendwie so sagen, die würden gerne Game Design und sowas machen und sowas. Ach, die Finger davon. Die über Video-Spüle zum Beruf machen. Werde Lobbyist. Wenn ihr Geld verdient Gold-Wert-Lobbyist. Ansonsten. Ja, da könnt ihr auch mal schön ausgehen und das Essen gegen uns. Game Designer wollt ihr nicht werden, wenn ihr reich werden wollt. Wenn denn Programmierer, oder? Ja, selbst die werden ja nicht so geil bezahlt mittlerweile. Nicht mehr? Nee, muss ich Lukas auch beipflichten. Auf jeden Fall, wenn du richtig Kohle machen willst und das nicht als Herzensprojekt angehst, dann Finger weg von der Gaming-Industrie. Ja, ja, Gaming-Industrie, generell. Vor allem lasst dich halt immer mit irgendwelchen Marketing-Fotzen rum, die immer die Kohle aus den Fingern saugen oder so. Da sagen sie, ja, können einen anderen suchen. Dann sagst du, ja, mach. Oder drei Tage später stehen sie wieder bei dir vor der Tür. Sag, ja, wir haben keinen gefunden. Schatz mit den Preis. Sag ich schon so oft, Alex auch. Hey, Vivi, was für Plan das Challenge, sagt er. Na, jeder Zuschauer bekommt ein Pokémon zugewiesen, Vivi. Ich darf immer nur die ins Team nehmen, die gerade im Stream sind. Aber, Vivi, du hast schon Pokémon, oder? Ich bin gerade nicht sicher. Aber wenn du schon so fragst, dann wahrscheinlich doch nicht. Glücksei für Balkan, Moment, kriegst du. Und die drucken habe ich schon, die, okay, danke. Samu klaut sich Glücksei wieder, okay. was ist das so, das ist jetzt das Eingelöste, was du... Das gilt ja so. Also musst du nicht noch mal saufen. Äh, höh, wie, was? Na ja, ich habe Pokémon-Shield. Ne, warte, ich erkläre es dir. Oder, Eggi kann doch bestimmt mal die Welcome Message hier posten, dann steht es alles so genau beschrieben. Ja genau, da hast du den Text, da steht es genau drinne, wie meine Challenge funktioniert. Wir haben halt schon durchgespielt, das ist halt eigentlich eher nur noch Leveln, so, ne. Es ist eigentlich nur auf das Level Challenge. Level Challenge, genau. Äh, Glücksei für Samu. Und wenn du noch kein Pokémon bei mir hast, dann kannst du dir gerne, äh, eins aussuchen, was du halt repräsentieren möchtest. Ah ja, moin, ich bin die ganze Zeit genutelt. Danke für gar nichts. Was? Ah. Sauerstatt. Wenn ich nicht so grumpy wäre, hätte ich es dir zurückgekauft. Emma ist grumpy? Warum? Ne, er gibt es mal Balkan, ja. Ich habe mich schon aufgezogen, gibt es mal Balkan. Gibt es nicht. Ich repräsentiere sonst gerne Milo-Tick. Ich hab das schon vor. Wegen mir, Emma, ich hab dich grumpy gemacht, das war aber nicht meine Absicht. Wie kann ich es wieder gut machen? Frag sowas nie. Sei nicht immer böse. Soll ich es nicht wieder gut machen? Zehn Peitschenhiebe. Das hätte Jesus gemacht. Du hast einmal nur zurückgekauft. Kinski kennen die wenigsten, glaube ich, hier. Lukas auch. Äh, was? Na, Klaus Kinski hat er doch hier... Ah. Hat er irgendwie auf der Bühne irgendwas gesagt. Der Kinski, ja, ja. Großartiger, gell. Du musst dich schon überlachen, ey, über den Kunden. Jesus hätte eine Peitsche, dann hättest du dir an die Fresse gehauen. Das hätte Jesus gemacht. Ja. Das ist sarkastisch. Ist aber so. Ist einfach so. Meine Freunde hat gerade so eine geguckt, wo ich gesagt habe, was ist denn großartig. Oh nein, auch Mensch, Emma, das habe ich... Du bist mir doch... Also, ich wollte das nicht. Weil wir Freunde nicht Dings gemacht haben, oder wie. Hast du dich so gefreut? Wir machen nachher. Wir machen nachher die ganze Nacht zusammen, Emma. Die ganze Nacht? Oh, nice life. Natürlich, online. Von mir wird gesagt, ich rede dir pervers. Ja, äh, hallo, das war doch nicht pervers. Wir spielen die ganze Nacht in WoW. Ja, ja, ja. Also, ist das immer subtil. Das ist immer subtil. Der Chat hat es ja auch so verstanden, ne? Die ganze Nacht in WoW. Wie willst du noch verarschen? Nacht. Ich mach's mir nur selbst. Was? Emma macht es sich jetzt selbst. Jetzt schnauze voll. Easy. Gib mir mein Ei zurück. Gib mir mein... Gib mir mein... Ei zurück. Stop it. Moment. Balkan, du bist noch nicht mal im Team. Man glaubt es kaum. Wo ist er denn hier? Da ist er doch schon. Ähm, aber gut. Vivi braucht eine Milothek. Samu, kannst du mir einen Milothek klar machen? Milothek, jo. Hast du einen Barsch? Natürlich gibt's vorher das hässliche Barsch, ja? Und einen Ewigstein dazu. Warte mal, vielleicht hab ich ja selber noch eins irgendwo rumliegen. Warum gibst du denen nicht direkt eine schönen Schuppe? Jajaja, das hat ja den Sinn. Es soll sich ja nie weiter wickeln. Es soll ja immer das hässliche Barsch war bleiben. Willst du mir ja nicht helfen, meinen Transmog zu farmen? Ich helf dir noch mal bei irgendwas. Was willst du denn für einen Transmog haben, Emma? Ich helf dir immer. Egal was du willst, ich helf dir. Wie los? Das scheiß Wind, wo ist eigentlich das scheiß Wind schon wieder? So, nochmal. Oh mein Gott, das ist das erste Mal. Auch nämlich für Vivi jetzt mal langsam ein Pokémon. Das ist aus den letzten Raids. Aber der Herr ist sich ja zu fein, einen 410er GS zu holen. Das krieg ich mal noch nicht zu kenne. Ich bin doch schon auf 400. 399. Das ist doch, wir müssen wir bloß ein bisschen LF, äh, na, LFR machen. Balkan EP Bonbon und Glicksei. Balkan holt sich ja aber richtig heute. Das war da. Balkan ist sauer. Warum? Das ist nicht alles sauer. Alter, wahrscheinlich, dass ihr Glücksei nicht bekommt. Hat er doch schon. Nein, nein, weil er es sich gekauft hat und ich direkt danach nochmal mir gekauft habe. Ja, und jetzt hat er sich wieder zurückgeholt, oder? Nein, Dings hat sich geholt. Bulky hat es geholt und ich soll es dir geben, ne? Ja, Bulky hat es geholt. Genau, so war es. Okay. Alles richtig. Wenn jetzt mal der Kopf nicht anspült. Hm. Oasis, also. Hm, hm. Gute Game. Wenn mal wieder Spieler da wären. Na, warum die starten die Server neu, oder wie ist das? Ja, die resetten alles. Okay. Die resetten. Es ist halt so, dass halt momentan die ganze Karte von mittlerweile ein oder zwei Clans geclaimed ist. Aha. Und es sind dann halt so 300, 400 Leute, ne? Oder mehr. Wer jetzt für Rio mitmachen möchte, gebe ich jetzt schon mal mein zweites, äh, mein zweites Account-Passwort. Zweite. Jetzt. Ja, und halt so kleinere Clans gibt es halt nicht mehr. Es sind halt noch 550 aktive Spieler mittlerweile. Von 40.000. Nice! So. Ja. Die Leute sind halt Tag für Tag verschwunden. Du konntest halt zusehen. Du wusstest halt ganz genau, wenn du den jetzt railest und, äh, mit dem in deinem Schiff aufknackst und ihm sein ganzes Hab und Gut nimmst, dass der morgen nicht mehr spielen wird. Oh, das ist halt schon hart, ne? War halt auch immer so. So, das ist das Pass- äh, das ist mein, äh, zweiter, äh, Friend-Code für, äh, das Riolo-Raid jetzt gleich. Ich komm gleich rein. Aber das ist ja auch das Risiko, was du als Entwickler mit so einem Full-Loot-Title halt eingehst, ne? Ja, das ist richtig. Also sie haben es auch ein bisschen falsch geregelt. Sie hätten halt, sie hätten den, den PvE-Spielern wenigstens einen Rückzugsort geben können, wo sie sich vielleicht wieder aufbauen können. Weil es ist halt so, wenn du halt einmal gefistet wirst und bist du halt demoralisiert, ne? Und, so, dann kommt halt diese, dieses Angst, diese Angst rein, wenn du jetzt halt wieder anfängst, dass es in den nächsten zwei Minuten halt wieder vorbei sein kann, ne? Weil, ja, weil du hast ja gar nichts mehr dann immer im Endeffekt. Die nehmen dir halt alles, also alle Waffen, dein Walker, kannst du zugucken, wie er von deinem wegbrennt, kloppen deine Kisten auf und dann quatschst du mit denen und dann, ja, dann tragen sie dich durch die Gegend und, Das klingt einfach zu gut. Es ist so großartig, das Spiel. Vor allem, wenn du die Person bist, die die Leute durch die Gegend trägt. Ja, natürlich, du musst, du willst nicht auf dem Opa-Ende sein. Ne. Ja, es ist halt, du kannst dir auch vor, du musst dir ja so vorstellen, du hast halt einen Rappling-Hook, kannst dich damit an jedem Baum langhangeln und, ähm, später bekommst du noch einen Wingsuit dazu, wenn du halt genug, ähm, von den Charts beziehungsweise Tablets hast und dann fängt das Game erst richtig an, weil du kannst dich halt mit dem Rappling-Hook durch die Luft sozusagen schwingen und dann in den Wingsuit rein und vom Wingsuit kannst du dann wieder runter auf den Boden und du kannst dich halt richtig crazy durch die Luft bewegen. Und wenn, am Ende siehst du halt zehn Leute, die durch die Luft fliegen und, ähm, ja, und dann bist du eine Person auf dem Volker und dann siehst du einfach nur die Schwadronen runterkommen und du weißt, okay, jetzt ist es vorbei. See ya! Ja, goodbye, ja, dann weißt du schon, okay, scheiße, das ist jetzt over. Ende. Okay, jetzt gehen die Raids los. Ja, das ist halt auch immer so, 18 Uhr war bei uns halt, ähm, einpacken, sozusagen, dann wurden halt die, die Kriegsbroker rausgeholt, du hast halt Farmbroker und Kriegsbroker sozusagen, und wenn du die vor 18 Uhr nicht weg hattest oder eine halbe Stunde davor, dann war eigentlich, wusstest du schon, das wird alles, alles zerstört sein. Ist alles weg dann. Also wir haben auch einiges verloren, so ist das jetzt nicht, aber, boah, das ist mir immer Spaß gemacht. Was, du hast einen anderen Account? Ja, ich hab zwei, ich mach ja einen, äh, ich hab ja meinen Hauptaccount mit drei bis fünfer Sterne Raids und ich mache meinen zweiter Account eins bis zweier Sterne Raids. Ich hab hier schon zwei Freundschafts-Anfragen. Ach, du hast schon gepostet. Ja, Emma, kannst du vielleicht, äh, den Streaming-Titel ändern in Shiny Riolo Raids? Free Shiny Riolo Raids? Dingens? 3817 817 bin. 1,975. Natürlich fahre ich mit dir deinen Transmorg. Nichts lieber als das. Was du gerne möchtest. Aber das musst du auch machen. Ja. Ich muss nicht wirklich leveln. Ich habe meine 120er. Also ich muss jetzt nicht mehr Item-Level-Farmen für 3-4 Wochen Content. Das reicht mir, wenn ich mir das als LFR angucke oder sowas im Prinzip. Mehr werde ich da eh nicht sehen. Aber 410 sagt sie, brauche ich dafür. Ich meine, wenn du aber die 3-4 Wochen wartest, da kann man ja dann in einer 5er Gruppe da rein gehen, oder? Aber du willst das ja bestimmt nicht als LFR, du willst das doch als Heroic Gear, oder? Ich nehme alles, kommt drauf an. Je nachdem, was besser aussieht, oder? Meistens doch aber immer die mythische Variante, oder? Ah, nicht immer. Manchmal sind es aber doch irgendwelche Farben. Ich meine, so groß unterschiedlich sind die jetzt ja auch nicht mehr. Ist ja im Grunde... So, dann würde ich jetzt den ersten Rade starten, das geht mir nicht jetzt los. Nein. Mhm. Ist offen. Ich bin berät. Ich habe das Viech. Äh, Dark, oder was? Ja. Was für ein Viech? Was mehr läuft denn? Von dem einen fehlen mir nur zwei Teile. Na, das ist doch easy. Die kriegen wir doch ruckzuck, oder nicht? Aber das Passwort ist das gleiche? Ja, das Passwort ist das gleiche. Okay. Das ist nur noch ein Ewigstein. Komm, was nehmen wir da? Wir hatten hier Psycho-Attacken. Wir gehen jetzt Psycho-Attacken. Feuer ist auch so richtig. Na, umso besser. Kannst du mal DMK fragen, wie schnell Flampy wir sind. Wie sieht es denn mit Milotic aus, für Vivi? Ja, ich hab das doch. Hast du schon fertig? Ja, ich sag doch schon die ganze Zeit, dass ich das fertig habe. Aber Odor ist ja nicht so. Oh, hab ich nicht gehört. Vivi denn noch am Start? Ist egal, krass. Dann starten wir jetzt schon mal den ersten Raid einfach noch. Ich vermisse den geschleckten Plani. Muss ich meine Mütze absetzen, ja? Ja, ja. Mach mal ein Vote. Komm, mach und vote in Chat. Zeig uns den Seitenschalter. Komm. Hallo. Cool! Falko! Oh, herrlich. Herzlich willkommen! Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Scheiße! Hier ist ja alles... Was passiert denn hier? Kommt hier alles? Kleine... Kleine Klarnamen. Bitte keine Klarnamen? Alles gut. Na ja, keine Klarnamen ist dein richtiger Name. So, ist das besser, ja? Gefällt euch das? Willst du das? Du Sexy Boy! Den! Na ja, nur für euch. Adi, back in the house. Adi! Lani! Back in the house. Musst aufpassen, dass hier nicht die Frauen im Chat auf dich heißen werden, ne? Meinst du? Na ja, meinst du. Ich pass auf. Gut. Dann mach ich jetzt den, äh, nächsten Rate auf. Den nächsten schon? Boah, wat? Ja! Eine Attacke und weg ist er, DMK? Ja. Limmel. Limmel? Wie ist denn jetzt eigentlich mit Cyberpunk? Wann kommt denn der Mist? Keine Ahnung. Kommt los, ne Spiels. In- und Singleplayer-Game. Mitte November? Ist der aktuelle Stand? Nächster Rate ist schon mal auf. Mitte November? Ei. Und dann geht es los mit Streamen, Sören, oder wat? Ja. Also ich werd so zocken und dann halt nebenbei streamen oder... und, äh, halt ein R-Rekord laufen lassen. Na, klar. Ist das schon das MMO von Amazon ausprobiert? Äh, New World oder wie das heißt? Das wird nie rauskommen. Das wird nie rauskommen. Na, nee, tauschen. Ach, das ist noch ja nicht raus. Das wird nie rauskommen. Das wird gecancelt, sagst du jetzt schon. Hm. Hm. Scheiße da. Das sieht aber auch nicht so schlecht aus, fand ich, ne? Ja. Also unser Clan, mit dem wir hier Last Oasis gezockt hat, der hat am Ende fast nicht die ganze Karte gehört. Pirates. Das ist also so viel zu dem Thema Balance. Hm. Hm. Wir tauschen jetzt. Ja. 4x6, 4x9. Ja. So eine Rotz-Game. Ah, ich glaub Vivi ist schon ja nicht mehr hier. Ich mein, ich benenn's ihm mal um. Ne, ich warte auf Clan 8 und hier Crimson Desert. Warte ich eigentlich. Ich hab mir das mal angeschaut, in dem Stream direkt gekotzt. Die Beta von diesem Amazon, äh von New World. Alter. Krotz. Du merkst halt, die Entwickler, die an dem Spiel arbeiten, die haben keinen Plan von MMOs. Aber nicht, 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 nicht ansatzweise. Na, Menk hat mich halt gefragt, ob ich das mit ihm zusammen zocke. Ich wollt das auf... Okay. Mal gucken. Ja, aber zur zweiten MMO... MMO! Wie findest du das Shiny Barschwa-Plan? Ich find's superschön. Superschön. Vielen, vielen Dank, Samu. Superschön. Super. Es hat sogar einen Ewigstein. So ganz doll. Damit's auf ewig in dem Barschwa bleibt. Ja. Das gibt's ja ja nicht. Das gibt's ja ja nicht. Doch, Rechheit ist das. Ich glaub, wir müssen dann auch, ähm, ich benenn das jetzt noch um, dass Barschwa, und dann machen wir einen neuen Bestand. Eine Freshheit ist das. So eine richtige Eco-Freshheit. Eine Freshheit. Eco-Freezy. Ich kenn sogar noch einen Text von dem auswählen. Wie, du kommst nicht rein. Einer... Wenn's nur einer wäre, wäre mein Hirn mit weniger Müll voll. Ich hab grad voll Lust, das einfach so rauszuhauen, aber... Nee, nee, lass mal. Ich kann nicht rappen. Du musst die Switch mal dem Straube geben, der kommt bestimmt rein bei deiner... Bones, Vivi. Emma, lösch dich jetzt. Die Emma kommt nicht bei mir rein. Ich bin ja mal gespannt, was, ähm, was jetzt, äh, das Turnier am Samstag macht. Weil viele... Viele, die jetzt letzten Samstag angemeldet waren, vielleicht haben die ja jetzt keine Zeit, die sind jetzt natürlich schon angemeldet. Nicht so gut, ne? Wollen wir mal gucken. Naja... Kann man nichts machen, ist dann eben halt so. Ja, das Problem ist, manche von uns müssen jetzt neue Teams machen, weil wir einfach unsere Teams rausgehauen haben. Die rausgehauen? Jaja, als wir mit Schnitzel in den Dings waren, haben wir einfach gegenseitig unsere Teams rausgehauen. Was heißt denn rausgehauen? Verlost, oder was? Einfach... Nein, nein, einfach gesagt. Ach so, ach so. Na, das ist doch nicht so schlimm. Das kann sich wahrscheinlich eh keiner mehr merken. Ja... Komm, ich werfe jetzt mal einen einzigen Safari-Ball auf dieses Drecksviech und wenn das jetzt nicht drin bleibt... Dann einfach löschen. Äh, Bestandscheck? Win! Du kommst hier direkt richtig zum Bestandscheck. Und ist offen. Plani, kannst du dem, äh wie hieß das, dem Porygon-Set seinen Wahlschalt wieder droppen? Ja! Aber jetzt zum Leveln ist ja nicht wichtig, also wenn wir irgendwo jetzt Competitive sind, kommt das auf jeden Fall drauf. Funky, Funky... Und das ist sogar im Safari-Wall gegeben, das Lokal. Das ist halt Lucario. Wie... Oder wie... Win... Ah, einmal ist drin. Ach, das ist gut. Was mit Balkan? Der ist noch da. Der soll dann eins schreiben. Wo ich dir halt auch noch nicht geschrieben. Ach so. Ich hab voll viele Ryu müssen, mittlerweile. DMK, du hast mich mit diesen Viechern bombardiert. Ein Platz ist noch. Mit welchen Viechern? Mit diesen Ryu-Lusten. Ja, und? Schon zu viele. Ja. Balkanitsplay 1. Ja, der sitzt grad neben dir. Was, der sitzt neben dir? Da. Ja, ja. Nein, Alter, der ist jetzt mal grad ein paar Kilometer her, oder was? Dr. Klostein. Was, Klostein? Mit mich feipeln, oder was? Nee, ich hab hier ne Followern, das heißt Dr. Klostein. Level 1. Was? Nein, ich mach schon mal für die Emma im Raid. Geht ja schnell. Du könnt ja mit... Du könnt ja mit... Du könnt das ja mit den Saschen auf einen Schlag raushauen. Nee, du, das mach ich immer. Nee, die ist schneller jetzt als ich. Ja, aber ich hab doch einen Wahlschal eh drauf. Egal, Saschen oder Samazenta sind eh schneller. Balkan war heute das erste Mal Kabine 7. So eine Sauerei. Der maximale Initwert wäre über 400. Bei denen. Ja. Balkan hatte Stau. Und Deoxys hat nicht mal... Ich hab Initiative Deoxys auch. Familie Winnek musste drei Stunden putzen, nachdem Balkan weg war. Das ist schon heavy. Ja. Stramme Leistung. Aber Winnek kann sich doch nicht mehr richtig bücken. Schämen. Also ganz ehrlich, mein Kabador... Kann auch nichts machen. Wird immer von diesem scheiß Projekt getötet. Lukas, hast du mal überlegt, äh... Dein 3D-Modeling zu streamen? Ach, das darfst du halt nicht wegen dem Kunden, ne? Nee, du... Zum Leben verklagt wahrscheinlich. Zum Lebensende, ja. Eigene Projekte... Geht mir hinaus, hab ich auch kein Bock drauf. Ich hab auch... Das würd ich schon machen, aber... Wenn denn... Ich Freizeit hab, dann streame ich nicht, sondern mach halt was für mich, ne? Das sind auch die... In Richtung Geheimhaltungsvereinbarung die Hosen ganz schnell unten. Ja, oder Konto auf den Host. Ist aber halt mega interessant, denk ich. Wollen viele sehen. Ich hab noch mal... Ich hab noch mal... Ich hab noch mal in meinen Freundescode reingeschrieben, falls sie noch mal reinjoinen möchten für den Riolu Raid. Iggy, noch eine Eins, okay. Funky ist Erdbeben... Ist das was? Ist das was? Lehmbrühe, Nassschweif... Brauchen wir doch nicht beides, oder? Mach nochmal hier, äh... Lehmbrühe weg. Mein jeweiliger Art Director ist jetzt Streamer. Ja, die Lehmbrühe. Der, äh... John Silver. Die spezielle Attacke gebraucht hat. Dick, könnt ihr euch angucken, wenn ihr auf sowas steht. Aber der macht nur zu 2D-Scheiß. Für groß, keine spezielle Attacke. Ah, okay. Du kann... Emma, du kannst auch das bei beiden machen. Also bei beiden FCs. Weil ich kann... Kann ja mal sein, dass 1 und 2 Sterne Raids zusammenkommen... Auf einmal kommen. In einer Woche. Funky sagt nur genau, ich nehm das mal als Ja. Machen wir hier Lehmbrühe weg, ne? Ihr beide seid süß, ihr kommt mit nach London. Wer denn, Straubi und Emma? Na, auf jeden Fall. Aber wir haben nur noch einen Platz. Wir haben gar keinen Platz mehr. Wieso, wir sind noch zu dritt? Hä? Wieso, wir sind noch zu dritt? Ja, jetzt kommt nur hoch auf den Gepäckträger. Hast schon. Er holt sich noch so einen Gepäckträger. Wir sperren die einfach für die 4-5 Tage dann in ein Zimmer ein. Und wir haben dann unseren Spaß. Genau. Raid ist offen. Raid ist offen, Leute. Habt ihr das mitgekriegt? Ne, ne, brauche ich nicht. Ich switche den Bot später einfach wieder. Dann ist der Main-Account drin. Ah. Läuft über mehrere Bots. Okay. Emma ist nämlich Klug. Okay. Ja, Klug gehandelt. Hi. Juna. Hallo. Hallo. Wurde ihr das gar nicht erzählt, Lani? Was denn? Ähm, London kriegt wahrscheinlich wieder einen Lockdown. Und wenn das ist, dann kann keiner nach London fliegen. Dann war's das. Also, ich hab das heute eigentlich bei Bayern erzählt. Ähm, meine Freundin und ich, ich hab das heute auch überprüft. Es steht wirklich. Also, sie stehen da wieder kurz davor. Also, freut euch nicht zu früh. Ich gönne es euch. Aber freut euch nicht zu früh. Ich gönne es euch. Dieses, ich gönne es euch. Ja, wieso? Ich will gar nicht nach London. Ich mach das anders. Ich warte, bis eins in Berlin steht oder so. Irgendwann kommt da auch eins hin. Was wollten wir machen in London? Ah, sie wollen dazu einen neuen Pokémon-Center haben. Ja, ja. Wollt ihr mich verarschen? Mit dem Auto? Naja, nicht wegen dem Pokémon-Center. Also, ich dachte schon. Quatsch. Einfach ein verlängertes Wochenende. Wie gesagt, das hat sich wahrscheinlich eh erledigt. Weil, wenn London jetzt einen Lockdown kriegt, dann war's das. Dann kann da eh keiner hinfliegen. Dann macht auch das Pokémon-Center nicht aus. Nein. Ich scheiß mal drauf, dass die da nicht hinfliegen können. Stell' mal vor, das passiert während die da sind. Boah. Dann kommt die Angst zurück. Ich hab heute mit Balkan gesprochen. Ich sag das auch dir, Plani. Sag das bitte ab. Weil ich hab keinen Bock, dass ihr alle irgendwie Corona kriegt. Weil Corona, man kann nicht sagen, dass das wirklich jeder überleben kann. Man kann aber auch nicht sagen, dass man daran stirbt. Ist ja logisch. Aber Corona-Zeugs, das verbreitet eh schon Panik genug. Und es gibt ja auch Todesfälle. Ähm. Ist doch eure Sache. Ich würd's nicht machen. Also ich würd darauf verzichten. Muss eigentlich nicht aufpassen. Warum besitzt da Plani im Krankenhaus mit seinem gebrochenen Englisch? Ähm. Ähm. Äh gut, ich würd mich darüber nicht loslassen. Also gib mir Water! Ne, Emma sagt auch schon, dass äh... Die sagt mir, gib mir Water! Muss ja nicht so im Stream beredet werden. So ein Corona-Zeug hier. Ich wollt's nur gesagt haben, Plani. Sag nachher nicht, ich hab euch nicht gewarnt. Aber bitte. Dann schreibt das bitte das nächste Mal, weil das ist nicht erlaubt auf Twitch. Und Plani ist direkt grad am Stream. Wie, das? Was? Natürlich ist das erlaubt. Warum ist es nicht erlaubt auf Twitch? Die ganze Welt weiß das doch. Ja, du darfst aber keine Angst verbreiten und so Sachen. Da gibt's... Ach so. Nein! Ja, aber das sind so... Das sind so vage Richtlinien. Wenn du dich da nach allem übelst, also dann darfst du ja nicht mehr sagen. Das stimmt doch gar nicht. Es darf halt nicht übertrieben werden in irgendeiner Art und Weise. Naja, macht's ja aber auch nicht. Das war ja nicht übertrieben ne Vorsicht. Das war einfach bloß... Also... Richtig. Weil ich mitbekommen hab, Plani möchte nach London fliegen. Ja, natürlich, ja. Und ich habe das in den Nachrichten gelesen. Ich wollte Plani nur davor bewahren, dass er das gleich verschieben sollte, okay? Mehr hab ich nicht gesagt. Ich mache mir auch Sorgen um gewisse Menschen, die ich mag und ne? Das ist ja wohl erlaubt. Plani, ich mag dich. Ich möchte dich einfach davon schützen, dich bewahren. Das lieb. Was du machst, ist natürlich deine Sache. Ist logisch. Ich möchte auch keine Angst machen. Aber... Das kann ich doch hier genauso bekommen. Das ist doch nicht nur, dass ich jetzt da hinfahre und dann... Aber... Dann müsste ich mich ja jetzt da einschließen und überhaupt nicht nach irgendwie draußen gehen oder sowas, weißt du? Ja, nein! Innerhalb Deutschlands ist das auch okay, aber... Naja, aber wenn ich jetzt hier in die Stadt gehe, ist das Risiko genauso groß, als ob ich in London in die Stadt gehe. Ich trage da da eine Maske, hab da genauso den Mindestabstand, so wie ich mich hier auch dran halte. Aber ich schränke doch jetzt nicht mein Leben komplett ein. Aber der... Kommst du denn dann überhaupt dann da wieder raus, wenn da so ein Lockdown ist? Ach, klar. Ja? Ja. Plani schafft alles, Mann. Plani ist halt, Mann. Ich bin auch aus dem Osten und die kommen... Da ist er auch über die Mauer geführt. Ja, über die Mauer. Das ging alles. Ja gut, es sei denn, es ist nicht erlaubt, dann geht's natürlich nicht, ne? Dann ist natürlich was anderes, wenn da irgendwie... Ja, genau. Wenn ich da auch nicht nach Pokémon-Karten... Äh, XL-Pokémon-Kisch-Trolli. Plani, zockst du heute noch WoW irgendwann, oder gar nicht mehr heute? Na doch, aber erst später. Später. Erstmal hier, äh... WoW haben wir die ganze Zeit immer hier, bloß wieder drei Zuschauer. Ja, DMK. Du hast eigentlich auch noch ein bestimmtes Shiny-Wade versprochen, aber weißt du was? Lass, ist egal, brauchst du nicht machen. Fast schon. Ich mach erstmal die restlichen Fertigungen, dann kommst du dran. Ja, genau. Ja, genau. Straubi hatte was in dem Chat gelingt. Wenn ich ein bisschen Deutsch von... Weg, Oli! Hast's bekommen, Straubi! Ey, den Stream hab ich auch am Plani von dir. Ehrlich? Ja. Juna ist im Stream? Ja. Cool. Soll ich mal was schreiben? Hey! Ja klar! Am besten eine Eins. Hello! Nein, er hat doch gar keinen Platz mehr. Gerade nicht, aber jetzt wo ich weiß, dass du da bist, machen wir vielleicht gleich wieder eine Neun. Guck! Egal, wie werfen Windruss. Guck mal, sogar in Englisch geschrieben. Oh! Hello! Und bei mir ist auch gleich ein Shiny-Riolo-Rate. Ich hab grad eine Shiny-Roton-Rate. Ja, ich hasse diese Pokémon, die du nur entwickeln kannst, wenn du Freundschaft brauchen oder wenn die irgendwas da hoch machen, das ist total nervig, das find ich nicht. Dieses Freundschafts-Ding und hast du nicht gesehen, das ist echt tierisch nervig. Das kannst du mit Bären voll klatschen, dann erhöht sich der Freundschafts-Status. Oder du spielst mit ihm kurz 5 Minuten. Nee! Oder du gibst ihm einfach den Freundschaftsband und dann spielst du mit ihm 2 Minuten und dann es auch nicht. Meinst du diese Glocke? Oder gibt's da jetzt irgendwann... Hä? Die Glocke? Nee, es gibt auch eine Glocke oder du klatschst... Genau, Straubi! So sieht, dass die Freundschaft sich auch klatscht. Peitschenhiebe gibt's! Straubi sagt grad, was für Freundschaft, meine Pokémon werden verprügelt. Ah, geil! Genau so läuft das. Die werden von mir verprügelt. Er ruft mich immer nachts um 3 an und sagt, komm mal kurz vorbei. Dann komm ich mal mit deuter Peitschen! Kleine Information für euch. Wenn ihr das Pokémon Riolo entwickeln könnt, äh, oder entwickeln wollt, äh, kann ich euch mal sagen, dass es nur tagsüber geht. Äh, Gani? Ich will dir ein Ei geben! Äh, Gani? Ja, Plani, hast du eine Frage an dich? Tja, was denn? Mach! Hast du das zu verdammt? Was hab ich mitbekommen? Okay! Ähm, meine Freundin, ähm, die hat wohl, äh, mir gesagt, es ist jetzt vorgestern so ein, äh, äh, war wohl ein ganz kurzer, äh, Nintendo Direct, von, ähm, einen ganz neuen Hyrule Warriors, was im Prinzip vor Breath of the Wild, äh, gespielt haben soll, wisst ihr was davon? Ich weiß davon nix. Also, es gibt einen Hyrule Warriors, definitiv. Ja, so ein... Hackenslaying ist das so, wie, äh, dieses... Ja? Ja? Wie heißt das? Also, ne, so... Wie, wie, ihr habt das alle geg... Alter, ich hab das nicht geguckt. Das ist eine Schweinerei. Das ist echt bies. Roni Musha Warlords oder sowas? Heißt das so? Was? Roni? Was? Musha? Roni Musha Warlords? So, so ein Spiel ist das bloß mit Zelda. Da kommt übrigens auch, ähm, also das ist schon in Japan raus, ne Persona 5 in diesem Style. Was, ähm, nicht nur Spin-Off oder sowas ist, sondern die Story von Persona 5 tatsächlich fortsetzt. Spielt ein halbes Jahr später und das ist aber ne RPG. Genau, Straubi. Ist, äh, ich weiß ja nicht wie es heißt. Ist Persona Scramble oder sowas, ne? Aber es ist noch nicht bekannt, ob es einen Western Release gibt. Und auf Japanisch möchte ich es auch nicht spielen. Jetzt würde ich es mir direkt vorstellen. Und ich frage, ob es das dann überhaupt für Switch gibt, wenn glaube ich nur für Playstation... Gibt es für Switch? Ja, Switch und Playstation. Das ist schon klar. Ja, aber Persona selber an sich kommt aber nicht für die Switch, das weiß ich. Ne, aber dieses Scramble ist auf jeden Fall schon released. Das ist ja in Japan schon raus, du kannst es schon kaufen. Ach so? Ja, du kannst einen Japan-Import, kannst du auf Amazon bestellen. Aber... Ach, du hast halt alle Texte auf Japanisch, ne? Wenn du da... Ich hab natürlich keinen Bock drauf. Ähm, lass uns. Plani, fang mal einen Mon. Bitte. Kurz. Ich muss auch einen Ball saufen. Wann geht's nach England? Nächsten Mittwoch. Win! Und du bist dabei, Win. Win ist dabei. In die Britannien. Was? Win wird auch Mittwoch? Mein Tipp ist Plani, ich würde auch... Ich würde auch... Ich würde auch vorsichtig grad bei London. Ja? Ja. Da gibt's so viele Transen. Ne, einfach nur grad wegen den Lockouts. Das ist super praktisch. Ja. Also... Freut euch bitte nachher nicht zu früh und seid dann nachher nicht zu sehr enttäuscht, wenn's echt nicht klappt, weil... London macht ja dann komplett zu. Also es kann keiner, glaub ich, nach London hin und auch nicht wieder weg. Ja doch, aber raus kommst du schon am Ende, wenn du halt... Mhm. Okay. Aber trotzdem nicht grad geil, weil du bist auf jeden Fall 14 Tage danach in Deutschland in der Quarantäne, sitzen, ob du willst oder nicht. Also ich... Ich bleib doch eh 14 Tage da immer zu Hause, ist doch kein Ding für mich. Nee, nicht zu Hause, Plani, nicht zu Hause. Das ist doch eine Kaserne. Meinst du? Ja. Ist doch aber... Ne... Was sind das für Einrichtungen? Du kommst in so eine Einrichtung und bist 14 Tage überwacht. Mhm. So war's am Anfang zumindest. Rechenschutzgesetz hebe das Menschenrecht aus. Menschenrechtsgesetz. Ah. Was ich mir in meinem Leben noch erfüllen werde, ich werde nach Japan fliegen. Mit einer Freundin. Ist mir scheißegal, das steht fest. Ich will nach Japan. Aber erst wenn Corona... Ich hoffe, du bleibst da gelassen. Wer hat das gesagt? Plani? Hm? Was? Bist du zu vorheilig? Bin sagt auch häusliche Quarantäne. Ja. Ja. Kann ich mir sonst nicht vorstellen. Was sind denn das für Institutionen, wo so... Wer zahlt das alles an? Wer zahlt das? Genau. Die Verpflegung da. Ja, wir. Mit unseren Steuern. Wer denn sonst? Boah. Ja, ich habe hier halt voll, also wirklich. So ein Seppstion. Frasen. Frasen. Yeld ab. Die Frage ist ja selbst. Frasen lebt ja schon so von unserem Geld. Naja. Ich habe von euch Ärger bekommen. Wir sollten das lassen. Wir planen das on-stream. Und wenn wir jetzt hier irgendwie Panik ausbreiten, ist das nicht gut. Ja. Ja. Ne, ihr meckert nicht an, wenn ich über sowas rede und selber macht ihr das. Ja. Genau Falco. Jetzt ist mal hier gut. Du machst hier Panik. Panikmache. Panikmache. Einfach direkt melden. Ruf die Mop. Nein, Kuhn, das war jetzt nicht böse gemeint. Vor allem nicht gegen dich. Das war einfach generell jetzt. Doch, voll böse gemeint. Das war jetzt nicht speziell, aber das war schon gegen dich. Nein! Nein! Mani! Wo ist die Mk der Brötchen? Vor allem ich habe hier auch nichts gesagt! Ich hab hier auch nichts gesagt! Das ist echt noch unter den Deckel. Wo ist unser Brötchen mit dem Mk? Wisst du was? Ist gut! Es reicht! Falco hat nur noch ihr Luck für heute. Irgendwann reichte es denn hier eigentlich mit meinem Licht los. Was ist denn da hier diese komische Kern? Wo willst du denn Juna? Ne! Ich mach. Nein, also ich will hier keinen Stress verbreiten, nein. Dieser komische weiße Blöcker gleich von der Cam, der nervt mich aber so richtig. Was? Oh, jetzt passt es wieder. Plani, fang mal einen Mon. Einen Mon soll ich fangen? Du kriegst ein Ei auch von mir. Ich fick hier ein Ei. Doch, da ist eine Überraschung drin. Ein Überraschungsei, ja? Die meckern ja nicht, die Frauen sich... Was? Frauen sich? Hä? Schon schwach, dass du nicht... Schon schwach, dass du nicht deinen Lieblingshund benutzt. Soll ich den mal benutzen, Straubi? Ja, du mal den mal einsetzen. Stehst. Win hat Spaß. Na, das ist doch das Wichtigste. Win ist, wenn die 98 stimmt, ist er genau 5 Jahre jünger als ich. Genau. Er ist 22, der Win-Win. Ich hab noch Nachdenken. Win-Win-Situation. Ja, Win-Win. Cooler Name. Win-Win. Win-Win. Wieso ist das gut, Emma? Was? Ich hab nix gesagt. Also, ich find das ja nicht so gut. Lani, komm tauschen. Ich sag dir schon seit 5 Minuten, dass du ein Mann fangen sollst. Ach, so ein Mann fangen ist doch scheiße. Ich hol dir ein Ei. Du kannst doch auch einfach kurz einmal einen Ball werfen. Ist das so viel verleihen? Das bleibt doch nicht drinne, die 60er hier. Die müssen ja schwächen, die bleiben nicht drinne. So ein Krabbo-Takt, das bleibt gerne drinne. Das hat auch nix dagegen. Wie ich die Pokédexte gefüllt hab. Nein. Ich hab die nicht einmal geschwäst. Ich hab nur Bälle geworfen. Ohne Spaß. Ich hatte Bälle genug. Ist ja grad das Praktische. Von so nem useless Köter will ich nicht trainiert werden. Was, warum bin ich denn lost? Was, was soll das denn? Ihr habt doch hier mitgedacht. Ihr habt doch hier so einen Ball werfen. Ihr habt doch alles. Ich hab mitgedacht an alle. Mit dir gespielt. Lani, lösch dich einfach mal. Ich hab mit dir gespielt alles. Sitz, Sandi, ich bin in Gefahr für die. Gefahr für die Kinder. Gefahr. Gefahr. Ja, jetzt macht ihr aber auch hier schon wieder Panikmacherei. Alarm. Gefahr. Alarm. Alarm. Es wird Gas freigesetzt. Huhn. Bitte verlassen sie das. Äh. Zum Stück. Alarm. Alarm. Moment. Sie stirbt auch grad so wie ich. Ähm. Hast du grad mal so fünf Minütchen, dass man mit dir unter vier Augen sprechen könnte in einem Public 2? Zieh mich mit. Ich bin grad in der Starcraft-Runde. Ich hoffe, ich kann mich ziehen. Ich hoffe, ich kann mich ziehen. Oder du wartest noch zehn Minuten, bis ich mit meiner Runde durch bin, weil bis dahin hab ich eh keine ordentliche Konzentration, glaub ich. Oder vielleicht dauert's noch eine Viertelstunde, aber ich sag dem Bescheid. Alles klar. Bescheid. 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 Plani. Ja. Das Ei bitte direkt ausbrüten. Oh Mann. Das Ei, nein. Direkt ausbrüten. Das Ei, nein. So wie dein Vater Instinkt dir das beigebracht hat. Du Pinguini. Straubi und Emma Pärchen Donut. Ah ja, der hat direkt deine Nachricht gelöscht. Direkt melden einfach. Direkt auf dem schwarzen Tisch. So, das nächste Loating ist schon für diese Woche. Das mag Emma nicht. Wer Emma und Straubi, warum das denn? Ja, was dich liebt, das neckt sich. Ja, aber so wie ich jetzt Plani verstanden hab, Straubi ist ungefähr in Planis Alter. Und Emma ist sogar nochmal jünger. Also, naja, wenn ihr meint. Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist irgendwie von 5 mils Galileo Mystery Team oder für den Rates. Galileo Mystery Team, ey. Manchmal liegen Zufall und Realität sehr nah beieinander. Erzählen wir die Wahrheit oder haben wir ihm etwas vorgewinkelt? Etwas ähnliches ist es in einem kleinen Ort in Ohio in 1934. Nichts nicht passiert. Schnell, vor allem für eine Ex-Faktor hier am Schluss. Vielleicht, äh, äh, ich hab eine sehr gute Idee. Plani, du zockst ja erst später WoW. Ich schiebe mich kurz zur Seite bis zum Spielen. Ich, äh, zock mich eigentlich noch andere WoW? Nee, ne? Glaube ich keine. Na, Emma. Spiel doch mit Emma ein bisschen WoW. Ja, das hat sich auch schon überlegt. Aber das mach ich gleich. Äh, erst muss ich kurz mit Kuhn unter die Augen regen gleich. Dann, genau. Jona. Plani, du musst einfach nur das Ei ausschlüpfen lassen. Sag mal, du hast einen Job. Plani, you had one job and you screwed it. Du sollst keine Eier annehmen, du sollst das Ei ausschlüpfen. Ich brauch mehr zum Tauschen, da muss was in die Box rennen. Aber, dass Emma, wie gesagt, geschrieben hat, ich kann sie da voll und ganz verstehen. Ich aber auch. Ja, da müssen die Leute echt dann sich nicht wundern, dass sie das löscht. Da hat sie schon ihre Gründe für. Genau. Äh, Jonas? Welches Winn? Meinst du mich, ja? Bitte? Ja, wen soll ich denn sonst meinen? Ja, ja, bitte. Nächste Woche kommt das Alapantifrost mit in den Boats rein. Nächste Woche erst. Doch, das ist ja nicht nach zwei, drei Wochen. Ja, ich warte da schon. Ja, gut, aber macht es egal. Okay. Ja, weil, ähm, es gab noch andere Pokémon, die noch davor kamen. Also, wir jetzt mal ernst. Aber nächste Woche wird es kommen. Wie gemein. Also, Winn. Ja, du bist ja nächste Woche, versprochen. Okay. Also, Winn sagt zuerst, es war Kabine 5, jetzt ist es Kabine 7 gewesen und jetzt ist es schon Kabine 8. Scheiß, man, wie oft ändern sich die Nummern schon? Es gab viele Leute, die haben, äh, tatsächlich... Ja, die Kabinen müssen immer mal neu gestrichen und deklariert werden. Sonst machen sich die Typen daheimisch. Mhm. Was für Kabinen? Da gibt's... Was für Kabinen? Da wird dann halt auch mal schnell geduldet. Die den Joke bestimmt schon zehn Abende gehört hat und trotzdem nicht weht, worum es geht. Ach, nee. Ach, die Public-Kanäle, das sind die Kabinen. Genau. Kabinen. Kabinen von, äh... Klassisch. Das ist Winn. Dass er mit Winn zusammenführt. Sag mal, passt du nicht auf? Ich bin nicht immer hier, denn ich bin auch Leute. Es ist Kabine 1 bis 11, sagt Winn gerade. Alle wissen mittlerweile, dass die zusammen ein Erotikgeschäft haben. Was? Ja. Köln-Neustadt. Oh, guten Tag, Juna. Plani, guck dir das Mon an. Guck es dir an, Plani, es ist wunderschön. Also, Plani, Winn und, äh, ihr habt ein Erotikgeschäft. Ja. Sehr schön. Ja. Sexy. Ja. Äußerst. Ein schönes Vernehmer. Plani, ist dir was an diesen Mon aufgefallen? Nee. Das ist Shiny. Ah, es ist Shiny, ja? Du hast dir gerade ein eigenes Shiny geholt. Ja, auch mal. Gucken Sie gerne an. Gucken Sie, dass Sie das gemacht. Was? Kuhn? Ja, ja, ich hab dir ein Ei gegeben, was zu 100% Shiny ist. Ja, halt. Plani, äh, Filme, Spielzeuge, Plani hat schon, Plani hat, äh, schon mit seinen Wurten, äh, das heißt, das Sortiment, den Tag vor meinem Jeistigen Auri gemalt. Und sehr schön, wenn ich das, äh, ergänzen darf. Alles gut, Kuhn. Äh, Plani? Mhm? Mein lieber, lieber Plani, tut leid, dass ich das jetzt sagen muss. Du bist ein sehr, sehr netter, hübscher und süßer Kerl. Ich, ist, ist meine ehrliche Meinung. Ich mein, du hast es ja irgendwo eigentlich nicht mehr gemacht. Plani ist Glück. Wenn du das so... Plani ist Glück. Bruder. Was, jetzt unterbrecht sie doch nicht. Sie schmeichelt mir gerade. Ich unterbrech nicht die Komplimente. Bitte unterbrecht sie nicht. Ja, ja, bitte, bitte, spüren Sie nicht. Nein, nein, das war jetzt Wort, was ich gesagt habe. Plani hat es nicht nötig mit irgendwelchen Spielzeugen. Stören Sie nicht das Honigmusmault mehr. Er kann nicht eine Hübsche Brauch kriegen, ja? Bitte. Der arme Plani, Mann, der braucht eine Hübsche Brauch. Also Plani, wir müssen dir helfen. Wir müssen dir ein Date organisieren. So geht das nicht weiter. Plani ist Glück für mich da. Warte, warte, warte. Wo ist der... Ich verstehe nicht. Er kann doch auch in einer Beziehung sein und ein bisschen mit Spielzeug und so. Ist das... Schließt das eine das andere denn aus? Ich verstehe nicht, wenn wir keine Spielzeuge brauchen. Oh, jetzt geht's ab. Ja, aber wenn ihr ein Erotikgeschäft habt... Was ist denn ein Erotikgeschäft? Also da gibt's... Komm, fängst du. Ja, da gibt's Porno-Kino und Kabinen. Und Heftchen. Kino. 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 Ja, klar. Da wird geflutet. Äh, ja. Ja. Ist okay. So viel das Gute. Also ein Besuch bei Familie Vinex Porno-Paradies ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. Ja, 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 ja. Da kommen Leute von weit her, Alter. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mal einen Ausflug hinmache, einen Tagesausflug. Komm, bitte nicht. Tagesausflug. Was? Was? Was ist das? Ja, mega gern, aber ich denke, dass, äh, das übertrifft gerade meine, meine... Es übertrifft mich gerade alles einfach. Ähm, wisst ihr was? Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß im Stream. Ganz viel Spaß bei eurem Erotikgespräch, ja? Ich dachte immer, Arme ist wie ein Brüder. Ich denke, ich werde jetzt etwas WoW spielen gehen. Ich glaube, das ist das für meinen Kopf. Bitte, bitte. Macht es, Juna. Nein, diese Gespräche sind einfach... alle versteckt. Tut mir leid. Also, zu hoch, zu gut. Zu hoch einfach. Okay, ich bin weg. Boah, geil. Vielleicht bist du nicht die, vielleicht zur ERP. Kannst ja mal in den Kanal 5 gehen. Spät doch, sehr gerne. Ja, ja, Kuhn, wir sprechen einfach an der Meier. Schönen Abend dir. Alles klar. Ich glaube, mir wird das gerade zu viel. Sorry. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. 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 Ciao. Warte, ich bin die Scheiße. Die hat das jetzt echt gekloppt, oder? Ja, scheiße. Scheiße, ich bin Arnie, Mann. Scheiße, ich bin Arnie. Wir haben dich einfach vernichtet. Ey, aber jetzt mal ernst gemeint. Was war das mit den Kanälen, Mann? Wir reden hier. Meinst du, Emma? Sie hat halt Kabin und Kanäle verwechselt. Das kann schon mal passieren. Was passiert dem besten, der ich hört? Ja, manchmal. Ja. Äh, Bestandscheck? Und für die Leute nochmal ein Rate mitmachen wollen. Durch, durchzählen. 47, 18, 12, 83. 815. Du musst übergeben. Oder übernehmen, du musst übernehmen. Übernehmen sollst du nicht übergeben. Funky. Straubi hat noch keine Eins. Freckes Straubi. Es ist aber schon äußerst schade, dass Yuna Young ist, bevor ich mit ihr das Gespräch führen könnte. Das tut mir schon in der Seele weh. Hey, ihr wisst ja nicht, wie es ist, wenn Amy's Herz schwer ist. Bügt doch nicht. Ja, ich weiß, wie das ist. Ich bin hier durch Schweiz. Du bist die Schweiz. Plani, ich hab Plani gerade so verwirrt, Mann. Du mich? Ich versuch zumindest mal, ausnahmsweise die Schweiz zu sincern. Okay. Wolltest du aufgeben? Schon da wieder? Ich hab nur vier Pokémon in 10. Ist ja nur ein Sterner Raid, also sperre dich doch nicht mit Level 18 Reolu. So. Also Vin schreibt Kuhn, ich spreche gern mit mir. Dann komm doch in den Discord. Oder zu Kabine 5. Oder 8. Oder 7. Wie oft sich auch immer noch die Kabinen ändern werden in diesem Jahr. Das Kabine 7 bleibt Kabine 7. Ja. Also an der lässt sich nicht rütteln. Nur in ihr lässt sich rütteln. In ihr? Ah ja, da kennst du mich ja anscheinend gut aus, ne? Not man. Wurde es drin aufgerüttelt. Das waren... Chuchu! Pan für Gentleman auf jeden Fall. Ja. Ah, scheiße. Ah, Kabine 7. Chani, warum machst du die mal sauber? Nee. Das ist ja das Ding. Das ist ja der Clou an Kabine 7. Die wird nicht hereinigt. Wenn das Ordnungsamt kommt. Der Clou. Der steht auch immer ein Schild. Außer Betrieb. Das ist nur für ganz spezielle Kunden. Das ist das Feature. Ja. Das Problem ist, wenn irgendwann mal das Ordnungsamt kommt, steht der Plan nie so alleine und sagt, das war alles Winn. Alles seine Schuld. Ich wollte das immer sauber machen, aber er hat mich daran gehindert. Er hat immer den Laufmachstum. Er hat uns am Rücken. Winnick? Nie gehört. Diesen Namen hab ich noch nie gehört, sagt ein Plani. Winnick? Wer ist Winnick? Sie sind ja verrückt. Sie sind ja verrückt, mich mit so etwas in Verbindung zu bringen. Warte mal, Sie sind ja verrückt. Das war aus irgendeinem Film. Äh, Oldschool Frank the Tank. Ja. Sie sind okay. Aber ganz schön verrückt. Scheiße, Mann. Du hast das voll in die Halsschlagader geräumt. Was? Schalt einem das? Hilf mir, Baby. Was? Was haltet ihr doch von Filmzitaten raten? Wer ist Hüterin? Oh. Nee, nee. Da bin ich bei Musik-Lyrics-Passagen besser als bei Filmzitaten tatsächlich. Das glaube ich dir. Aber ich mache mit. Gerne. Ich kann mich nicht mehr an die Filme erinnern. Für mich steht ja so Spaß im Vordergrund. Also jetzt mal ganz ehrlich. So Filme dauern so eine Stunde. Was soll ich jetzt meinen Discord fixen? Was ist denn mit meinem Discord schon mal da nicht in Ordnung? Das letzte Mal, dass ich einen Film geguckt habe, ist hierfür zehn Jahre her. Naja, immer. Immer auf Sat.1. Was hast du mit einem Film geguckt? Das ist... Okay, ich fange einfach an. Ich mache es so auf Englisch. Whose Chopper ist das? Kannst du in der falschen Community gelandet? Hier kann keiner Englisch. Ich glaube, das brauchst du in Deutschland noch gar nicht. Ich kann so etwas fragen. Er fragt sie. Whose Motorcycle is this? It's a Chopper, baby. Whose Chopper is this? Zets? Who's Zet? Zet's dead, baby. Zet's dead. Das ist jetzt aber schon... Sören, da muss Sören auf jeden Fall drauf kommen. So viel Zitat. Ich habe dir gerade nicht gefolgt. Sorry. No. Fabio kommt nicht drauf. Digga, ich gucke erstens keine Filme auf Englisch. Ja, okay. Ich gucke schon. Du kannst ja das übersetzen, was ich da eben gesagt habe, oder? Ja, aber... Ja, es gibt so viele Filme und ich habe auch schon so viele Filme gesehen. Also vom Inhalt kannst du ja... Ich rate jetzt einfach mal ins Blaue, da ich es nicht will, sage ich jetzt mal Easy Rider? Nee. Ghost Rider. Kein Motorrad-Fillen. Es ist ja auch immer... Jeder guckt doch andere... Der Ritter vom Wuppertal, was will ich da? Guck mal hier wieder. Das Volkdog zersägt das Stern, du, ey. Tatsi, Tatsi, Watsi. Jeder guckt ja unterschiedliche. Naja, also... Okay, vielleicht habe ich noch... Ich habe noch einen anderen kleinen Ausschnitt aus diesem Film. Aus diesem Film? Ein Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Macke. Oh, scheiße, scheiße. Ah, Pulp Fiction, Junge. Ja. Das Zitat davor hat Bruce Willis zu seiner Freundin gesagt, zu Fabian. Als er Zed mit dem Katana zerteilt hat, hat er doch seine Motorcycle geklaut hier. Das ist sein Shopper. Ja, aber dazu muss ich auch sagen, dass die Butch-Geschichte die langweiligste ist aus dem Film, finde ich. Herrlich? Ja, also die hat mich auf jeden Fall nicht so... Also wie man ja gemerkt hat, nicht so gezogen. Aber die macht doch erst die ganze Story rund. Und dadurch verstehst du ja erst den ganzen Zusammenhang der anderen Geschichten. Ja, erzähl mir, was drin ist. Das Beste vom Schwein. Das Beste vom Schwein. Katzi, verdammt, Katzi, doch das Schlappohr. Katzi ist das Schlappohr. Ich habe es mir gemerkt. Hast rein. Katzi, wie geht es dir? Emma hat auch schon Pulp Fiction geschrieben. Ja, ist Pulp Fiction. Sehr gut, Emma. Hast du verstanden. Sehr gut, Emma. Google sagt es dir immer, ne? Mir geht es auch gut. Und wir machen gerade Filmzitaten raten. Zitaten raten. Zitaten raten. Und Sören muss jetzt ein Zitat nennen. Erraten. Weil Sören hat es ja erraten. Erraten. Das Zitaten. Und wer das Zitat errät, der kriegt auch ein M-Bong-Bong. Das ist auch klar. Und Sören hat auch ein Pokémon. Den geben wir auch gleich ein M-Bong-Bong. Uiuiuiui. Heute geht es dir ab. Wo ist denn dein Anker? Zu viel geradet hier. Zu viel geradet? Schleifende Raiders. Raiders on the Storm. Raiders on the Storm. There is a killer on the road. Do we turn off the schleifenden Raiders? Der Corsa ist einfach nur geild. Na los. So. Hau mal raus jetzt hier in Zitate. Ich finde deinen Anker nicht. Alle warten. Hey Luzi. Das geht nicht so voll jetzt aufgleich. Moment mal kurz. Also mir fallen spontan jetzt auch keine ein, ehrlich gesagt. Boah, mir fallen haufenweise ein. Aber warte mal, doch einer fällt mir sogar ein. Soll ich nochmal überlegen, wie ich nochmal richtig... Na dann, wenn euch keiner einfällt, dann machen wir das Bild durcheinander. Oder wie? Moment, 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 Moment. Boah, ich hab'n geil, da kommt aber vielleicht keiner drauf. Okay, okay. Zitat. Ich hab'n. Nicht haargenauer Wortlaut, weil, ja. Aber, Zitat. Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht. The Big Lebowski. Ja, Lebowski. Okay. Ich hab'n jetzt richtig gut... Nein, Boah hat auf den Teppich gepisst. Geiler Film. Oh. Ich schau' raus, ne. Wer den jetzt errät, auf jeden Fall dicke Balls und dicke Hupen. Weil, das ist ein Megafilm. Okay. Mögest du immer Rückenwind haben und stets Sonnenschein im Gesicht. Mögen die Schicksalsstelle immer dich hinauftragen, auf das du mit den Sternen tanzt. Cheers. Kenn' ich auf jeden Fall scheiße. No. Digger, der kennt Blow, Alter. Blow, ja. Das ist ein richtiger Alter. Der kennt Blow. Ja, stimmt. Stimmt. Das ist... Nicht schlecht, du. Nicht schlecht. Der Handwerker-Vater. Stimmt. Ich war... Ich hab'n Kilo und Blow. Ihr nicht? Geiler Film. Live, Alter. Geiler Film. Wo ist denn hier der Anker? Ich find' den nicht. Warum ist der Anker? Wo ist der Anker? Neu ist der neuer Quote, Alter. Wo ist der? Junge. Mach' mal ein Zitat raus. Wie geht denn das? Ja, jetzt sind wir da dran, oder wie? Oh, Quas. Äh, Moment. Darf ich deinen machen? Warum liegt dir immer... Apollo 13. Apollo 13. Apollo 13. Er haut raus hier. Ähm. Äh, fairerweise, weil Emma das eben auch wusste, darf Emma jetzt eins sagen. Ja. Ja, ja. Emma im Chat. Das was wir da brauchen. Äh, die Emma, die... Achso, die muss ich ja den da reinschreiben. Da kann man den rekopieren, geil. Hehehe. Hehehe. Luzi müsste ich auch mal ins Team nehmen. Kurz. Wo haben wir denn das? Luzi. Luzi. Oh, was? Luzi, was warst du für'n Pokémon schon wieder? Emma sagt, wir sollen machen. Okay. Okay, okay. Ähm. Ich kann auch noch einen raus. Hau raus. Ich hätte auch noch einen auf Ecken. Das ist schön. Ich hab ja eins kurzes. Wir kommen auf der Erde. Wie wär's denn mit, ähm... Ähm... Dumm ist der, der Dummes tut. So ist Gump. Der, richtig. Ja, ja, ja. Und, meins? Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Willkommen auf der Erde. Wo ist das her? Äh, Independence Day. Jaaah! Hehehe. Nicht schlecht zu hören. Okay, ich hab auch noch einen Titel. Jung. Lümmel. Ich... Ich hab mich nicht nur mit den Ärmel ziehen. Lass mich nicht rätseln, Luzi. Lass mich nicht rätseln. Schafft noch. Schafft noch. Gut, ne. Den müsste eigentlich jeder stabile Mann hier kennen, ne. Und Emma. Ah. Oh ja, Emma, der Mann. Nein, das hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, und Emma, nicht Emma. Ja, das war Spaß. Okay. The world ain't no sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there, primarily if you let it. You, me or nobody, it's gonna hit as hard as life. But I don't know how hard you hit, but how hard you can get hit and keep moving forward. Rocky, by the way. Ja. Ja. Das ist ein richtig geiler Quote, ey. Ich hab auch noch einen. Richtig sexy. Na denn? China Wild 3, alter. Genau. Es geht immer darum, wie hart du zurückschlägst. Ja, ja. Ich hau immer eine... Ich hau noch eine Schippe drauf. Ich mach ihn... Ich mach ihn ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann. Ich hab ein Zitat. Du sollst ein bisschen tiefer graben. Wir haben es doch, das ist Lucy. Wir müssen tiefer nach Gold graben. Oh, Samu ist bloß kurz raus. Okay, mein Layover ist fast fertig, Plan. Äh, ich hab ein Zitat. Ah ja, hau rein. Ja moin, Wei. Ja moin. Geht es Ihnen gut, Sir? Ich will nicht zu persönlich werden. Aber ein Mann, der in der Mitte Haarlem steht mit einem Schild, der sagt, ich hasse Nigger, hat entweder ernste... Stürb langsam drei. ...persönliche Probleme oder hat alle Tassen im Stein. Stürb langsam drei. Genau, mit Samuel L. Jackson. Richtig. Stürb langsam drei. Okay, ich hab noch ein Filmzitat. Wer diesen Film nicht kennt, schaue über den Haupt. Straße, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straße. Zurück in die Zukunft. Zwei. Ist eins gewesen. Ende von eins, Anfang von zwei. Beides. Hast recht. Na ja. Ich hab auch ein Zitat. Jetzt kommt's. Er zieht trotzdem nur als einer. Was, Adolf Hitler? Ähm, Teil der Ringe. Ja, er weiß es. Digga, du hast doch gerade... Na stimmt, du hast halt Gimli gesagt, ja? Noch ein. Ganz trocken und knackig. Er hat mich angeschleimt. Ghostbusters? Man in Black Island. Ja, scheiße, Ghostbusters. Mhm, hey, toll, tipp. Isst du da schon wieder, Limmel? Ähm, schick'n Käse-Croissant. Lecker. Herrlich. Ähm, Käse selber gemacht, ne? Mhm. Frisch meinen Käse. Eat my cheese. Okay, noch ein Zitat. Wer das nicht kennt, ey, ganz ehrlich, Schand über den Haupt. Hasta la vista, baby. Hm, Terminator? Nein. Doch. Doch. Oh, nein. Das war Rocky Balboa. Der hat's so geklaut. Arnold hat's auf dem Rocky geklaut, ich schwöre. Ja, der hat sich hingestellt und gesagt, wir sagen jetzt das. Hust. Äh, noch eins. Äh, noch eins. Was? Ich tanz den Käse? Ne, das meine ich nicht. Das sagt Katze bloß gerade. Ich tanz den Käse. Ratatoui oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Aber eins von mir. Äh, das Leben findet einen Weg. Limmel. Keine Ahnung, Alter, das ist ja ein schönen... ...generic. Okay, ich hab noch einen. Äh, meinst du noch nicht fertig? Äh, ey, ey, schnell schütteln, ey. Okay. Ach, komm schon. Das ist jetzt nicht so schwer, oder? Was? Sören, jetzt enttäuscht mich nicht. Ne, das Leben findet einen Weg. Ja, Mann, es sagt mir auf jeden Fall was. Oh, ich hab... Ja, oh, krass. Ähm... Ne, ich komm jetzt spontan nicht drauf. Ja, sehr gut. Ja, Mann, richtig, richtig. Ich hab letztens mal da Freunde gesehen. Ich hab noch ein, äh, Zitat. Hör raus. Okay. Ähm... Ähm, ähm, wie ging das nochmal? Das war der Zitat. Also. Ihr, äh, heißt jetzt mit SS. Und ich nenn euch, äh, SS wie Saftsäcke. Also, wenn ich Saftsäcke mein, dann mein ich euch. Das war doch Fullmetal Jacket. Fullmetal Jacket hätte ich so richtig nicht. Hä? Nein. Ähm. Was nochmal? Ihr heißt jetzt mit SS? Hä? SS wie Saftsäcke. Also, wenn ich Saftsäcke sage. Nein. Ist ja auch das Richtige. Ist ein ganz alter Film. Ausbilder. Wusstest nicht, wie heißt der? Ja, das hab ich mir auch gerade so gedacht. Irgendwie Ausbilder, irgendwas. Kommen wir in die Richtung wenigstens jetzt? Oder das wirst du normalerweise... Es hat was mit so einer Art Ausbildung zu tun. Also, ich kenne nur Fullmetal Jacket und diesen Ausbilder, aber ich weiß noch nicht, wie der heißt. Nee, den mein ich nicht. Das hat er so einen Film bestimmt, aber wenn ich mit der Welt bin. Doch, der hat einen dreckige Maten. Sicher? Ich würde sagen... Ja, für das ist der Lümmel. Ihr Train-Maden. Nee, komm ich nicht drauf. Kommt keiner drauf, Dean K. Keiner kommt drauf? Mhm. Es ist Police Academy. Oh, okay. Und Wai hat das nächste... Wai hat schon geschrieben, durchkämmt die Wüste. Durchkämmt die Wüste. Äh, Spaceballs. Ja, Mann. Green Lake. Wann ist das? Du kennst auch Green Lake, Mann. Nee, 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 das ist schon Spaceballs. Und dann kommen sie aber wirklich mit dem Kamen und durchkämmt die Wüste. Ja, 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 ja. Bei wem muss es gekämmt werden? Äh, auf das zwei. So, jetzt deins. Okay. Ja. Warum denn so ernst? Why so serious? Es ist doch, äh... Mark Knight. Alle Batman-Filme, oder was? Mark Knight. Why so serious? I'm so serious. I'm so serious. War doch vom Joker, oder? Vom Joker, ja. Ja, ja, war vom Joker, war vom Joker. War ja Dark Knight. Great is offen. Der Zaubertrick, der am besten. Ja, ja, der Stift-Trick. Oh, herrlich. Verschwinde, Wut. Oh, herrlich, der Trick. Ah, schön. Oh, ja. Möge die Macht mit dir sein. Star Wars. Okay, okay, das ist jetzt... Mal gucken, ob den einer kennt, ey. Sagen sie nichts gegen Masturbation. Es ist Sex mit jemandem, den sie wirklich mag. Oh, keine Ahnung. Plani könnte es kennen, ey. Larry Flint, die nackte Wahrheit. Näh. Ich gebe doch den Tipp von dem Schauspieler, Woody Allen. Den haue ich noch raus. Woody Allen? Ja. Du verwechselst das nicht mit Woody Harrison? Ja, echt. Woody Allen. Ja. Das ist aber ein sehr bekannter Film eigentlich. Der Stadt-I-Neurotiker. Ja, hast du jetzt gegoogelt, ey. Ja, natürlich habe ich das gegoogelt, Digga. Jetzt werden mir das Ding zu... Was, der Stadt-I-Neurotiker? Ja. Ja. Ich hatte eine Erotik. Ich habe es nicht gesehen. Ah, ich dachte halt, das war ein neuer Weg in die Kante. Okay, noch ganz einfach, das müsste eigentlich jeder wissen. Houston, wir haben ein Problem. Das hatten wir doch schon vorhin, Alter. Das hatten wir vorhin schon. Das hatten ja alle mit Apollo 13, Alter. Das ist ein Kackfilm. Hey, ja, toll, Hanks. Harvard, Levelhouse, erster Stock, da auf der Couch. Ich habe noch eins. Nicht bewegen, Harry. Das ganze hier ist ein Weggelutscht. Was? Das dauert mir ein Schien zu lange. Was macht die Dürren-Balamba wieder da? Habt ihr mein Zitat jetzt nicht verstanden, oder? Nee, habe ich nicht. Nicht bewegen, Harry. Harry Potter. Kevin allein zu Hause. Harry Potter. Harry Potter. Die Leute hören Harry und sagen, Harry Potter. Harry Potter. Ich sage, hey. Sagt er das nicht, dieser Ron zu Harry Potter bei irgendeiner Szene nicht bewegen, Harry? Ja, hat er auch. Die müssen doch still sein. Was? Das wäre ja... Das wäre ja... Nee. Das macht man nicht unbeabsichtigt. Ich glaube, ein Zeug, wo die nicht erwischt werden. Oder war das bei den Spinnen im Wald? Das müsste bei dem Spinnen im Wald gewesen sein. Ja, das wäre natürlich ein Easter Egg, ja. Verweis auf Kevin allein zu Hause, weil auch da eine Spinne vorkommt, die auf Marv's Kopf ist und Harry... Nee, auf Harry's Kopf ist und Marv sagt, nicht bewegen, Harry. Und das ist natürlich dann vielleicht, dass sie dann sagen, oh, wir haben hier einen Spinnenwald und Harry ist hier. Dann machen wir genau dieses Zitat darin. Ich denke, das wäre eine Art Easter Egg. Das könnte sein... Nur, dass Ron Harry keinen mit dem Brecheisen übergezogen hat. Ja, das wäre vielleicht too much gewesen. Aber das wäre einfach gewesen. Und dass Ron außerdem nicht rot ist. Ja, Mann. Er macht so einen Nadel an Klingelschiff und die drücken so drauf. Und ich habe das so ein bisschen gefühlt, Alter. Boah, wenn man sich so sticht. Welcher Teil war das? Eins oder zwei? Na, eins. Eins, ne? Ja, ja. Zwei ist ja im Hotel. Zwei ist ja im Haus und zwei ist... Nein, ist ja nicht im Hotel. Er ist in New York. Ja, in New York, in so einem verlassenen Haus. Ist offen. Mach mal Kämmern, Bulky. Haha, ich bin nackt. Ich mache jetzt keine... Ich auch. Ich auch. Naja. Der Limmel, der baumelt da so rum. Du machst gar keine Kämmern. Lügst du? Ich habe gesagt, ich mache auch an. Ja, ich mache jetzt keine Kämmern. Hier sind nur Typen im Channel. Setzt ihr mich oben ohnehin, oder was? Vielleicht donaten die, wenn man niederst. Ich habe noch einen. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Er mene, weil diese eine, wo die Feder fliegen. Das kennst du wieder, ne? Da schreitet er ein. Ja, das war meine Zeit zur Grundschule, ja. Das war schon ganz weit weg, Kimmers. Wie alt war es nochmal, Fabi? Was? Dein Alter. Ah, ich bin 18,5. Warst du 35, oder wie weh? 18,5, Digga, was ist los? 36. Wer war jetzt der Plan, oder Fabi? Was? Mega stark. Ich war nicht der ältesten. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. John ist älter. Ich bin mittlerweile OP geworden, du musst nicht lügen. Ja, die Krone wurde weitergegeben. Kabine 5 wird weitervererbt. Wenn du nachkommst. Ich überlege, ich überlege, was gibt es denn noch für schöne Filmzitate? Sag mal, habt ihr den Dings hier Cobra Kai gesehen? Genau. Oh, super cool. Super geil. Oder? Ja. Ich hab's mir, 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 ich hab's mir halt schon auf Englisch angeguckt. Jetzt auf Netflix ist es ja auf Deutsch. Viel besser. Oh mein Gott, auf Deutsch ist es ja so terrible, aber auf Englisch, oh, das ist so geil. Richtig geile Serie, ich hab auch Karate, auch der Soundtrack ist super von Cobra Kai. Und ich hab, dass auch die Original-Schauspieler mit dabei ist. Ja. Aber wo gibt's denn sowas noch? Nirgends. Nirgends. Wo gibt's denn sowas? Sowas geil. Die sind halt einfach 30 Jahre älter. Karate Kid, herrlich. Hammer, Hammer. Die erste Netflix-Serie, wo ich mir gedacht hab, wow, da hat sich mein Remake beziehungsweise eine Weiterführung gelohnt. Richtig, richtig geil, ja. Und da kommt ja jetzt auch bald die dritte Staffel, ne? Ach, wirklich? Okay. Ja, ich bin komplett gespannt. Seid gespannt. Seid, seid gespannt. Ja, das ist, ähm... Ja, er hat's gecheckt. Danke, Flani. Er spielt mit. Ähm, verdammt. Jared Leto, Drogenfilm. Scheiße, wie heißt er? Ich komm nicht auf den scheiß Namen. Ich hab noch'n geiler. We got a winner. Jaja, das hilft dir jetzt nicht. Okay, er hat also quasi auch nicht gemacht. Nice. Fuck, warum komm ich nicht auf den Namen von dem Film? Jared Leto. Ja, Jared Leto ist ja so'n Drogenopfer. Die nehmen halt derzeit Heroin und sowas, ne? Requiem for a Dream? Requiem for a Dream. So ist es, ja. Das ist richtig. Scheiße, das soll ja das Quizmaster werden, ne? Die Stimme. Hammer. Ich hab' noch ein Filmzitat. Na, dann hau raus. Do it. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ich bin Antonio, äh, ähm, Moment. Ich bin Antonio, äh, Coimbra, der Kolonie. Ja, Stabedo. Nein. Zorro? Zorro würdest du das machen? Nein. Wir werden hier noch spielen. Das war einmal in Mexiko. Nein. Was wird keiner, aber? Äh. Äh. Ja, wahrscheinlich, ja, irgendein Bud Spencer für, kann's schon echt sein. So wie Lucy sagt. Ja, Bud Spencer ist schon mal richtig. Aber er ist ja so Fülle, auch im Besten. Kannst du nochmal den wiederholen? Ich bin Antonio, äh, äh, Moment. Ich bin Antonio, Coimbra, der Kolonie hier. Ja, Stabedo. War das nicht zwei erste Trumpfen auf? Nein. Zwei Fäuste für den Halleluja. Nein, das war's auch nicht. Nein, das ist auch nicht. Zwei aus der Rante Band waren's, glaub ich, auch nicht. Mit Terence Hill, oder? Das ist ja auch vier Fäuste, ne? Mit Terence Hill, ja. Äh. Zwei... Zwei Höllenhunde auf dem... Die Hölle? Nee, und... Die rechts und die linken... Ah, vier Fäuste gegen Rio, war das nicht das? Richtig! Ach, scheiße. Ich war so nah dran. Ich schwöre, du googelst. Was? Nein, ich kenn halt fast alle Filme von Bud Spencer und Terence Hill. Und ich hab jetzt nur durchgeraten, bis ich beim richtigen war. Aber ich hab auch noch einen. Es ist mir jetzt so laut, ich kann nicht richtig kauen. Ich hab ein neues Streaming-Spiel. Den werd ich auch mal bringen, irgendwann werd ich ihn mal einbauen. Klar, Tee. Ich hab ein neues Streaming-Spiel. Ein neues Streaming-Spiel. Höre auf. Schaut, warte, schreib dir das im Disk. Er hat mich gerade Dings inspiriert hier. Äh. DMK. Ja, passiert. In der Zwischenzeit mache ich schon meinen neuen Ride-Off. Ich habe noch eins. Wax on, wax off. Karate-Kiss. Auftragen, polieren. Ja. Fui, da ist die erste, ich. Vier Fäuste gegen ein Argelulia. Ach, mal bestandscheckt das? Was, vier Fäuste, was? Vier Fäuste für ein Argelulia war das. Ja, Mann. Ich weiß, das sind die besten Filme. Das war die alte Dame, wo die im Restaurant gefressen haben. Das war die geilste Szene überhaupt. Da hat sich meine Mutter immer schlapp gelacht bei dieser Szene. Ja, Mann. Bud Spencer ist einfach der Beste, ey. Aber der beste Zitat von meiner Mutter ist immer noch Lucifer, kennst du den? Nie gehört. Der klingt wie ein besoffener Profi aus Schweden. Hey, der Spruch ist wirklich gut. Das ist ordentlich. Der Spruch ist wirklich gut. Haut mal ab. Ja, die Filme wurden gedreht, da hat es dich noch nicht mal Sperr mir gegeben, Falco. Lucie hat auch einen, aber ich weiß nicht, ob ich das schreiben darf. Oh, nein. Ich bin nicht schlapp. Ja, ja, Lucie. Und Lucie schreibt mal eine Eins in den Chat. Eins in den Chat. Macht einen großen Lübbel. Ich hab dir das in den Discord-Ring gehauen. Bleiben wir jetzt. Kleiner Schlingel, du. Da ist die Eins von Lucie. Ist offen. Ist offen, oder wie? Ja, ist wieder offen. Na, vermelden. Ah ja, und Samu. Ist mit Katzi eigentlich? Katzi noch da? Ich tanze, denke ich, jetzt will es mal jemand googeln. Kannst du das nicht? Nee. Das ist von Hilf mir. Ja, genau. Verpasst jemand richtig fleißig beim googeln. Hilf mir. Was? Nein, das ist ein Meme, Mann. Das ist richtig alt schon. Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Apokalypse now. Das sind so Farries, Alter. Oder Hotshots. Sagt mir auf jeden Fall was, Winn. Winn kennt sich doch mit allem, Mann. Im Discord. Ja, ich meine, dass du im Discord schreibst und wir das jetzt hier im Stream sahen, das macht's ja nicht besser. Wie lange machst du heute? Wie lange machst du denn heute, Blani? Oh, Mann. Äh, so bis drei, vier bestimmt. Wieso? Naja. Ja. Ich hab wahrscheinlich auch bald Feierabend. Ah. Vielleicht. Wieso willst du noch was zocken, oder wie? Keine Ahnung. Vielleicht. Ich weiß wahrscheinlich eh nicht genau was, aber keine Ahnung. Was hast du? Kann man ja da gucken, ne? Ich hab halt so ein PC ja nicht so... Hab ich doch... Ich hab's doch gesagt, Winn. Apokalypse now, hab ich gesagt. Denn... Mit, äh... Charly Jeans Vater. Wie heißt er? Ich will nicht. Auch Sheen. Martin Sheen? Ist es Martin? Ja, kann sein. Ich kann das nicht. Apokalypse, blau. Wo ist denn Samu? Das Zitat ist... Das Zitat ist auch geil. Ah, weil ich vorhin ja Macht hab. Du warst Obermeister auf ner Schweinefarm. Nice. Sagt mir nichts. Mir auch nicht. Mir auch nicht. Okay, aber auf jeden Fall eines wäre dieser Filme. Von meinem Schauspieler. Der ist mir leider gestorben. Bud Spencer. Na, jetzt... Ja, jetzt alle Bud Spencer-Filme durch ihn ist ein bisschen hart. Ja, das Krokodil und sein Nilpferd. Weißt du was? Mach Mona einfach nicht kaputt. Tokio Drift. Tokio Drift. Ist das Tokio Drift, ja? Das könnte aber sein. Ich hab die ganzen Fast and Furious-Teile... Den ersten fand ich richtig cool. Den zweiten dachte ich mir schon so. Tokio Drift fand ich gut. Ja? Ja, das ist der einzigste, den ich glaube ich richtig gut fand zur Tokio Drift. Ja, das liegt wahrscheinlich eher gegen Schauspieler und so. Ich fand den Schauspieler ganz cool. Wer war das nochmal, der bleibende da? War der Paul Walker, oder? Aber ich weiß nicht, war der im dritten da dabei? In irgendeinem war der, glaube ich, der nicht der. Ne, das waren so ein jüngerer. Es war nicht der, ähm... Nicht der, wo er im ersten und zweiten mitgemacht hat. Ganz anderer Schauspieler gewesen. Hm, deswegen meine ich. Irgendein Teil war der, der nicht dabei. Ja, mein Problem. Das schaffe doch. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Apollo 2. Ja, das ist, was man driftet. Es gibt da ein paar Sachen, die Edwin ganz gut weiß. Und was Edwin ganz genau weiß, ist, dass es nicht drauf ankommt, wie man neben seiner Karre stehen kann, sondern wie man damit fährt, solltest du dir merken. Na? Schlimmer. Ich war verheiratet zweimal. Nimm mich. Wait ist offen. Kenner, er rät's. Ja, also, erst mal einen Schluck. Preisdrucksdruck. Erst mal was trinken. Das war Fast and the Furious 1. Also, weil er im ersten Rennen mitmacht. Na, schau mal da, Houston. Schau mal da, Houston. Wir haben ein Problem. Also, jetzt rechts. Jetzt ist er raus, Frau Falco. Wer die Tat noch eh mal bringt, der wird rausgeschmissen. Raus. Raus mit die Viecher. Raus mit die Viecher. Raus mit der Viecher. Raus mit der Viecher. Raus mit der Viecher. Schulz. Hm, Affen hören auf Eis. Kleiner? Ein paar. Sind die zu kurz? Hab ich wahrscheinlich nicht gesehen, den Film. Doch, hast du 100% gesehen. Hab ich gesehen? Hab ich wahrscheinlich, wenn ich hier vergesse. Ja, okay. Klassiker. Äh, ich bin zu alt für so eine Scheiße ist... Lethal Weapon. Lethal Weapon. Auf jede. Ja. Und Affen hören auf Eis ist Indiana Jones 2. Oh, ich bin kein Indiana Jones Fan. Nee? Nee. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, Indiana Jones war überhaupt nie mein Ding. Und es war auch ein Zitat. Ich war verheiratet. Zweimal. Da komm ich auch nicht drauf. Ich auch nicht. Lös auf, Wei. Lös auf. I have to high ground. Aha. Episode 3. Episode 3? Mhm. Ja. Du brauchst immer den high ground. Ja, du musst immer einen high ground haben. Weil der, der nicht einen high ground hat, sieht danach aus wie ein Brikett. Ja, Lava is a bitch. Lava is a bitch. Echt? Ich war verheiratet zweimal. Wow, Hotshots. Zwei. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Kann ich bestätigen. Den Film hab ich schon so oft gesehen. Ich hab einen vorhin. Ich schreib in meinem Chat. Hahaha. Hahaha. Ich glaube, alles, was einen nicht tötet, macht einen komischer. Ist auch Dark Knight. Ja. Ich schreib in meinem Chat. Trinken. Komischer. Dark Knight hat den geil, der Joker. Ja. 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 du hast einen brief von abraham lincoln der präsident von amerika ja habe ich auch ein bisschen aktuellerer film aber auch nicht so aktuell schon fünf jahre alt bestimmt so ein so eine bürgermeister so ein bürgermeister na hatten wir schon pulp fiction win und mein zitat war eben das hateful eight ich habe noch eins bis gleich bis gleich manchmal würde ich dir gerne deine perfekten zähne ausschlagen das kommt mir auch bekannt vor ähm fight club nein american psycho nein christian bade hat man schon hat man schon die 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 Keine Arme, keine Schokolade. Balkan, ich glaube, du musst es auflösen. Äh, Käptner, Kassel, Warp. Ja. Okay. Es hat Tony Stark zu, wie er es tief gesagt hat, zu Käptnerlker. Ähm, keine Arme, keine Schokolade. Das sagt mir jetzt auch nichts. Sag an, Funky. Und Luzi hat, oh nein, Zitat, wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Sag mir nichts. Das sagt mir auch nichts. Vince Klassiker. Toto, Toto, ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr in Kansas sind. Puh. Keine Arme, keine Schokolade, ziemlich beste Freunde. Ah. Ja. Okay, eigentlich macht es auch total Sinn. Vince kenne ich auch nicht. Ach, immer diese Zitate von Bud Spencer, das ist zu krass, das ist zu krass. Da wird jede Menge so komisches Zeug geredet. Zauberer von Oswin, aber stimmt, eigentlich in Kansas, sagst, da hätte man auch drauf kommen können. Ja, ja. Ich habe auch noch einen, da geht er hin, einer von Gottes eigenen Prototypen. Zu Spleenig zum Leben, zu selten zum Sterben. Ach, krass. Human Traffic? Nee. Das ist das Ende vom Film. Das letzte Schlusswort. Vielen Laufen in Las Vegas. Als Hunter Thompson und sein Anwalt am Ende zum Flughafen fährt. Und er einsteigt und nochmal sich umdreht und ein Peace-Zeichen zeigt. Das sagt er das. Ich habe für mich. Noch ein Zitat. Hau raus. Tut mir leid, Major. Wien war ihr Name? Es interessiert keinen. Es interessiert keinen. Hören Sie, Menschen interessiert keinen. Wissen Sie, warum das keinen interessiert? Weil Ihre lächerlichen Folgen keinen interessieren. Nein, Jurassic Park ist es nicht. Scheiß. Ich gebe euch einen kleinen Rat. Es ist ein Film von Jim Carrey. Mit oder von Jim Carrey? Also der spielt mit. Ah, ich weiß welcher. Ist das nicht irgendwie aus dem Dschungel? Nee, wie heißt denn das? Ace Ventura? Nein. Jetzt können wir natürlich alle durchgehen. Die Maske. Cable Guy. Naja, Maske ist es nicht. Major passt dazu nicht, aber... Ah, Moment! Wo er diese Doppelrolle spielt. Wo er zwei Personen spielt. Diese doppelte Persönlichkeit hat. Stimmt's? Nein. Nee. Nee. Eindringen wir uns auf Unentschieden. Ritter der Kokosnuss. Nein. Nee, das ist halt Win geschrieben. Das ist ein Winz-Zitat. Das ist auf jeden Fall Ritter der Kokosnuss. Achso. Aber bei mir wisst ihr es nicht, ne? Nein. Es war Sonic, der Hedgehog. Ach, scheiß, habe ich ihn nicht gesehen. Oh, geil. Ich ober nicht. Fuck. Hast du den echt angeguckt? Im Kino? Was? Sonic. Ja, den Film habe ich mir angesehen, im Kino. Wow. Selbst nach dem ganzen Kritik-Scheiß. Der wurde ja umgeändert. Der wurde verbessert. Ja. Ja. Und den Sauer auch besser aus, muss man schon sagen. Aber es hat trotzdem so negative Publicity gebracht. Da war schon alles over. Und für mich auf jeden Fall auch. Deswegen haben sie das ja umgeändert. Das hat nichts mehr gebracht. Es war too late. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil davon. In der Regel postest du ja auch nicht so ein Trailer. Postest du ja sowas eigentlich auch nicht. Ich meine, das hätte man selber sehen sollen. Bei allem Respekt. Wow. Das war aber ein gutes Gleichnis für Filme. Ja, guck mal. Hey, die Community gab im Kanzel Scheiße. Und die haben was geändert. Das war so auch eigentlich nicht schlecht. Ja, sie haben es aber auch nur geändert, weil sonst halt keiner reingegangen wäre, oder? Natürlich. Aber trotzdem, sie haben auch die Leute gehört. Mhm. Und das war auch ein bedeutender Moment. Ja. Tröpfen heute für mich, Scheiße. So. Mal gucken, wie lange wir die Kette hinkriegen. Pass auf, ich nenne einen Schauspieler und einen Film. Und dann sagt, Scheiße, eigentlich muss man es der Reihe nachmachen. Aber wenn wir keine Reihenfolge haben, ist es schwierig. Ich wähle einen aus. Vielleicht kriegen wir das so hin. Und derjenige muss dann mit dem Film, den ich genannt habe, noch einen Schauspieler nennen, der auch da mitmacht. Und wiederum einen anderen Film, bei dem der auch mitgemacht hat. Okay? Ich fange mal mit Leonardo DiCaprio an. Titanic. Sören. Keira Knight. Nee, ich habe Sören gesagt. Äh, jetzt einen... Warte mal kurz. Und Keira Knight, die hat auch nicht bei Titanic mitgemacht. Äh. Ich bin gerade... Ich bin gerade wegen den Regeln verwirrt. Jetzt noch einen Film mit Leonardo DiCaprio oder mit einem anderen Spieler... äh, Schauspieler aus... Titanic. Richtig. Okay, okay, okay. Ich weiß jetzt was... Boah, Bruder. Ähm... Ja, okay, wir machen es wild durcheinander. Kate Winston. Winslet. Lass mal gelten. Jetzt musst du einen Film mit... Kate Winslet heißt sie, nicht Winston. Aha, Winslet. Jetzt musst du aber mit Kate Winslet einen Film nennen, ne? Ach, du Scheiße. Der Titanic hat einen Spaß. Was spielten die für Filme? Also, da muss ich jetzt, glaube ich, immer wirklich googeln, äh. Sag Gottes gemetzelt. Nein, will ich aber nicht. Doch, daher könnte ich sofort einen anderen Schauspieler nehmen, der da auch mitmacht. Ja, interessiert mich nicht. Hm. Baron von Lümmelhausen. Also, ich finde schon was interessant. Boah, googeln ist scheiße. Weil dann... Ja, ich kenne von der alten leider keinen Film. Naja, dann darfst du Kate Winslet nicht sagen. Oder hättest du Sören machen lassen, weil der hätte das... Der konnte das ja nicht. Du hast aber auch einen Scheiß-Film genommen, Alter. Ich kenne nur Leo bei Titanic. Ja, ich auch. Deswegen. Also, die Winston kenne ich auch, aber ich kenne halt keine Filme von der. Winslet. Okay, dann... Ja, okay. Mal, ich gucke gerade mal. Ich nehme einen Bekanntenfilm, dass es mal ein bisschen leichter ist für den Einstieg erst mal. Aber ich hatte da, glaube ich, eh mal einen. Mal. Aber jetzt nicht, dass du irgendwie Marie-Antoinette oder sowas nimmst, ne? Was? Naja, da hat sie auch mitgemacht. Aber da bist du jetzt auch keine andere Schauspielerin. Wenn du jetzt Gott, dass du hier Metzels nimmst, der ist relativ aktuell. Nein, das will ich gar nicht. Da macht Christoph Waltz nichts. Ich nehme die Bestimmung. Die Bestimmung. Das ist auch relativ bekannt, glaube ich. Habe ich nicht gesehen. Ist over. Game over schon. Ja. Kennt keiner. Ja, wenn ich sie nicht kenne, dann sage ich, kennt ihr ja keiner. Genau, das nehme ich mir raus zu Sachen. Die Bestimmung. Warte, 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 warte. So? Channing Tatum und ich sage Magic Mike. Oh, okay. Nicht schlecht. So Filme guckt auch keiner. Ich lasse es raus. Magic Mike, hast du nicht gesehen? Alter. Digga, das gucken Lesben. Aber ich müsste jetzt auch bei Magic Mike kennen. Echt nicht? Matthew McConaughey, Alter. Ich habe Magic Mike nicht gesehen. Ich kenne den Film, aber bin ich hier angeguckt. Ganz genau. Habe ich gesagt, so jetzt waffe ich den nächsten, ne? Ja, natürlich. Jetzt musst du aber einen Film mit dem Lomo nehmen. Ehrlich? Ja. War ich denn ein Schauspieler oder was? Äh. Jetzt muss ich den Film sagen, ne? Ja. Von dem Typ, Bruder. Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio. Und der Theis schließt sich. Ähm. Ja, der hätte noch, der hätte noch mehr, äh. Der hätte noch mehr Filme gemacht. Du kannst du Filme nehmen, Bruder. Da gibt es schon viele und Wolf Street war schon ziemlich stark, ja. Ähm. Musik hatte viele Schauspieler. Ich überlege gerade, was vielleicht nicht ganz so leicht ist, weil Tanne Katten war halt schon. Aus der Bekan... Scheiße. Ähm. Können wir um 22 Uhr den PS5-Showcase zusammenschauen? Ah, okay. Ah, ich hab einen richtig geilen Film. Ja, ja. Den müssten auch die meisten kennen. Shutter Island. Die PS4. Oder die PS4? Oder was? Shutter Island. Shutter Island. Oh, okay. Mega geiler Film. Aber ich hab hier nicht mal. Ich hab hier nicht mal. Ich hab hier nicht mal mitgemacht. Ah, ihr seid doch so Profis, deswegen dachte ich, ich mach's noch ein bisschen schwieriger. Darf jeder reinrufen, oder wie es... Ja, ja. Mark Ruffalo, die eine von Hulk... Ich hab viele, viele... Also ich hab Schauspieler im Kopf, aber ich weiß den Namen nicht. Dieser Mark Ruffalo, oder Ruffalo, wie der heißt, dieser eine, der doch Hulk gespielt hat. Der hat doch nicht bei Shutter Island mitgemacht, oder? Doch. Ja? Der Hulk Schauspieler? Ja. Ja, gibt's. So. Das ist doch der, der den Doktor gespielt hat, glaub ich. So, jetzt such ich mir... Ja, genau, den Doktor hat der gespielt gehabt. Jetzt such ich mir im Film los. Ja, okay. Ihr könnt euch denken, was nehm ich mit Mark Ruffalo? Avengers? Ähm... Na, aber auf jeden Fall eine gute Auswahl an Leuten. Ja, das wär zu... Ich hab mal dann am Ende die leichten Sachen vor euch. Alter, das ist doch leicht. Ich nehme... Ja, ich will's doch schwerer machen. Achso. Ja, komm, ich sag mal, äh, Thor 3, Ragnarok. Hat er mitgespielt? Alter. Das kann nur Falco genug sein. Thor 3, nicht gesehen, ich wüsste nicht mal den Schauspielernamen von Thor. Liam Hemsworth. Liam Hemsworth, genau. Genau. Also, dann. Falco, Liam Hemsworth und ein anderer Film mit ihm. Keine Ahnung. Star Trek. Star Trek. Hümmelhausen. Hat der ernst? Habt ihr Star Trek mitgespielt? Ja. Ich guck die neuen... Ich hasse die neuen Star Trek Filme. Oh, Drek. Der war doch der Daddy da von Kirk. Ich bin übelst der Drecki, aber nicht die neue N.A. wirklich, haut ab. Ach, Chris Hemsworth heißt er übrigens, sagt Wien. Ich glaub, Wien hat recht. Tja, hättest du mal Luba-Avengers hin um. Egal, schwer, schwer. Du kommst mit Titanic, Alter. Kate Winslet und das ist doch nicht schwer. Welche Filme Kate Winslet? Ich kenn ihn nur in Titanic, hab ihn nirgendwo anders mehr gesehen. Hier, Caprio in Jambalamba. Oh ja, den kenn ich, den kenn ich. Ja, Kette unterbrochen, dann erst mal ne neue. Wien in Sachen Schauspieler. Und das bei nem Thor-Film. Oh, soll ich das einfach weitermachen? Komm, ich sag jetzt einfach Avengers. So, bitte. Wir machen da weiter. Ja. Das Ding ist halt, es gibt so viele Filme, ey. Es gibt so viele Schauspieler. Kann mir nicht vorstellen, dass ich hier die Schauspieler merke irgendwie. Klar. Klar. Ist egal, Luba. Und hallo, wer macht bei Avengers jetzt mit? Für wen entscheiden wir uns? Dann sag ich einfach Robert Downey Jr. Und... Mit Robert Downey Jr. nehmen wir... Da kenn ich einige. Ja, es muss ja auch passen, dass man da... Ich nehm Sherlock Holmes. Boah, ich... Ich hätte doch Iron Man nehmen können. Naja, aber Iron Man... Wenn jetzt da jetzt andere Schauspieler... Wie heißt sie nochmal? Weiß nicht, will ich aus diesem Superhelden-Thema raus? Na, wer kennt denn den Schauspieler aus Sherlock Holmes? Alle haben gegoogeln. Nee. Echt? Ja, also... Nein! Ja, Watson ist doch eigentlich... Watson ist doch eigentlich... Na? Hä? Hä? Na, ich will's ja jetzt nicht vorsagen. Ach so, ein Frauenliebling. Frauenschwarm. Emma. Ein Typ! Ach so. Emma ist Frauenschwarm, oder? Hä? Ich weiß nicht, dieser... Wie heißt dieser eine aus diesem einen Film? Oh, dieses Kingsman da. Ach, scheiße. Dieser eine... Ich weiß nicht, Boat, ey. Hat der da auch ne Glatze? Boateng! Also, Boateng. Boateng, also... Was... Was schreibt der hier? Das Wind, der jetzt dazwischen mit Civil War und Scarlett Johansson? Das ist doch irgendwie... Wir sind jetzt auf jeden Fall bei... Sherlock Holmes. Hier, dieser Mark Strong. Da ist der... Stark, Mann. Äh... Genau, Stark. Mark Strong. Strom Berg. Das macht keinen Spaß mehr. Alle googlen. Ich google nicht. Ich mach das gar nicht mit. Ich kann mir den ganzen Schauspielernamen nicht merken. Hey, Strom Berg spielt auch da nicht mit. Keiner. Ach, Digga. Normal spielt der da nicht mit. Hab ich das nicht... Hab ich das nicht... Hab ich das nicht wüsste, ne? Obwohl ich weiß, du bist gebildet. Nicht so wie man schon. Ah, ah, ah. So was weiß es. Alles super. In meinem Hotel. Hier kommt der Geld. Echt, jetzt kommt er nicht drauf. Ne. Mark Strong hab ich gesagt. Kingsman. Mark Strong macht bei Sherlock Holmes mit? Jaja. Ne. Okay. Doch. M-m. Doch. Doch. Ich geb euch nen Tipp. Wenn ich google und es nicht stimmt, darf ich nicht mehr sagen. Wenn es stimmt, dann zählt es. Ach, Mark Strong? Ja. Lord Henry Blackwood stimmt, hat der ja gespielt, ne? Jaja. Ja, du hast recht. Das ist doch auch die googelte Information hier. Das hör ich doch sofort. Kingsman gesagt. Kingsman. Kingsman. Ja, okay, stimmt. Ja, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Ich wär ja jetzt eigentlich auf Jude Law gegangen, da hab ich mir ja schon was vorbereitet. Ah, die sind Jude Law, keine Ahnung. Der spielt doch auch bei dieser eine Serie mit. Ist das nicht bei The Boys auch? Glaub ich nicht. Ist der nicht dieser Translucent, der sich unsichtbar machen kann? Oder verwechsel ich den? Nee, das ist er nicht. Oh, scheiße. Aber sie sind sich ähnlich. Na, ich hab wechselt. Aber Jude Law hat zum Beispiel hier den Bösen, den Grindelwald hat er da gespielt bei Fantastische Tierwesen. Harry Potter. Magst du das auch? War das nicht Johnny Depp? Nee, das war Jude Law. Nee, das war auch nicht Jude Law. Die, am Ende hat er sich in Johnny Depp verweinelt und davor war er, ähm, es war nicht Jude Law. Es war hundertprozentig nicht Jude Law. Das war... Oh, wie heißt er? Aber Jude Law hat mitgemacht. Stimmt, Jude Law ist der junge Dumbledore. Stimmt, hast recht, hast recht. Ja, ja, ja. Der, 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 der... Colin Farrell, genau. Colin Farrell. Der hat diesen Film mit der... Nicht auflegen mit der Telefonzelle gemacht hat. Ja, 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 ja. Hast recht. Nee, Jude Law ist Dumbledore. Du darfst auf jeden Fall auflegen. Bleib aber verrass! Wenn's eine Sache gibt, die du nicht machen darfst, dann ist es okay. Aber wir waren jetzt bei... Kingsman. Boah, da kann ich... krieg ich keinen Schauspieler raus. Also da müsst ihr... Da müsst ihr ran. Und dann sag ich... Aber der erste Kingsman-Teil, ne? Du wolltest die ganze Reihe mit reinziehen. Na, denn der erste. Da, wo halt, äh... Der Mark... Dings... Mitgemacht hat. Wo er mitgemacht hat. Dann sag ich... Samuel L. Jackson und, ähm... Pulp Fiction. Dann sag ich... Bruce Willis und stirbt langsam drei. Dann sag ich wieder... Samuel L. Jackson. Und, äh... Ich... Nebe, ähm... Äh... Oh, wie... Wie hieß er? Ähm... Django. Das ist... Das ist... Das ist zu... Zu schwierig, man. Django wär doch mal schön. Ja, damit... Du... Ich würde... Leo nehmen können. Ne, ich würde... Willen anders nehmen. Welt ist offen. Snakes on a plane. Oh, scheiße. Viel zu schwer. Da wüsste ich nicht, wer da noch nicht gemacht hat. Ja, ja, ja. Der Stimmungskiller. Da ist er. Ja, Mann. Das ist aber halt auch... Da war er doch irgendwie auch nur der Star. Die anderen sind doch alles so ziemliche Nebencharaktere, irgendwie... Ja, dann... Dann... Dann nehm ich das... Nehm ich das zurück und sage... Ähm... Ah, Mann. Coach Carter. Nein. Ähm... Ja, dann halt Django. Von mir aus. Leo Di Nardo Di Caprio. Boah. Leo Di Nardo Di Caprio. Leo Di Nardo Di Caprio. Wer ist da? Hat er nicht richtig ausgesprochen. Das nehm ich jetzt Christoph Walz. Ja, du darfst nicht planen. Oder warte, ich nehm Jamie Fox. Auch nicht schlecht. Na dann, nen anderen Film mit Jamie Fox. Jamie Fox, da gibt's ein paar... Ähm... Gesetz der Rache. Pst. Du darfst doch nicht vor mir sagen. Wieso? Ich weiß. The Amazing Spider-Man. Zwei. Mhm. Spider-Man Amazing. Ich versuch immer bei meinen Helden zu bleiben, weißt du. Verdammt, der Superhelden. Tja, der Amazing Spider-Man. Also ich seh hier Ken Raid, DMK. Aber ich mach halt beim nächsten Mal. Also da gab's auch Schauspieler, die... Ich mach einfach nochmal neu. Na, ähm... Spider-Man Amazing 2 ist doch, ähm... Ach, verdammt, die hießen doch nochmal der Spider-Man. Pst. Peter Parker. Ne, der Schauspieler natürlich. Ja, ich könnte jetzt ein Tipp sein. Es ist halt nicht Tobey Maguire, es ist... Genau, der andere. Ähm... Der andere, der zweite. Wie hieß er denn? Der heißt, äh, Holland mit Nachnamen. Ähm... Nein. Ne, würd ich aber auch nicht sagen. Nicht? Das ist der dritte. Ah, verdammt! Wer ist der zweite? Wenn ich seinen Namen lese ich sofort... Ah, geil, stimmt, ja, ja. Aber... Ich bin auf der Zunge. Wer ist... Sag mir einen Film. Das ist auch noch ein Spiel. Wen, warum kommst du denn nicht ins Discord und redest hier mit? Du schreibst hier, aber... Das lesen wir immer zu spät. Ähm, was mit Gary? Gary Potter. Keine Ahnung. Okay, gut. Ihr denkt mir... Also wenn ich jetzt den sage... Ja, sag's nicht. Darf ich aber einen Film sagen, wo er mitspielt? Dann dürft ihr zwar den Film nicht sagen, aber es gibt ja genug andere Filme, wo er noch mitspielt. Vielleicht fällt's den einen oder anderen ein. Darf ich? Nein! Nicht mal irgendeinen Film? Nein! Okay. Oh, Mann! Ich komm drauf. Ich komm auf jeden Fall drauf. Ebt mir noch... Ebt mir noch ein bisschen. Oder... Oder wo man das bisschen verleicht und so. Man sagt, der Schauspieler, der Spider-Man gespielt hat, er hat den gespielt in diesem Film. Dann... Weil Schauspieler merken, den Namen ist echt schwer. Na, aber das ist doch schön, dass... Trainiert. Ja, mit Googlen. Mit Googlen. Googlen ist unfair. Ja, wenn du schummelst. Wenn du schummelst, nimmst du auf den Sack. Von Plani auf den Sack. Nein, Plani, nimm deinen Sack. Ja, ja. Weil Vincent das geschrieben hat. Ach, scheiße. Nee, ich hab's jetzt selber... Bin selber draufgekommen, aber er hat's ja gerade geschrieben. Okay, okay, gut. Ich glaube, den Sack mit seinem Film. Komm, jetzt soll er hervorrufen. Das ist das nächste Problem, ne? Das ist das nächste Problem. Ich kenn keine Filme. Nein. Es... Ich... Ich... Ich geb dir einen Tipp. Sag nur... Ähm... Es gibt es auch als App. Ah, natürlich, natürlich! Facebook! Das Social Network. Das Social Network. Ja, auf jeden. Genau. Ja. Und... Boah, wie heißt denn hier nochmal der... Da da... Da da... Ja. Ja. Ich wüsste sofort einen Film mit ihm, aber mir fällt jetzt nicht sein Name ein. Aber ich muss es ja nicht. Ich hab ja Social Network gesagt. Haha. Also einmal, ich sage Jess Eisenberg. Ach, Jesse Eisenberg. Genau. So heißt er. Mhm. Und er hat mitgespielt bei... Äh... Batman vs. Superman. Okay. Oh, ich hätte lieber Zombieland gesagt. Da hätte man einen viel cooleren... Nein, 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 nein. Ich bleib bei meinen Helden, hab ich gesagt. Okay. Ich bleib bei deinen Helden. Batman vs. Superman. Ey. Ey, ganz ehrlich, ne? Ihr wisst, wer Batman gespielt hat. Ihr wisst auch, wer Superman gespielt hat. Dann... Da sind... Also... Also... Also so. Gehn aufs Dicht. Dann weiß ich noch nie mehr. Ben F weg. Ich bin aufs Ball. Armageddon. Armageddon, Leute. Okay. Das ist Armageddon aus dem Z-Block. Typ. Gelb. Joint. Kopf. Okay. Fein hat den Armageddon... Oh, da haben die gar keinen Bock mehr. Steve Puskemi, Reservoir Dogs. Wo war denn der? Ja. Na, der ist der Typ, der die Atombombe geritten hat in Armageddon. Ach, dieser komische, der auch... Und das ist Steve Puskemi und der hat bei Reservoir Dogs mitgemacht. Und jetzt sind wir bei Reservoir Dogs. Ja, aber du hast doch schon Ben Affleck... Ja, ich hab halt zweimal hintereinander. Ich hab Ben Affleck Armageddon gesagt. Und da ihr nicht weitergemacht habt, hab ich Steve Puskemi gesagt, der bei Armageddon mitgemacht hat. Also auf meine eigene. Und dann hab ich den Film mit Steve Puskemi gesagt und das ist Reservoir Dogs. Bruce Willis hat man schon. Nee, Bruce Willis hat man schon. Das ist blöd. Deswegen hab ich extra nicht Bruce Willis genommen. Ich hab auch erst über Liv Tyler nachgedacht, aber es ist auch ganz schön schwierig, glaube ich. Ähm... Halt jetzt den Maul. Gott. Wir sind jetzt bei Reservoir Dogs. Ähm... Reservoir Dogs. Ähm... Michael, Madsen und Köbel. Lümmel. Nice. Äh... Juma Thurman. Und... Mit Schirm, Schaum und Melone. Oh, ist aber auch schwer. Warte mal, was hab ich denn noch mit dir? Schirm, Schaum, Melone? Digga, irgendwie ein Porno. Ja, man. Mit Schirm, Schaum, Melone. Zwei. Und ein bisschen Schweiß, Axel Schweiß. Wo kann man denn Juma Thurman noch mitmachen? Oder hat sie noch mitgemacht? Mit Schaum, Schaum und Melone, Alter. Den hab ich völlig verdrängt. ernäh compromise стран. Wann bei dem Juma Thurman noch? Ohh... MLescio-Ami. N securitiesomesomesomesomesomesatzt ... Mames Sirohens-Modelsesgleich. Merren. Stimmt, ja. Bleib mal mit der Händis, lieber Herr. Dann sag ich Arnold Schwarzenegger und Xpandables. Welchen Film? Xpandables. Jet Li, Born to Die. Oh, heftig. Ja, und jetzt? Jetzt muss du Dakt. Ja, jetzt musst du wieder... Also ich kenn bei Born to Die niemanden, der damit gemacht hat. Ja, da musst du auf jeden Fall DMX nehmen. DMX, Romeo Must Die. Ja, dann wird's aber richtig schwierig. Ja, okay, DMX, Romeo Must Die. Da musst du aber bellen. Romeo Must Die. Ja, da bist du nur bei Jet Li. Jetzt musst du bellen. Hey, NoSkin. Ich glaub, ich muss mal einen Bestandscheck machen, jetzt wo NoSkin da ist. Bestandscheck. Scheiße, ich bin nicht am PC. Eins, 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 eins. Aber ich, ich geh mal kurz nochmal auf K und danach, wenn ich wieder da bin, und das Headset aufs Sätze, denn Bestandscheck. Oder? Was? Jetzt haben wir geschrieben, du Lümme. Äh, jetzt habt ihr geschrieben. Ja, aber ich nehm euch dann einfach hin. Nehm euch dann einfach hin. Ratet ihr noch ein bisschen weiter? Links hat eingelöst. Du darfst nicht rauchen, nur 10. das ist immer geil der macht trotzdem ich will einmal eingelöst nicht rauchen hat trotzdem geraucht entschuldet mir jetzt ein rei quasi hat er gesagt ich warte immer noch willst du mein layover sind willst du ich jetzt mal ein bisschen chips okay spielt das hier nicht mehr an dass du dir erst was ich hab nicht gehört ich hab gesagt willst du das layover sehen das eine fehlt mir noch eine idee ich glaub das wird echt bombe auch tipps also streamst ja auch was machst du denn ich mach auch mein layover für also reitbild ne ok also irgendwie hab ich verfuckt mit auflösung lang war ja green 1 ich habe ab einem feind und dieser feind der bist du jetzt kennt ihr noch diese rapper frau mc bui analyse mit der lupe was einmal kennst du das nicht fabio was analyse analyse von frauenarzt ah die mache ich schon mal sing mal sing mal ein bisschen ne ne die kommen nicht ins stream besser hast recht sorry guck jetzt mal bei kano moment bruch so wo ist denn der sogar feier gut das war nicht und da wo das fenster alt ist das was daneben dran ist sollen dann die alerts rein weit ist offen süß so klein ne ja das ist jetzt 50 prozent normalerweise sieht das ja so aus warte scheiß was ist jetzt los oh ich hab die keblocks an keblocks normalerweise ist es ja schon so ich weiß noch gestern da schreit mir ein stream ich sag jungen das stream er macht gerade einen halben feuersturm aber ich glaube das sieht nicht schlecht aus oder das layover ich bin auf jeden fall viel besser wie das jetzige komm ich will mir mal die kritik hier von dings anhören wie heißt der vom falco falco guck auch mal rein ich bin gerade noch in der runde ich bin gerade noch in der runde du mit deinen runden er läuft einmal im marathon ja mann er läuft einmal um sein heuschen ja dann komm run 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 marathon ja dann komm ins cafe nope denn da verbrauch die schnee So, was soll ich mir jetzt hier angucken? Ein Stream, du Limmel. Nö, lass mal. Hä, du sollst doch mein Layhop bewerten. Boah, du bist ein richtiges Opfer. Richtig frech und gemein, ey. Ne danke, ich muss noch fahren. Alter, okay. Ja, ich guck's mir gleich an, du nässt dir nicht gleich in. Oh, ich nässt mir schon gleich in. Du nässt dir nur gleich in. Ich hab mit vollem Mund gesprochen, ich hab nicht nachgemacht, weil das klang nur grad so. Alter, das war ja nirgends. Okay, die haben Kay auch meistens gute Ideen, die haben Kay darf auch gucken. Digga, das ist doch viel zu lang gezogen, die Scheiße hier. Welches? Hier bei mir im Layout. So. Ich dachte bei mir. Ich wollte schon weinen. Weine nicht, kleine Fabi. Wo ist CMK? Ist er da? Ja. Komm, du hast auch guten Geschmack, was Layover angeht, darfst du auch gucken. Ich will deine Meinung hören. Frag Lukas, Lukas hat auch... Ist das nicht das, wo Plani jetzt schon gesagt hat, ist nicht so gut? Ich habe nach deiner Meinung gefragt und nicht nach Planis, du Lümmel. Guck mal, das ist doch alles viel zu... Bisschen überladen, aber die Farbgebung gefällt mir. Dani, kannst du mal ein Augen reinwerfen? Ein Auge reinwerfen? Nein, Augen. Augen gemacht. Mach Auge. Das Auge gemacht. Und es kommen auch noch Animationen rein, es kommen dann die Raids, die gemacht werden und bei Wanted kommen die dann rein. Pokémon. Aha, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen... Bei wem ist es denn hier besonders crunchy? Ich finde das doch schön mit dem, was du da an den Rahmen gemacht hast. Ja, ne? Hat was. Wie gesagt, das sieht es nur durch die Versetzung hier so aus, als hätte er einen Abstand, also es liegt aber genau auf. Das ist nur in den 50% Ansicht. Wie gesagt, da wo das kleine Fenster ist, da kommen dann die Alerts, die werden abgespielt. Und unten rechts muss ich noch so wie so kleine Fenster, wo dann die Pokémon gemacht werden, die gehuntet werden. Also in den Raids. Ja, ja, ist schon... Ja? Ja. Ey, wenn ich schon Plani überzeugen kann, dann bin ich stolz auf mich, weil Plani hat Ahnung. Und du hast so ein Feuerding da aus Graudons Mund gemacht, das ist auch noch recht cool. Bist du im Anschlag drinne? Ja, ich bin schwöre dir. Ja, ist auf jeden Fall schon viel, viel besser als gestern. Ja, danke dir. Das freut mich, das ist ein Spottivier. Jetzt darfst du auch wieder weiter streamen. Ach, Falco, Alter, nimm mal den Plumkenkühl aus dem Mund, dann versteht man dich auch, Sachsen-Paula, Alter. Nice. Der Lukas kann übrigens richtig gut zeichnen. Wer ist Lukas? Der Judge. Der Judge. Der Judge. Der Judge. Der Judge. Naja, ich hab jetzt den Experten gefragt. Ist das ein indianischer Erntitel? Was? Merda. Touch. Ich kacke ab. Ihr macht mich fettig, Alter. Macht mich wirklich fett. Am coolsten wäre auch das, wenn das Feuer irgendwie so ein bisschen leuchten würde, wenn da so ein Effekt rein wäre, das wäre doch cool, das wäre dem Blani auch gefallen. Ein so genanntes Leuchtfeuer. Ja, Lämmelfeuer. No Skin, wo war denn No Skin? Wow, unser liebstes Schaf. Sollst was trinken, schluck du, Luda. Schon wieder. Oh Mann. Geile Stute. Komm zu Venex.de. Du siehst da im Stream immer alles. Du siehst immer aus, als wärst du zwei Meter groß oder so. Ich bin Meter 50. 1,79. Was? 1,79? Nein. Ich bin nicht so groß. 1,79? Das sieht immer so aus, als hättest du so voll die entlangen Beine und Arme. Aber letztlich sieht es auch nur so aus, weil... Du, Fabi? Ja? Ich bin 1,81. Also ich bin auch nicht viel größer wie Blani. Ich glaube, das sind alle so gleich groß. Ja, laufen alle in einer Linie. Mit Sonnenbrille und so einem Hemd. Also MacGyver-Style, Alter. Ne, so groß wie ihr bin ich nicht. Ich bin 1,50. Und nur vier Leute hier. No Skin, Balkan, Bulky, Eggie. Das ist nicht schlimm. Auch die Erdnuckel muss es geben. Wann kriege ich mein zweites Pokémon? Das Wunsch-Pokémon? Und noch 13 Level. Ehrlich? Obwohl ich mich nicht wie manche hier neu ausführen konnte. Finga, übrigens, ich hab das erwähnt. Du schuldest mir noch ein Raikwaser als Avatar. Ja, Mann. Das hast du mir versprochen. Ein Raikwaser als Avatar? Überleg mir, was hab ich verbraucht. Weißt du, wo du rauchen wolltest? Und ich hab das eingelöst. Du so, nee, ich mach trotzdem. Ich sag, aber dann will ich Raikwaser. Und du so, okay, machen wir. Erinnerst du dich? Nee, immer noch nicht No Skin. Noch nicht ganz. Alter, fehlt noch einiges so. Team Kay hat mir letztens ein paar gegeben, aber... Wo haben wir's Wien hingepackt? Ja, Wechselthema. Wer will einfach nicht? It's okay. Was, was? Als Avatar? Also, ein Avatar-Bild. Stream-Avatars. Achso. Ja, müsste ich dann. Ein Sprite für Stream-Avatars? Ja. Hä? Wo soll ich das hernehmen? Hast du doch. Sprite. Na, lad dir doch die Sprites runter, die ich auch habe. Kannst du doch einfach bei Stream-Avatars runterladen. Du, dass ich bei dir im Stream Raikwaser bin. Achso. Nee, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das hast du gesagt? Ehrlich. Ja? Ein Mann, ein Wort. Willst du jetzt hier im Streamen hoffentlich sagen, dass du ein Wortbrecher bist? Ich hoffe nicht. Gut, da bin ich nicht alleine. Seit sechs Tagen mache ich den Dex und bin erst bei 3,92. Na, da bist du auf jeden Fall schon weiter als ich, glaube ich. Boah, ich glaube, da krieg ich ja voll das Augenbluten, wenn ich hier als Farbwechsel mache auf der Tastatur. Was hast du eingestellt, Falco? Ich habe ein Farbmuster. Boah, Farbwelle ist auch krass, Alter. Also ich habe keine Welle, ich habe einfach bloß, ich habe einfach bloß WASD in Rot, alle anderen Tasten in Grün, Zahlen in Yelp und Q, E, R, F und G in Weiß. Okay, richtiger Rainbow Warrior. So ein bisschen, halt so ein bisschen, dass es auch den Sinn, den es eigentlich haben sollte, erfüllt, und zwar, dass man schneller seine Zugriffsgruppen findet. Oh Mann. Okay, Atem-Effekt ist eigentlich auch cool. Was, du brauchst einen Humanolith und einen Surokex? Ja, äh, habe ich da. Ich finde nicht gut, dass das Ganze auf die Sternen liegt. Aber, äh... Boah, das ist ja total krank, Alter. Scheiß die Wand an, ey. Was denn? Der ganze Sternenlicht auf der Tastatur. Da, da, da gehen irgendwelche Farben, Alter, die ganze Zeit switchen. Du guckst nach links, dann guckst du nach rechts, dann wechselt gerade so der Buchstabe die Farben. Alter, ist das Baisy. Das ist ja heftig, Alter. Scheiße. Wurft zu Boston. Na, kann mal jemand, äh, NOSKIN, einen Humanolith und einen Surokex drüber traden? Kann ich machen. Echt? Na, ist rein. Ich habe einen Living Dex. Na, ist rein. Screen Sampler. Weil, ich helfe gern. Du weißt ja. Geilo. Weil NOSKIN versucht sein... Oder nur für den Dex? Oder nur für den Dex? Nur für den Dex. Okay. Dann noch ein. Also, die Tastatur ist schon geil, Falco. Du hast die auch, oder? Ich habe die Orion Spark, ja. Boah, was geht denn da ab? Ist das jetzt gewesen? Das war schon was. Hallo? Da ist Test. Ey, wenn ich spreche, zuckt eine Taste, oder? Ey, was ist das jetzt? Das war schon halt. Egal. Oh, wir sind im Update. Also, was... Wechsel ist heftig, Alter. Ey, da kriegst du ja... Oh, da wird mir schwummerisch von, äh... Farbwelle ist auch noch richtig... Extreme, äh... Richtige Laola-Buntwelle. Ich will keine Laola-Buntwelle auf meiner Tastatur haben. Genau. Das ist Farbwelle und dann horizontal, vertikal. Scheiße. Das sieht aus. Ich fette. Digga, wer macht sowas? Da krieg ich doch Kopfschmerzen bei. Woher habe ich das Shiny Morpeco... Puh. Das ist schlecht, ey. Ich muss das werden. Werden wir das Shiny Morpeco gegeben, müsste ich jetzt mal Original-Trainer checken. Hat mir auf jeden Fall jemand drüber getradet und rausgehen. Bulkdog kämpft. Er macht platt. Wir machen übrigens auch gerade Shiny Riolo-Rades. Losgehen. Falls du Lust hast, mitzumachen. Aber jetzt sieht natürlich auch nicht schlecht aus. Wo man die Farbwelle auch so hat. Ich habe schon mal den Code reingeklatscht. Hm. Ich nehme jetzt einfach die Farbe von meinem Logo. Oh, okay. Losgehen fragt, ob er... Nein. ...zurück-Hacks entwickeln darf. Ich kann in die Entwicklung dann auch gehen für den Decks. Beide. Einmal die normalen, einmal danach. Weil ich brauche meinen Living-Decks. Wenn das auch okay ist. Ich gebe ihnen Zubo-Hacks, U-Hacks. Das sieht auch nicht schlecht aus, lass ich jetzt glaube. Wenn das eine Option wäre. Ja, hier kannst du jetzt diese Zuweisung machen, die du hast. Ich weiß, was das ist. Das ist mit meiner Bulky-Farbe. Wäre das eine Option für dich? No-Skin. Weiß nicht, ob er mich gehört. Ja. Ja, später schon noch ein bisschen weh auf. Emma wartet bestimmt schon. Schweine schlachten? Wieso? Bist du dabei werden, oder wat? Raid is offen. Raid is offen. Oh krass, ich hab noch kein Humano-Leggen. Ultraball. Mein Ziel ist es hier, dass Pokémon passt. Also, von der Bewicklungsreihe brauchst du es nur eins, den Ultraball zu haben. Dafür bei Balkan folgen. Ja, kann man doch mal machen. Oh. Sag auch mal, ich hab auch hier heute Werbung für dich gemacht, hier, Plani. Ja, ich denk mal. Boah, mein Overlay hat Plani ist die Folge und der ist richtig gut und so, glaub mir. Haha, echt? Na, Philipp. Ja, haben wir vorhin im Stream gehabt. Du gehst unter Stickerfiltern und dann auf Freunde. Ey, ich find, dem Plani stehen die Haare so. Der sieht ein bisschen aus wie einer von den Beatles. Richtig cool. Ich trag die schon immer so. Ich find's in der Aufführung, den Plani hast du nicht gleich. Also, ihr kleinen Wichser hier. Aber Plani, erklär mir bitte nochmal, was dieses Unten das ist. Mit Emma Rocks 280 von 2700. Was ist das? Ähm, das ist ein Boss. Wenn du donatest oder wenn du ein Follow da lässt, dann geht diese 280 von 2700 immer weiter nach unten. Wenn Emma aber irgendwas macht und donatet zum Beispiel, dann würde die HP wieder steigen. Ah, ja. Ah, okay. Weißt du? Und was kommt dann für ein Boss? Derjenige, der das auf Null bringt, der ist der nächste Boss. Und der hat dann 100 HP mehr. Das fängt irgendwie bei 1000 an und hat sich jetzt auf 2700 schon hochgearbeitet. Also, machen wir... Also, Emma ist jetzt kurz davor, weggemacht zu werden. Wenn jetzt irgendjemand eine Donation raushaut, ist er der nächste Boss und steht dann da drin. Wie viel muss man donaten? Keine Ahnung. Taui. 280, ich kann... Weiß ich nicht. Ich glaube, eine Donation ist real, wie viel du donatest. Jede Donation zählt gleich viel. Gibt irgendwie 500, 300, 500 Punkte oder sowas. Abzug, weiß ich nicht. Aber, keine Ahnung. Aber hat jetzt Emma 2700 Euro gespendet oder warum steht die da? Nee, nee, die hat nur zuletzt den Boss auf Null gebracht. Wahrscheinlich durch ihren Sub. Ach, und das ist dann immer 2700 oder was? Nee, nee, das ist vorher war es 2600. Okay. Der Boss wird immer stärker. Mit jedem, der ausgeschaltet wird, steigt der Boss um 100 HP. Okay. Also würdest du jetzt sowas donaten, sag ich mal, dann würdest du jetzt da drin stehen mit 2800 HP. Voll. Und jedes Mal, wenn da wieder ein Follow kommt oder sowas, geht deine HP wieder runter. Oh, lol. Balkan haut direkt eins raus. Warte, dann muss ich aber erst... Oh, dankeschön, Mann. Mua. Ich will jetzt Boss sein. Ja, wahrscheinlich bist du jetzt Boss. Aber erst muss ich auf Tipi streamen, damit das aktualisiert wird. Weil diese Donations, die hauen immer nicht hin. Warum löchert jetzt Emma Rot? Weil Danger Zone ist oder was? Ja, Danger Zone, genau. Weil sie kurz davor ist, um ihr hauen zu hören. Um zu platzen. Ist offen. Also Nessa, du hältst es schon mal offen für euch. Was? Waren das jetzt zwei? Ja. Alter! Oh, Mann. Hä, und warum importiert ihr das jetzt nicht? Nein, ich bin reich. Und warum kommt hier nicht die Anzeige? Äh, lass mal einmal in Ruhe. Die ist die coolste. Ja, die größte, naja. Was ist hier schon wieder, was, was ist hier mit Tipi stream schon wieder los? Das Ding ist so kacke. Guck mal, du, jetzt kriegst du nix, Balkan, du hast voll, voll umsonst donated. Ich will die drei Euro zurück. Ich will die drei Euro zurück. Wieso drei? Nein, ich seh nur zwei. Er will einfach doch einen Euro mehr. Nein, Bruder. Die werden, die werden, warum werden die ja nicht von diesem kack Tipi stream übernommen? Kamehameha, ich seh's doch. Warum, warum, ich aktualisier die ganze Zeit. Warte mal, ich mach vielleicht nochmal einen Lockout. Und nochmal einen Neu-Login, Tipi streamt, das spinnt sowieso, übelt es rum, die Seite. Ich muss mal, übelt es, ich muss das mal wechseln. Ich habe jetzt in den Tagen Rückgaberecht, ich möchte mal einen Euro wieder. Oder so. Geil. Ich baue jetzt auf jeden Fall mein Dings ein. Mein Layover ist ein nice. Ich habe schon gesagt, 300 Cent so gegeben. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist ein Cent ein KP. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wird ist offen. Aber Tipi stream ist tatsächlich nicht drin, hier bei Tipi stream. Das letzte ist Balkan, View of Viewers, Raid, drei Stunden. Warum nimmt das Tipi stream nicht an? Ja, super. Ja, super. Die größte Verarsche, Cake is a lie. Da gibt es drei Schläge in London. Normalerweise, die anderen Alerts hauen alle hin, bloß diese Donation Alerts, die spinnen übelst rum von Tipi streamen. Da muss ich immer irgendwie manuell auf die Seite, muss das aktualisieren und dann geht es eigentlich, aber warum es jetzt nicht geht. Es sind gar keine Alerts gekommen, dafür, dass er es donated hat. Doch, eigentlich sollten die direkt kommen, wenn ich jetzt aktualisieren klicke. Ja, alle kamen noch gar nichts. Scam. Windfall haben wir hinten heute, ey. Scheiße. Mann. Das ist doch kacke. Kacke. Ah, jetzt sehe ich erst den Effekt in deinem Layover, Plani. Diesen Schein, der da drüber läuft, oder was? Ja, 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 das sehe ich jetzt erst. Es soll auch ganz dezent sein. Es soll nicht nervig sein, oder weißt du? Es soll nur ein bisschen. Du willst nicht durch Augenkrebs kommen, das ist echt nett von dir. Ach, oben hast du den auch reingeballert. Über alles, auch über den Fernseher, über alles läuft das drüber. Alter, das habe ich bis heute nicht gesehen. Nein, krass. Gut, es ist ja hier voll zuzuschauen. Ah, es wird richtig gelümmelt, ja. Scam. Ach man, das ist doch scheiße. Es wird auf jeden Fall noch aktualisiert. Warum jetzt nicht, weiß ich auch nicht. Ich bleib dran, Balkan. Oh ja, ja. Oh man. Soll ich noch einen Euro machen? Nein, nein, bitte. Nein. Dann aktualisiert sich das wahrscheinlicher, ne? Noch zwei, drei Mal. Ich wurde verarscht. Digger, ich bin direkt mit meinen Kohle wiederholen wollen. Egal, lass dir das in London auszahlen, Cash. Ja, ich lade dich auf ein Bier ein. Ich lade dich auf ein Pint. Ich lebe Hallel. Ja, ich auch. Wenn du erst mal, dass ich was trinke, okay, okay, okay. Der will das Leute. Ich trinke kein Trinken, er hat nicht verdient, er hat mich verarscht. Jetzt wäre er noch belohnt dafür. Komm, dir läuft das Wasser gleich aus der Nase und pfeln aus dem Ort. Gib ihm kein Trinken. Hat er nicht verdient. Ach, dieses bekackte Tipi-Stream, oder? Nicht mal Punkte ihr bekommen für den Stream, Alter. Weißt du, dass man so wenigstens sagt, hier, Balkan, danke schön. Hier, du bist Level 100, such dir ein anderes aus. Aber nein. Hat Balkan eigentlich immer noch, hat er immer noch sein Glücksei drin, eigentlich? Bist du jetzt 100, oder was? Ich bin noch nicht 100. Ich bin ja auch noch nicht 100, ganz. Warte mal. Wenn ich 100 bin, da habe ich mir ein neues Pokémon aus, so hast du gesagt, ne? Mhm. Warte mal, ich kann hier mal Alerts. Cage aktualisieren. Egal, mach das von später, du streamst gerade, das denkt die Leute. Ja, komm. Leider ist halt nicht, alles gut, bro. Ach, ich muss, ich habe immer bloß keinen Bock, mich darum zu kümmern. Ich muss das mal außerhalb des Streams, sondern ich müsste halt mal von Tipi-Stream weg und Libber zu Stream-Elements. Da funktioniert das so viel besser alles. Guck mal, hat jemand dein Glücksei gerippt. Oh oh. No skin, du kriegst die drei Pokémon nicht. Heißt du, Luca? Hallo? Blümelhausen. Er wollte es noch mal für mich kaufen, hat er gerade gesagt. Aber jetzt nicht gehört. Ist okay. Blani, machst du mich 100? Ich mach dich 100. Ehrenmann, jetzt darf ich mir ein neues Pokémon aussuchen. Aber jetzt, ne? Nicht sagst du, mit ein paar Wochen bist du mal 100. Naja, also, jetzt heute noch, meinst du? Einfach hier Bomben. Größtes Offen. Von 87 bis 100 ist natürlich jetzt schon noch ein Stückchen, ne? 13 Level, die sind jetzt nicht so leicht gemacht. Vor allem nicht, wenn ich hier nur Stern-Dus habe, wenn wenigstens mal ein paar Größere hier rumstehen würden. Tja, dann geh mal Größere machen. Mich nervt schon, ja, dieses komische Tippi-Streamen. Das ist so kack. Wieso suchst du nicht ein paar Janeras zum Gras? Na, pfff. Weil ich dann hier stundenlang rumfahre und nur nichts machen. Du machst ein paar Tauhaidos. Die kommen sogar zu dir. Tauhaido! Das ist ja auch eine gute Idee mit den Tauhaidos, ne? Ich glaube, die geben so gut die P, weil sie so groß sind. Welches Level bin ich denn jetzt? Das bin ich doch ich. Das bin doch ich hier, Bulkdog. Lässt da kennen Sie mich. Ich bin sogar ein Shiny. Ja, du bist ein Shiny. Okay. Und du bist bei English Level 100. Also, du wirst heute auf jeden Fall noch Level 100. Ja, man. Ich will auf jeden Fall meinen Glurak haben. Auf jeden Fall. Echt? Du willst keinen Latschie? Du willst wirklich einen Glurak? Nein! Ich will keinen scheiß Latschie. Ich will nur mein geiles Glurak. Okay. Wobei, jetzt wo du es sagst, Sacrum ist auch echt cool. Wenn ich einmal Shadow sein will, kann ich dir meins von mir geben. Das darf aber nicht Level 100 sein. Ja, ja. Ach so, scheiße. Ich gebe dir ein gehacktes Mar-Shadow. Er freut sich. Nein. Ich habe noch Mar-Shadow. Es ist nur runtergestuft worden. Es ist nur runtergestuft worden. Ich habe nur Mar-Shadows Level 50 und die sind all aus durch Events. Okay, du kannst mir mal ein Mar-Shadow geben. Ich hätte dir Beispiel ein Level 1 Dialga oder Giratina gegeben. Das wäre auch alles möglich. Ich überlege gerade, welches ist einfach an den legendären, so meine... Level 1 Mar-Shadow. Legendären finde ich eigentlich Regierab im Kult. Aber Klu-Rack ist noch... Aber Klu-Rack ist noch... Es ist legit. Es ist, es ist legit. Ich mache... Ich mache... Ich mache... Ich lasse es... Ich lasse es noch auf Level 1 machen. Aber sobald es Level 100 erreicht, ist es automatisch wieder legit. Hört mir gar nichts zu. Level 1 machen und wenn es 100 erreicht, ist es legit. Automatisch legit, ja. Dass du es überall nutzen kannst, ohne dass Probleme kommen. Und das ist erst ab Level 100 dann nutzen. Weil es steht ja erhalten ab Level 100, aber es wäre dann Level 1. Das ist ja dann der Fehler. Und sobald es Level 100 erreicht, mit sonstigen dies, das, ist es dann wieder legit. Level... Gib mir Zeit. Ich will jetzt 100 werten, ich will meinen scheiß Glorack. Aber warte mal, es muss schon bald kommen. Ich will aber ein Shiny Glorack sein, ne? Boah, wo soll ich das jetzt noch hernehmen? Nee, ähm... Diese Woche kommt Shiny Glorack in den Raids. Community Day. Willst du noch warten? Warten, bis ich das habe. Was? Na, ich mein, Bulky, ob er denn noch warten will, bis ich die Shiny Glumandas habe. Nein, ey, nicht für ein normales Glumandas, war ein Witz. Jeder, der mich kennt, müsste wissen, dass ich das Glorack nur in der Originalform cool finde. Ich finde den Schwarz richtig nice. Also Dynamax sieht auch nicht schlecht aus, auf jeden Fall. Glurack Y in Schwarz, wah, nice. Okay, Y, das ist X, Digga. X ist Schwarz. Ich mein nicht die Sachenform. Er meint die Megaentwicklung in Y, in der Megaentwicklung in Shiny. Achso, Megaentwicklung in Shiny, ja, okay, ja. X sieht viel cool aus. Weil es sieht noch aus. Ja, aber du musst wissen. Und es sieht so ein bisschen wie noch mit so aufgemotzt aus, weißt du? Du musst aber wissen, dass das X Glorack stärker ist als das Y Glorack. Ja, ich weiß, es geht mir um die Optik. 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 Ich muss verstehen, Bro, ich bin ein Optiker. Ja, ja, von der Optik ist Y best zwar, das muss ich zugeben, aber von der Stärke ist leider Glorack X am besten. No, ich bin cool, ich bin auch. Ja, 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 ja. Jetzt eigentlich, das habe ich dich gestern schon mal gefragt, Fabio, Alter, ist das eigentlich deine Antwort auf jede Spitze von mir jetzt eigentlich dummer, sexischer Akzent? Also ist das alles, was ihr irgendwie zum Kontern könnt? Naja, weil was anderes kommt nicht. Nimm das doch als dein Schutzschild. Als Schutzschild. Anderes kommt halt, nee, wenn ihr seid low einfach. Seid dann einfach tolle low. Ja, sagt das, perfekt. Wir können bei uns dann bleiben. Wir können nichts anderes außer das. Genau. Und du kannst alles andere. Das ist doch besser. Raid ist offen. Maschine. Was? Ja. Scheiß, wie war das? Du prallarsch. Was? Du prallarsch. Ich habe halt nicht Bock, mir das jeden Abend anzuhören. Ja, okay. Fabio unterlass das. Was? Ja, einfach mal was Neues infallen lassen. Ich verplan, die lachen halt trotzdem jedes Mal mit. German Limmelwolf in London. Das ist nervig, dieses Tippi-Stream. Das ist nervig, dieses Tippi-Stream. Was? Fünf Pokémon fehlen auch nur ausgehend. Was für ein Arbeiter? Keine Klarnamen, bitte. Klar, was heißt das? Was ist ein Klarname? Ein Klarname ist der Name, der auf deinem Puzzle steht. Wusste ich jetzt auch nicht. Ah ja. Er hat so einfach keine echten Namen, weißt du? Ich bin... Das will ich jetzt. Er wollte extra, extra so. Bleib bei Kuhn. Ist besser. Och, Kuhn. Du bist immer so aggressiv. Nee, ich sage bloß, wenn mir was auf den Sack geht, ist das halt nur schon mit Aggressivität zu tun. Okay. Aber weil ich wäre dafür... Ich kann das voll verstehen, wenn du mal einen Joint rauchen würdest. Mach ich. Schau mal, ableg mich hin. Fieber hat mich dann doch schon ausgelobt. Schau mal, was vom Tippi ist zu. Sorry, ich bin komplett kaputt. Mach das immer. Erhol dich etwas. Oh Mann. Mein Name ist Winnick Winston. Winnick Winston. Bis morgen, Emma. Bis morgen. Wahrscheinlich kommt Emma eh irgendwann, wenn wir offline gehen würde, auf Online. Naja. Emma steht immer um 6 auf. Du musst ganz Zeit Sachen ausbessern. Das ist richtig Fummi. Ich bearbeite das jetzt in Photoshop. Kann ich irgendwas in Photoshop fixieren, egal wenn ich was mache, dass ich nicht aus Versehen was verstelle, ohne es zu merken. Beziehungsweise, guck, das ist gesperrt. So eine Ebene sperren. Geht das? Clony? Ebene sperren? Ja. Wie? Da ist so ein Schloss, was du einklicken musst, um bei den Ebenen... Ah, ja, super. Ey, guck mal, ne? Plan ihn mal. Ich schläge... Ich geb dir meine Cousine. Scheiße. Wo die Shiny Raids herkommen... Na, die MK macht die ja... Die sind auch alle legit. Der sucht die halt... die Woche über. Speichert vorher, wenn er Ends hat. Und jetzt halt immer wieder raus und lädt die neu und macht sie immer wieder neu auf. Kennt ihr von Southpuck, der Kuhn? Na, klar. Daran erinnert mich jetzt ein bisschen der Name Kuhn. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nö. Achso, okay. Achso, cool. Manchmal denke ich, du willst den ein oder anderen... Oh, nein. Messer, Messer gegen. Er ist die Freundin von Cartman nochmal? Von Cartman, ne? Die finde ich am coolsten. Das ist eigentlich mein Lieblings-Southpark-Charakter. Darf man auch mehrere scheinliche Riolu haben? Weil ich würde gerne eins mit mindestens fünfmal perfekt haben. Die haben immer die gleichen DVs. Weil es ja eigentlich immer das gleiche Pokémon ist. Aber du kannst dir auch mehrere holen. so viel du willst losgehen. Planlos, planlos. Boah, ich muss wohl aufs Clou. Boah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Jetzt will ich aber wissen, wie die Freundin von Cartman heißt. Ich gucke gerade selber. Ich gucke dich hoch, ja. Morgen hört für uns eiskalt, ich spüle aus. Hurra, hurra, die Schulab. Corona, ich schwöre. Lehrer, alle Quarantäne. Meine ganze Klasse ist Quarantäne, außer ich, weil ich letzte Woche krank war. Deswegen, sonst dürfte ich nicht London wahrscheinlich. Digga, du musst mit, du, ich habe jetzt gezahlt für dich, Lömmel. Ja, wenn ich jetzt karantäne muss, dann kann ich. Digga, ich zieh dich über die Grenze, ist mir egal. Du kommst mit. Ich zieh dich an den Ohren darüber, ja. Heidi Turner heißt sie. Verdammte, Scheiße. Hä? Warum? Bist du? Oh, ja. Nee. Ah, 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 ah. Das geht. So geht das aber nicht. Boah, okay, das sieht. Auf jeden, das macht immer Überschreit für, okay, wir machen das seit Dienstag, Donnerstag und Samstag, seit siebten mal drei Shinies du kannst auch im Discord die Shinies wünschen. Ja, da gibt's einen Channel, da kümmert sich auch DMK drum. Da erst verraten wir in London waren. Viel Spaß. Nein, weiß ich nicht. Discord, ich weiß nicht, ob du schon drinnen bist, aber wahrscheinlich schon. Da gibt's einen Channel, der heißt Shiny Wishlist und da kannst du einfach das Shiny, was du gerne haben möchtest, reinposten und DMK nimmt das auf die Liste und organisiert das. Ähm, Funny? Hm. Wo ist es? Ist ja gesagt, man kann ja danach Legis nehmen, aber die Legis müssen auch unbenennbar sein oder nicht? Ja, schon. Dann heißt Marschadow, würde ja nicht klappen, weil es ja über Event ist. Okay. Ja. Ich hab die ja schon in Marschadow gegeben, das konnten wir auch nicht umbenennen. Wäre blöd, wenn ich jetzt ein zweites Marschadow habe, wo ich dann auch nicht umbenennen kann und dann weiß ich nie, wer wer ist und so, das ist ein bisschen blöd. Ich hab noch paar Shinies parat, ich hab bestimmt was für nicht. Aus Pokémon Home. Galaborn. Gib dir ein Shiny. Ich überlege nun, wie ich bin, ne? Och, Bulky. Level 99. Was? Was? Hempstatt. Hype in den Chat. Hype in den Chat. Ich bin ... Ich bin ... ... ... ... ... ... ... ... Kaka vergessen, Command zu verändern, die im Kenyan musste nur Lipps sein, weil mein PC aus ist. Oh. Hype, Hype, Hype. Hype. Was ich nice bei Twitch finde ich auf Pokémon selber einfach solche Emojis machen, ohne dass du da Probleme kriegst. Hm. Sind ja nicht verstrengt. So. Wo ist jetzt ... 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 Ich hab noch eine Seite gefunden. Was? Der Iggy. Jetzt hab ich hier mal drauf gedrückt, dann steht das schon wieder im Chat. Nein, okay. Warum übernimmt dieses kosher Tibi-Stream das nicht? Ich find's zum Kotzen. Nehm ihn, Kamehameha. Ich drück regelmäßig immer mal drauf. Scheiß Tibi-Stream, man. Deswegen guck ich auch die ganze Zeit. Was hast du für mich als Alternativlösung, damit ich mich als Person wieder freue? Hm. Also du schuldigst mir ein Rai quasi. Und da sagst du einfach mir nein. Das kriegst du schon mal drauf. Hey, ich kann ja doch keine Läschi geben. Die anderen müssen alle drauf sparen. Das ist doch shit. Mach doch nicht so, Brate. Wir gehen nach London brüderlich, verstehst du? Brüderlich. Da geb ich dir auf jeden Fall in aus. Der Tiktok immer noch nicht, ey. Franz versteht das nicht. Er versteht das nicht. Er geb ich dir halt ne Cola aus. Er versteht uns nicht. So wie so sein Papa auf den kleinen Sohn. Hier mein Junge, ich geb mir Cola aus. Kriegst noch einen Lali dazu. Am Mund weit auf. Ich will aber nicht. Nein Bruder, das fällt mir zu viel. Okay. Wir werden immer Jambalamba machen. Tschö. 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 Oh. Ich schieb dir immer was durch Fabio auf WhatsApp. Ja. Ich bin, im Yahoo seh ich sie ja. Du hast halt schon auf den Donation Button geklickt, oder? Natürlich. Dann kam Streamlabs auf diese Donation Seite. Streamlabs hat ihr sogar selber einen Chat gesackiert für die Donation. Es ist auf jeden Fall bei Streamlabs. Mit PayPal hab ich gezahlt. 10.000 Euro. 10 Millionen ist ja nix. Hab ich ja auch mal grad so auf dem Konto. Könnt ich grad mal runter holen. Er meint diese türkische Lirala. Lirala. Oder Rupees. Oder wie das heißt. Sein Indien. Die sind ja auch nix wert. Rupees sind hart wert. Rupees sind hart wert. Ja. Wacht auf. Steins hier. Da war er im Moment. Geht drauf. Keine Pharma und mit einem Werken, Geht drauf. Geht drauf. Geht drauf. Montana Black, Junge, entschuldige Hä, warum geht das jetzt alles nicht mehr? Oh man, voll lost einfach Doch, coole Cooleyboy Cooleyboy Jo, ich muss mal kurz weg, ich denke ich komm nochmal wieder Bis später Bis später Äh, irgendwie machts gerade Faxen, wer ist Okay, das funktioniert schon So Ist der Spitzbube, oieh Hey, ich bin der Spitzbube, oieh Ich könnte mir nicht vorstellen, dass das über Streamlabs halt deswegen nicht funktioniert, weil das... Aber alle anderen drücken doch auf den Donation Button und kommen dann zu Tipi streamen und nicht zu Streamlabs Deswegen wundert es mich gerade, dass du zu Streamlabs kamst Was? Mich wundert es, dass du zu Streamlabs kamst und nicht zu Tipi streamen Ich habe da eine ganz andere, ich habe da eine Tipi stream Donation Seite Tja Tja, Lisa, aber nicht bei deinen Twitchern geliebt Also hast du das Haupt genommen Ich habe da aber nichts geändert Also ich klicke auf, wenn ich jetzt hier unten auf deinen Donate Banner klicke Donate Hm, ich muss das mal selber ausprobieren, denn Kümmer ich mich mal nach dem Stream drum Kümmer ich mich mal nach dem Stream drum Es werden dann erst mal 10 Millionen getippt Kann ja ruhig sein Hm, jetzt wirst du reich Hm, ich bin kurz weg Nachschauen, welche Pokémon mir fehlen Und dann auf Youtube, wo man die bekommt Mach des, NoSkin, mach des Welche fehlen, ja ok Da braucht man noch mehr Poké Hm Hm Oh, noch einen, noch einen Mob killen Ja, ist doch Level Up Ich mach schon mal die nächsten Rates Fabio Was? Ja, ich weiß, 99 hast doch schon gesagt Ja, aber das ist jetzt der letzte Mob, den wir töten Was? Da muss ich zugucken Dann machst du mir mein geiles Glurak Dann mach mal Glurak Dann mach mal Glurak Das vierte oder das fünste Dafür klappt schon auch Naja, aber trotzdem sehe ich nie, wenn ich bei dir zugucke, einen Glurak in der Gruppe Das stimmt Spielt keiner Deswegen werde ich trotzdem unique sein Mhm Boah, ich schwöre, mein Layover Ohne Scheiß ist, gefällt mir einfach Boogie Level 100 Boogie Level 100 Hi meine Chat Hype 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 So, dann Müssen wir hier mal zum Pokémon Züchter Hi So Red ist offen Red ist offen Machen wir kurz mal mit Dass ich hier mal noch ein paar Riode auskriege Ich hab nämlich erst drei Ich hab nämlich erst drei Jo Das ist niemals 24 Wer ist 24 Naja, die Schriftgröße hier Alles Gjambalamba Ich schwöre Das ist aber die gleiche Schriftart Dann können wir alle mal wieder Kämmer machen und bei Planen, komm, dann machen wir wieder Abo-saufen heute, Abo-saufen. Ha! Abo-saufen! Einfach so! Einfach mal ne Runde Abo-saufen. Na, wegen mir? Mach ich mir nen schönen Margarita hier, klar, ist alles easy. Kroon ist auch dabei. Am Freitag muss ich auch schon wieder zum Saufen eingeladen. Ich muss schon wieder nen Barkeeper machen. Ist am Freitag auch nischt mit Streaming. Malamba, Mann. Ey, Balkan, wie hast du das gemacht, dass es von links nach rechts läuft? Ähm... Achso, guckst du grad bei mir? Ne, eigentlich nicht. Na, guck mal, guck mal bei mir. Ich zeig dir, ich bin grad aufs Teamlapse. Du wirst doch, ich find dich nicht. Ja? Okay. Ähm, sie klicken. Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Ja? Ja? Mögen? Ja, ich lengths. Ja? 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 Und wir können dann natürlich auch mal EV-Training machen mit keine Finger, da muss ich ein Plus rein machen Und dann, ja, ja Und wie heißt das? Schärfen? Ach, scrollen Ah, okay Rollen muss ich erst mal erstellen Das gibt's ja noch nicht Ich mach Fullspeed, alter So was keiner lesen kann Ja, das ist ja richtig schnell Digga, da kriegst du ja zum Teil Augengriff Was hast du für den Speed reingeballert? Acht oder was? Fünfzehn Das ist schon fast so schnell Zehn Wir bekennen Breite Ich schicke dir was Okay Ich glaube, ich muss das in der gleichen Farbe Was ist was? Digga, irgendwas vibriert hier Wo ist mein Handy? Ich weiß nicht mehr, wo mein Handy ist Ah, hier Digga, meine Mutter ist dieses Jahr schon Ich glaube das dritte Mal im Urlaub Äh, sie ist echt verrückt, alter Ich guck mal ein Video an Mit dem So, kommt der Und jetzt Ich hab's Dreh Und sie gesteckt Du weißt du? Das ist ja so Raten Was ist mit dem Gärene Na, der Kamos Bis Eine Runde Schluft Blau He Na? Dreh Ich hab's hier Oh zähl Stich, schnell, schnell, schnell Ein Mann, einmal der Klingge Das ist ganz hau Eine Runde Und dass hier Eine Runde Und dass hier Dregger Eine Runde Das ist ein Runde Klingel Okay Der kriegt dann auch Angst vor dem Dick-Man, Alter, oder? Das ist jetzt so laut, Leute! So lustig alleine, ganz ehrlich, klar! So lustig alleine! So lustig alleine! Hätte ihn auch zusammengeschlagen, glaub ich, den Typ, ey. So auf Filter, aber warte mal. Ich feier den, ich weiß auch nicht, ob ich feier den. Alter, Digga, der geht einfach querbeet, Alter. Naja, jetzt hab ich das eingestellt, aber wie mach ich denn? Reite... Kann ich denn jetzt... Ich weiß nicht, dass der ganze Name da aktuell ist. Das ist echt kompliziert, Alter. Lampi-Jamba-Lamba. Hä, jetzt hab ich... Aber... Warte mal... Bei dir ist das... Bei mir ist das... Bei mir ist... Hä, bei mir... Ja, bei mir... Ich hab das grad nicht... Bei mir ist das nicht der ganze Name drin, ne? Also wenn du Scrollen anmachst, ne? Moment... Also selber Filter... Man muss doch die Breite hier einstellen. Ah, okay, okay. Breite begrenzt. Ich hab irgendwie 300 und Höhe 30. Und Geschwindigkeit habe ich 12, nicht 15. Entschuldigung. Planen. Hm? So... Ja, ich hab dich mal. Also, ich hab dich gerne gesehen. Ja. So... Ich hab dich mal gesehen. Wie ist das? So... Und... Wasicki sind ein bis zum Valor? Wie ist das? Was ist es? Was ist das? Und? Was ist das? Einmal? Wie ist das? Und... Wie ist das? Was ist das? Saj theat, wie ist das? Kannst du das die ganze Zeit? Ich kann leider nur so 140 ungefähr machen Aber ich will dir was zeigen, was ich mir gegönnt habe Okay Hey, warte mal Wie verteilen wir denn die EVs bei dir? Bei mir? Bei Chlorakis glaube ich, was ist der Spezialangriff, oder? Bei Morpeco Achso, er ist ja jetzt nicht wirklich stark, keine Ahnung wie man den spielt, wenn man den überhaupt spielt Macht nichts Was hab ich bekommen? Ja, was ist das? Akademie? Nehmen wir so Pokémonkarten Okay Da sind 3 Decks drinnen, 25 Euro Okay Guck hier hinten, ich weiß ob es ein richtiges große Spielbrett oder so für Pokémonkarten Okay Du hast ein Mewtwo, Flurak und Raichu Deck Ja, nice Ja, nice Nice Ähm Ja Ja Das ist sowas, aber das ist ja bekannt was drin ist, dass ich jetzt keine Booster drin denke ich Deswegen mach ich das jetzt mal auf, ja Was? Pack Opening oder was hier? Ja Ja Nein, nicht Pack Opening Ich hab so, kennst du das hier planen? Siehst du meine Camp? Oder? Can you see it, Bro? Mh Ah ne, oder jetzt hab ich hier den Stream Kampf Akademie Oho Was ist das denn? Ich weiß nicht, das ist irgendwie so Spielbrett mäßig Aber da sind noch, äh, das sind Pokémonkarten Da sind noch 3 Decks drinnen Och Mewtwo GX, Flurak GX und Raichu Also Limitiert oder wat? Keine Ahnung, hat meine Freundin mir benutzt Krass Beste Freundin Das ist alles Erziehungssache, Plani Vorsichtig Ja, äh Meine Kinder wurden Fabio schlüpft Was, ich schlüpfe? Nice Warum heult der Junge die ganze Zeit Ja, nur so heulen die Kinder in der Nacht Vor allem war ich hier Ich krieg den Spitzen an ihn gegeben Ach man Kää? Warum? Bei, bei mir Barkan Bist du überhaupt da? Du bist jetzt in der Küche oder so, ne? Nee, ich bin wieder da Ich hab grad meinen Sohn eingeläfft Er ist zum Schlafen gebracht Zwar, weil wir ja sagen einschläfern Mein Sohn eingeschläfert Alter, das sieht komplett aus So, jetzt hier, ich mach das mal auf Ja, Digga, helf mir erstmal kurz, Digga, bitte Ich versteh das hier nicht Ich hab jetzt, äh, bei mir Jambalamba Geh mal Das ist ein kleines Pokémon Was soll ich machen? Nicht wahr, Will OBS, okay Ja Ja Bist du? Soll ich eröffnen parallel? Jaja Lass mal reingehen Weil bei dir läuft die ganze Zeit da einer Bei mir macht er das nicht Warte, will ich aber auch einblenden hier, ne? Bitte? Das will ich aber einblenden, wenn du das hier aufmachst Okay, mach ich dann gleich Ich sag dir Bescheid, Promo Guck, bei dir läuft das die ganze Zeit Ununterbrochen Also zumindest mit dem OBS Und bei mir im OBS Alles klar, IG Er läuft aber nicht drinnen Er läuft aber nicht drinnen Er läuft aber nicht drinnen Nur wenn ich wiederholen mache Wenn ich wiederholen raus mache Läuft er nicht weiter Geh dann nochmal bei dir in die Einstellung rein Moment Ich hab jetzt auch alles die Geschwindigkeit eingestellt Ist ja morgen wieder DBZ Morgen ist doch wieder Mittwoch Eigentlich schon Bei der Schrift, ne? Also wenn die Capture Card nicht wieder so rumspinnt Ich weiß nicht, was da mit der Playstation los ist Genau das Bei dir hast du wiederholen Aber du hast da so einen Abstand drin oder so Ich könnt mir vorstellen, dass das an diesem Ding mit der VR-Brille liegt Bei mir? Weißt du, wie das bei mir aussieht? Bei der Switch überhaupt nicht Guck mal, ich hab einen Namen und dann hab ich hier nochmal selber Leerzeichen gemacht Was ist das? Warte mal, warte mal Wo hast du das jetzt gemacht? Hä? Hier, Eigenschaften Ah ok, das ist Eigenschaften Und dann bei Label, da hab ich so Bisschen Abstand gemacht Okay, ich dachte, dass du das sagst Das hab ich noch nicht bei Dings gemacht Bei... Das hat er bei mir aber nicht über... Warte auch jetzt Ja, dann... Klar Ich bin morgen auf jeden Fall wieder DBZ Mit... Mit dem kleinen Lümmel Shouzou Oh yeah So, Moment Das ist jetzt für meinen Switch Fuck Ja, du musst jetzt aber hier mal sagen, wie man hier Morpeko, ne? Ja, Dicker, ich hab keine Ahnung, wie man den spielt, ich weiß es nicht. Mach irgendwie so, wie du denkst. Ich weiß es echt nicht. Soll ich mal gucken, wie man Morpeko spielt? Kannst du das ja machen, ich hab echt keine Ahnung. Ich mach das auf Smogon. Wie heißt Morpeko auch? Morpeko auf andere Sprachen? Aber das ist doch der Dender, den ich hab. Morpeko heißt in Englisch auch so. Der Denne sieht anders aus. Hat so Schnurrbarthaare noch. Also was ich finde ist hier einmal Offensive Support, Wallbreaker, Offensive Substitute, also einmal mit Überreste, Live Orb, Choice Band, also Weitschal, Uda, irgendwelche schwere Spiele. Wait is open. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob ich das animiert überhaupt haben will. Sollte voll Attacke und volle Geschwindigkeit haben. Pfuh, empfiehlt mir das einfach, ich kenn auf jeden Fall. Ja, ja. Es sollte auf jeden Fall. Also was heißt nochmal Jolly auf Englisch? Frohe, vielleicht oder froh. Sollte ich googeln mal parallel. Jolly ist froh, ja, froh. Also es sollte froh sein. Sollte voll Attacke und volle Geschwindigkeit haben. Also physische Attacke? Protein also? Auf 2, 5, 2. Mhm. Und dasselbe auch auf Initiative. Wenn ich jetzt Filter rausnehme. Und die letzten 8? Äh, in Verteidigung. Verteidigung ist Eisen, ne? Uff. Moment, ich schau mal. Also physische Verteidigung meinst du, nicht Spezialverteidigung? Genau, genau. Physisch. So, Item ist, äh, Plateauschuhe. Moment, ich bin noch... Das brauche ich auf jeden Fall. 26 Mal, ja. Dann... Carbon. 26 Mal. Und Eisen. Einmal. Einmal. Okay, EV-Training fertig. Natur, froh? Dann müssen wir mal gucken, also ich... Ob ich jetzt frohes Besen schon da habe. Ansonsten kann ich gucken, ob ich dir eine Minze gebe. Minze habe ich auch. Alle Minzen 99, blablabla. Rate ist offen. Ich habe, äh, ist Heißhunger-Fähigkeit. Heißhunger-Fähigkeit. Und Wesen ist froh. Wesen ist froh. Passt. Kann man spielen, ja. Ja, super. Ja, nein. Okay, und Plateauschuhe als Item? Na, äh, DV muss ich noch machen. Also Item mache ich jetzt nicht unbedingt direkt drauf. Doch! Ich will jetzt aber... Du hast einen DV, hast du doch schon oder nicht? DV. Weil KP ist schlecht, Angriff nicht übel, Verteidigung nicht übel, Initiative nicht übel. Ich müsste einen Goldkronenkurken drauf packen. Ach so, das meinst du. Ja, das kann ich ja nicht machen. Da kannst du ja alles voll machen, außer Spezialangriff kannst du ignorieren. Ja? Guck mal, ich hab noch einen Goldkronenkurken. Also alles auf 31, außer Spezialangriff kannst du inkorieren. Mhm. Oh, Silberkronenkurken nur noch. Ich mach den Rated neu auf. Ähm, fuck, ich müsste vier gesilber... Hat der dann... Nehm ich vier Silberkronenkurken oder... Hat jemand noch einen Goldkronenkurken übrig? Ich nicht. Ich, ja... Ein klein, ich geb dir was. Geil. Hältes Opfer. Hast du zufällig die vererbte Attacke Abgangstirade? Nee. Ist ne Zuchtattacke. Kann man ja aber noch nachträglich drauf machen, ne? Mhm. Du kennst ja den Trick mit Tansion, ne? Mhm. Ich brauch dann halt nur eins, was das denn hat. Hm. So. Also. Du brauchst einen Goldkronenkurken. Mhm. Okay. Okay. Toschko 369369, zweimal die Null. 369369, zweimal die Null. Null. Nö, zweimal die Null. Okay. Ich bin grad noch im Raid. Ich mach den jetzt schon mal für dich dann. Ja, mach mal rein, das ist das eh One-Hit. Nee, deswegen. Schon mal. Mhm. Ich muss bald gar nicht so lange warten. Du kannst ja heimlich, ähm, das Sandama mir geben und dann kommst du plötzlich Level 100 zurück. Das ist doch auch unfair. Das ist doch auch unfair. Der macht ja nur halb so viel Spaß. Ich musste ja Sandama nehmen, jetzt hast du ja Open-End-Werlet. Ja. Du hast mich hops genossen. Ich wollt's doch in Sandama, oder? Nein. Ich wollte damals Lucario, ich wollte Snebuna, ich hab Cherox, ich hab alles aufgezählt. Alles schon vergeht. Alles schon vergeht, verdammt. Ist okay. Ja, das nächste ist denn... Ah ja, das nächste. Und... Also spätestens nächste Woche, denk ich mal, bis auf jeden Fall 100. Es wird... Nichts. Ja. Du bist ein bisschen Jambalamba 369, 369, zweimal die 0 Oh, gib mir ein Ei Das ist aber ein spezielles Ei Ich muss mich nicht schlüpfen lassen Ist nur ein Karpador, geht schnell Da ich halt nicht Shiny hunte und nicht breede Ist das immer eklig für mich Zum tauschen Pokémon extra zu fangen Zählt wesentlich schneller Einfach was in die Pension abzuheben Dreimal am Kreisfahren abholen Kreisfahren abholen Ja, ich möchte deine Liga-Karte haben Deine speziellen Eier sind Trash Was? Hattest du kein Glück mit meinen Eiern? Emma? Hä, ich dachte, ich wollte pennen gehen Das weiß ich aber auch gerade Ich gucke doch vom Fernseher zu Hat sie gesagt So Das reicht mir Er hat die Eier erwähnt Versaut, versaut Das Glumander packen wir mal hier Das versaut ist versaut Ne, versaut, versaut Sag ich Bisschen Jambalamba, Jungs, alles gut Hast du es hinbekommen jetzt, Fabi, ne? Mhm Ah, ich weiß dann nicht, ob ich das mit Animationen mache oder nicht Ist mir zu warm Emma ist zu warm Ach man, abends Emma Ein ausgehendes Operation Oh je Was können wir denn mal fürs Emmerchen tun? Bisschen Pusten Ja Bisschen Jambalamba Oder weil das war so ein Spaß hier auf dem Video, ne? Ich schwöre, ich musste so lachen Er sagt einfach, willst du mehr löschen? Ja hier, er holt auf einmal Chupa Chup raus Hier bitte nur ein bisschen Mesen passt, EVs passen, EVs passen Was fehlt? Ich habe Aura-Rad, Kugelsat, Knirscher, Funkensprung Welche Attacken braucht man noch? Achso, warte Also wir hatten diese Aura-Rad Genau, Abgangstirade Superzahn Superzahn? Ja Das ist bestimmt eine Attacke, die sie gelernt hat irgendwann, ne? Moment, ich schau mal kurz Superzahn Oh, kurz den Pokémon Center Oh, Durchzucht Superfank ist eine Zuchtattacke Na ja, kriegen wir ja auch vererbt Muss man uns halt bloß mal mit beschäftigen Und, äh, Turbodreher Rapid Spin Was gehört? Was? Turbodreher habe ich hier auch nicht Aber ich werde voll Hops genommen Bisschen Jambalamba So, Turbodreher, wie erlernt es noch, Pico Aufdurchzucht, ach du Scheiße 3 Zuchtattacken Abgangstirade, Jambalamba Nein, Abgangstirade Superzahn und Turbodreher Kannst dir notieren Was geht denn? Hey, jetzt macht Samu mir fit Nee Nee, mach da nicht Wenn du willst, tausch es mir kurz rüber und ich mach das schnell Ehrlich? Ja, solange du nicht Samu's Hilfe nimmst, mach ich das gerne Naja, dann Nochmal Nochmal, 369, 369, 7 oder 0 Hoch Ja, warum sind die unterschiedlich groß? Ich raste aus Okay Jetzt ist Feierabend Jetzt werde ich ab Jetzt 2% Spawn Chance Von was denn rausgehen Jetzt werde ich schon das Fenster aufgemacht, Emma Obwohl, schwitzen ist doch auch gut bei Fieber Immer schön schwitzen Oh, das ist Schein Das ist glaube ich behaltlich Jetzt bist du körperlich, Bulgy Was? Ich höre gerade nicht zu Dein 100-Domber-Pick bricht laut Boah, ich bin manchmal unfähig, Alter Mit so Kleinigkeiten, ey Ich hasse dich So, Plani hat dir Bulk dazu geschickt Jawoll Die wunderbaren, kaum nervenden Zenlong 2% super Viel Spaß, mach das Suchen Ja Es sind doch noch Leute da Die dir eins geben können, oder? Eins züchten können Musst du eigentlich selber suchen Ich glaube, ich habe selber auch noch Kenz Und Zenlong Braucht einen losgehen Kann ich ihm besorgen, wenn er Geduld hat Aber wie gesagt, nur für den Dex, ne? Kann man das nicht züchten? Doch, aber Einmal kurz hin und her tauschen Dann hat er es auch sofort Ja, aber ich habe ja trotzdem immer Ernzerne, die irgendwo rumliegen Auf Home oder so Dass wenn ich mal eins Ich habe ja Living Dex Ich habe ja alle Poké Sowieso Mhm Nur halt, wenn ich ihm jetzt Meinen Zenlong gebe Habe ich keins mehr Deswegen Vielleicht schnell zur Pension Ei machen und ihm das Ei geben Oder Weiß ich nicht Je nachdem wie er das halt Also Das muss natürlich Nosekin wissen Wenn es ihm reicht Dass das nur Für den Dex ist Ich meine die anderen Wenn es für Dex ist kein Problem Züchten kann ich auch Aber dann Muss man kurz warten Ja Also dafür würde ich auch lieber warten Ein und für sich brauche ich 11 Hohen und 3 Hohen Ja Nur für den Dex Zenlong möchte ich selber fahren Achso Ich möchte Original Trainer haben Ja, sonst mache ich ihn dann Ei Kein Ding Ich glaube Theorie Vielleicht habe ich ihn sogar im Ultraball So, jetzt einmal Linktausch Egi wird ja auch Können wir mal kurz Bestandscheck machen Oh, ich tausche aus Egi wird auf jeden Fall Auch noch Level 100 heute Oder Ist Egi nicht mehr da? Ich höre ihn gar nicht Egi ist hier Achso Im Stream Aber nicht im Discord Das meine ich Hm Egi ist da Einzelne Eins Schreibt Eins Eikern NoSkin Bin auch nicht da Bulky auch nicht Ach komm Ich bin auch da Alter Ich kriege das Boah Mann Ich hasse das Manchmal Diese Technik Ja Das geht auch Sauer Ich brauche was zum Snacken Wo ist denn das Das bin Das bin Wenn man ihn braucht Komisches TipiStream macht nicht was es soll Nervig Boah Digga Ich schlag gleich das Ding zusammen Weil kein Anspruch dann hilft Boah Diggaich ich hechte sofort Bro Ich mach nur grad hier für Plani was Abgemacht Bro Oder nicht Ja ich ganz sicher Was Das kack Ich bin so happy alter Einer meiner Arbeitskollegen fliegt vielleicht aus der Tür Was Das macht dich happy Ja Ja Er ist ein Welt ist offen Ich komm gleich rein Ja ja lass dir Zeit Ich würde gerne noch ein paar Rankämpfe machen Einfach auch um Eggy heute nicht 100 werden zu lassen Das kann man nämlich besser als Thumbnail machen Nämlich wenn ich heute What the fuck Ne Es geht um das Thumbnail Dass du dein eigenes Thumbnail hast Weißt du Weil wenn ich Heute ist Bulky 100 geworden Und jetzt mach ich im YouTube für das Video heute Mit Bulky's Pokemon und äh Bulkdok wird Level 100 Das ist aber nicht Das ist aber blöd Wenn Bulkdok und Eggy werden Level 100 Und wüsste Das ist irgendwie Der Lohr Intern wird eh hingerichtet Wenn er 100 ist Dachte wir wären uns einig Hingerichtet Wieso? Boah Muttendale löscht Der ist doch super Da ist wohl jemand nicht mit seinem Pokemon zufrieden Was willst du denn eigentlich als nächstes haben? Raupi Wollte einen Enthorn, stimmt Wollte einen Enthorn haben Mit einem Ewigstein Dürfte jetzt alles eine Größe sein Ach, keine Ahnung Elektro-Fett Ich mach nochmal den Reden, Ari Ach, scheiße, ja, stimmt Ich wollte ja joinen Scheiße, ich wollte hin Da war ja was Egal, ich mach das Ach, warte mal Ich geb nochmal den Command ein Hat Emma doch schon Das seh ich grad nicht Ne, der ist schon wieder größer, oder? Achso, da oben Ja, ich würde Ist offen Ich glaube, ich habe es doch so halbwegs verstanden Wollen wir denn WoW spielen zusammen oder Balkan macht ja hier gerade noch MoPeko fertig BoconoPeko was? BoconoPeko Der will ja mal das Falschte hören Stimmt doch gar nicht Ich weiß nicht, ob wir denn WoW spielen wollen Ich soll doch gleich noch mal ein Dings öffnen Meine Karten, Mensch Achso, stimmt Mensch, wir haben ja eine richtige To-Do-Liste hier So, MoPeko ist fertig Oh, what? Wie hast du das so schnell gemacht? Wie hast du das so schnell gemacht? Zauberei, ich habe schon einen Peko Aha, genau den Attacken oder was? Man nimmt ein Pokémon mit der Fähigkeit Flammkörper und dann machst du das so Dann reduziert sich die Hälfte hier Bei Kans Blick Ich habe nicht verstanden, was du jetzt redest Nee, die im Kärchen weiß nicht, was wir machen wollen Ich dachte einfach nur, dass ich Attacken Attacken, weiter Können wir Elfuhl und Rionio für den Dex-Eintrag kurz tauschen? Klar Oh je Macht die im Kärchen bestimmt, oder? Ich glaube, das ist gleich groß Kann ich dir schon mal ein Pokémon geben, was du für mich dann Wenn das Level 100 ist, dass du da mehr nutzen kannst? Hm, ja Okay Dann dauert das so lange So, wie es geht das jetzt hè? Ich hoffe, ich mache mich damit Ich bin hier dieses , dass ihr gesagt Aber nicht passt dann hab ich auf Und was gerade shh Spitz, spitz, tippe, boah, ja. Achso, soll ich Link tauschen? Gleich zwei Minuten. Okay. Nostkin, soll ich dir so lange eins rübertauschen? Okay. 4x6, 4x9. Soll ich noch die Rate Queue? Warum nicht? Kack. Eigenschaften. Ich hab... Ja. Los gehen. Okay. Ich hab... Find ich nix. Hm. Bist du online? Ja, ich hab ja eben auch ein Rate gemacht mit DMK. Ja, ja. Nostkin ist Nostkin online. Was ist hier die Frage? Das ist so ein Pogo, was ich mal von Winston bekommen hab. Welches? Welches? Er hat mir mal ein... Raffel gegeben. Er hat's Fixiebro genannt. Fixiebro. Ja, das könnte... Ja, das könnte... Dieses verdorbene kleine Winnie. Was ist denn? Versautes, kleines Stück, Win! So, am fertig. Am fertig. Was? Neun. Ähm... Komm, du mal bei 4x6, 4x9 drin. Okay. Äh... Deinen Tauschgut mach ich mal, ne? Mhm. Oh, da machst du grad neun. Da machen wir... Exalt. Jetzt hab ich jemanden gefunden. Ich weiß nicht, wer das ist. Was hast du jetzt gemacht, Flanny? Gar nicht. Äh... Luca ist, äh... Nosegate. Gar nicht. Was? Hörst du mich? Aigan? Hm. Was stimmt jetzt nicht mit Discord? Wieso? Weil keiner hört uns nicht, oder? Ach so. Aber du hörst mich. Ja. Ich brauch das Rihonia aber wieder, ne? Das ist eins meiner Follower, Mann. Muss ich das mal finden. Hallo? Ja. Hast du uns, äh... Ja? Wir hören dich wieder. Hm. Ich glaub, es ist ein Soundbag. Geht's wieder? Jetzt hör ich dich. Okay. Das Aranestro hatte ich auch noch nicht. Aranestro ist ein schönes Pokémon. Brauchst du jetzt wieder Nosekin, oder kann ich dir was anderes für das Rihonia geben? Kann ich dir ansonsten, ähm... ...nem Zuschauer zuteilen? Kannst du es aber auch wieder haben. Kannst du es umbenennen? Ich glaube nicht. Hm. Na, zum Glück gar nicht sein Züchten. Genau. Ach, du brauchst es auch wieder. Okay. Macht nix. Aber besuche dich. Warte nicht so schwer. So, nach dem Tausch mach ich direkt dieses eine Opening da. Von meiner Kiste. Hm. Was war es noch? Elf wurden? Okay, das ist perfekt. Wie gesagt, Plan, ich merke dir. Ja, ich... Wenn du was brauchst, Plan, egal welches Pokémon, sag mir Bescheid, ich hab alles. Okay. Merkt. Sonst hab ich aber Schnitzel noch gefragt, aber der ist ja auch grad nicht da. Muss ja immer arbeiten. Schnitzel ist auch okay. Ja. Mal. Moment, jetzt Elf wurden. Wo hab ich denn Elf wurden? Hier. Warte mal. Das ist Elf wurden, oder? Nee. Das ist Kotomi. Was waren... Wo waren Elf wurden nochmal? Hatten wir das mal als Shiny? Ja, hier. Hallo. Falko ist wieder da. Hallo. Bester Mann. Ich hab ihn vermisst. Was geht, mein Freund? Musst du mal kurz? Meine Wille. Oh, seine Freundin und eine Freundin vom Krankenhaus abholen. Oh. Ich hoffe, alles gut. Ja. Ist alles gut. Aber ja, abholen, das heißt ja alles gut. Das ist vorbei. Ja. Hinbringen ist schlimmer. Hinbringen ist schlimmer. Ja. Ja. Da wird doch mir gerade eine geile Dose Paulaner Spezi in der Hand gedrückt, die ich mir jetzt schmecken lassen werde. Schöne Spezi. Du Alkoholiker, ne? Du Alkoholiker, ne? Hä? Spezi? Das ist kein Alkohol drin. Das ist Cola mit... Ich weiß, das ist Paulaner. Ja, okay. Habe ich, glaube ich, auch mal probiert. Brauchst du mir nicht mal wieder? Spezi ist egal von welcher Fabrikation. Egal ob Mezzomix oder Schwüppschwapp oder das ist alles geil. Es schmeckt eh, aber es gibt Unterschiede natürlich auch. Ja, klar. Also ich meine, ich habe, glaube ich, das Paulaner auch mit meiner Freundin... Spezi und Paulaner schmecken halt ein bisschen mehr nach Saft bei Mezzomix. Also Mezzomix schmeckt halt wirklich, als ob der Cola ein anderer zusammenkippst. So, Moment jetzt. Meine Freundin, die macht immer bei Gewinnspielen mit. So jetzt hier bei Instagram und solche Sachen. Mhm. Und da gab es vor ein paar Wochen auf Real so ein Gewinnspiel. Du konntest dich auf der Seite anmelden, da hast du irgendwie so auf der Seite freigerubbelt und dann hast du so gratis Essen und Trinken bekommen und da hat sie so oft mal Bier gewonnen. Darunter aber auch dieses Paulaner-Spezi. War echt lecker eigentlich, Mezzomix. Ja, fett, ja. Sonst hat sich auch mal Oreos gewonnen und so andere Sachen. Boah. Ich hatte mal... Dann habe ich schon 15 E-Mail-Accounts erstellt. Ich habe das jeden Tag gemacht. Sie geht zu Real. Sie packt alles im Wagen. Geht zur Kasse. Alles umsonst. Einen ganzen Einkaufswagen. Gratis. Für geschnott. Ich sage sie, ist das dir nicht peinlich? Sie so, nö. Ein bisschen schon. Ne, ein bisschen schon. Süß. Passwort 36936900. Mhm. Du hast Öffi-Tausch gemacht. Ja. Ja. Ah, ein Reise. Du weißt noch, Bulk-Doc. Hör auf. Warte mal. Erstmal gebe ich dir jetzt das Bulk-Doc zurück. Scheiße bin's. Weißt du noch, auf der einen Seite, wo wir zu viert gelegen haben. Ja. Wie kommt man da rauf? 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 Keine Ahnung, Digga. Vielleicht sind es irgendwelche Wünsche von irgendwelchen Leuten. Und die machen es halt, weil einfach... Oh, und denen hast du wie Katzen gemacht. So, miau. Bisschen naschen. Wenn sich das Fell säubert, so eine Katze. Ich schwör, das ist so ein richtiger Dirty Harry, der Plan hier, Alter. Ja. Wann ist sowieso. Ich geb dir noch... Wann ist ein echtes Pleasure, Alter. Ich geb dir ein Fokum, was du für mich schlüpst, was cool wär. Was du für mich schlüpst? Ja, was du für mich schlüpst, Alter. Balka ist der beste, Alter. Ich schwör. Balka, na ja. Das kommt nach Sandama, was ich dir jetzt gebe. Mhm. Übrigens, wenn das Sandama fertig ist, dann kannst du es mir geben und ich stell's alles ein. Also die Attacken und so, und dann geb ich's dir wieder. Mhm. Ne? Dann musst du nicht hier alles raten. Okay. Bei mir sieht gerade alles perfekt aus. Hast du jetzt Ei gegen Ei getauscht? Mhm. Oh, ich weiß welches Ei das ist. Ja, Kapperdorf. Oh yeah. Naja, welches du mir jetzt gegeben hast. Oh yeah. Das ja. Willst du's jetzt schlüpfen? Oh yeah. Lass ich, lass ich direkt schlüpfen. Dankeschön. Weil dann, dann gibst du Namen, dann vergessen wir das nicht. Mhm. Super. Schulz. Ich schwör. Du bist so ein richtiger Sauhund, Alter. Ja, Alty, Junge. Und ja, man muss ja den Job übernehmen. Aurarat, Abgangstirade, Superzahn, Turbodreher. Ja, nicht so leicht zu spielen, oder? Naja, das ist ja Dings hier, den holst du ja nicht am Anfang. Wenn zum Beispiel dein Gegner richtig viele Stachler, Dings, ne? Dann gibst du ihm Plateauschuhe. Mhm. Und dann geht er rein, ohne Schaden zu kriegen, und machst du sie weg, die Sachen. Weil es ist halt, ähm... Ja, sehr speziell, ne? Ein offensiver Support. Also er kann gut reinhauen, plus Sachen wegmachen. Ne? Ähm... Also wenn du einen Support-Gegner hast, der nicht so viel Schaden macht, dann kann er ja ruhig mit dem Einschlag einstecken. Mhm. Also ich, ja, genau. Aber dass man so ein Pokémon reinnimmt und... Das ist eine sehr... Ja, ich meine, für manche Fälle, wenn's jetzt so... Tarnsteine und sowas liegen... Ich hab's mit Pokémon eins kopiert. Ja, ne, alles gut. Wenn so Tarnsteine liegen mit Turbodreher, ja. Ja. Aber Super-Zahn denn noch? Ich weiß nicht. Na, ich würde klar... Schon nice sein. Weil es halt immer... Warum Super-Zahn da drin ist, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß, warum Aura-Wheel drin ist, die Signature-Move ist stark. Mhm. Äh... Rapid-Spin. Klar, um die Sachen wegzumachen, wenn du schon diese Stiefel da hast, ne? Mhm. So. Abgangstirade... Ich kann dir gerne, ähm... Ich schick dir mal einfach so... Guck dir irgendwann mal, wenn du Zeit hast auf Discord, lass mal wegholen. Mhm, mhm. Abgangstirade... Okay. Ach, und dann wird der Anwender ausgewechselt. Das ist natürlich auch nice. Mhm. Kann man schon machen. Was macht Super-Zahn? Ja, also wenn du jetzt halt keine Attacke hast, die, äh... Irgendwie effektiv treffen würde und immer ganz wenig Schaden nur machen würde. Super-Zahn macht immer 50%. Das ist natürlich schon geil. Jo. Wenn da jetzt ein Rihornjahr steht, physische Verteidigung und ich hab hier nur... ...physische Angreifer... ...da ist natürlich eklig, so ein Rihornjahr wegzukriegen, wenn du aber Super-Zahn... ...wenn du aber wenigstens mal auf die 100% HP drauf haust... ...gar nicht so verkehrt. Mhm. Ja. Also dann... Es... es... es sieht auf jeden Fall gut aus. Es... 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 ...hat ja auch den Titel... ...Offensive Support, ne? Mhm. Mhm. Ansonsten gab's ja diese typischen... ...Choice-Band... ...also Wahlschall oder Live-Ord... ...oder... Überreste. Und ich denk mal fast jedes Pokémon hat mal Überreste. Ja. Und halt mit diesen Plateau... mit diesen Plateauschuhen ist das wieder mal ein bisschen so einzigartiger... ...mit dem Item. Mhm. Deswegen hab ich das jetzt genommen. Ja, ist gut. Perfect. Also... Also... Offensive Support bist du hier. Okay. Also... Kann man den spielen, ja? Kann der was? Natürlich. Stimmt. WoW-Wartungsarbeiten fangen ja auch bald an. Ach, aber ich weiß nicht, ob ich WoW streamen will denn noch. Jetzt lohnt sich ja kaum noch, oder? Soll ich jetzt meine Kiste öffnen? Ja. Soll ich jetzt die Kiste öffnen? Mhm. Okay, gut. Look, da guckst du auch. Was? Ich weiß selber nicht, was drin ist. Ich weiß selber nicht, was drin ist. Ja, ich guck sofort. Lasst mich das hier noch grad fertig kriegen, dann guck ich auch, weil ich... ...hab jetzt mein Layover soweit fertig. So. Ich weiß nicht, ob ich die Kamera rieche. Soll ich die vielleicht... Ich bin so Perfektionist, das ist ganz schlimm, äh. Aber Plani ist auch, aber das ist halt auch wegen Job, das kann ich auch voll verstehen. Warte mal, hä? Da muss man eigentlich Perfektionist sein, oder, Plani? Mh, mh. Nee? Ich muss da auch vor allem, ähm... Jetzt sehen wir mal ganz unterschiedliche Themen. Abschließend manchmal halt auch zeiteffizient sind. Ja, absolut, das meine ich auch. Du kannst halt auch nicht ewig an Sachen sitzen. Und da ist eigentlich mal kein Platz für Perfektionismus. Ja. Du kannst im Prinzip, Perfektionismus ist eigentlich bei sowas das falsche Wort. Du musst halt versuchen realistisch inzuschätzen, was mit deinem Zeitrahmen verwirklichbar ist und das so gut wie möglich angehen. Mh. Mh. Und dann hast du auch manche Kunden, die sagen dir, ich möchte jetzt unbedingt, das ist unsere Grafik, das wurde von einem Grafiker erstellt, der hatte anscheinend keine Ahnung, sieht total hässlich aus. Aber das muss jetzt drinnen sein, weil das ist auf unserer Homepage drinnen und da drinnen, weißt du, bitte verwenden wir das mal. Und dann denkst du dir schon, wenn du das so siehst, so, oh, scheiße. Das kann nichts draus werden. Aber du musst halt was draus machen, weißt du? Das ist dann so die Herausforderung oft. Ja, ja. So. Also, dann haben wir hier dieses schöne Ding hier. Das nennt sich Kraftakademie. Ja. Machen wir mal auf. Okay, wie ich das so mal groß machen, oder? Ja. Was, du willst groß machen? Ich muss mal groß. Ich mach groß, ich muss mal richtig. Hä, wo streamt der denn jetzt? Wo streamst der denn jetzt? Bei Plani, bei Plani, im Streaming. Ja, mach das da, hält der. Oh, Digamusha, wo ist denn jetzt der Limmel? Wo ist denn jetzt der Limmel? Ich weiß gar nicht, wo ich Plani hab. Warte, warte, wir hatten noch Fabio extra. Ja, mach, 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 mach. Okay, so, dann machen wir jetzt mal auf. Ich seh schon GX-Karten. Lecker. Lecker magst du GX-Karten. Und das, ja, da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und das ist ein Brettspiel, oder wat? Also das ist, glaub ich, einfach für Pokémon-Karten. Ich denk mal, das ist jetzt nicht so ein Spiel, das ist einfach, ja, hab ich mir gedacht. Anstatt, dass du das so auf Papier hast, hast du das jetzt so, hier, Porco, wie groß das ist. Wenn du halt hier Bank hast, diese Preiskarten, also da wo man das so als hart ist, das ist nicht schlecht, das knickt nicht so rein, ne? Nice. Okay, nicht schlecht. Oh, das sieht sogar eigentlich ganz gut aus. Was ist das? Spielanleitung? Wenn man das mit dem Pikachu-Deck spielen möchte. Oh, guck mal, das ist doch, glaub ich, aus... Ist das aus XY, diese Leute jetzt hier da drauf? Die Trainer, ja, ne? Könnte sogar ein bisschen älter sein. Keine Ahnung. Hab ich geschenkt. Dann hast du hier einmal noch so ein Blurak, wie man mit Blurak gespielt. Und auch, wie man mit dem... Oh, das ist ein bisschen dicker. Was hast du denn dafür bezahlt? 25 Euro. Doch, das ist eigentlich sogar ein fairer Preis. Noch ein bisschen hier helleres Licht. Ich wollte gerade sagen, es sieht sehr dunkel bei Plani im Stream aus. Ist das meine Switch mit der Pikachu-Dition? Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn das für Pikachu da links? Dann hast du... Ja, das ist halt meine... Schadensmarken? GX-Marken? Hm? Wofür braucht man diese Marken von GX? Na, GX... Jedes Pokémon hat eine GX-Pokémon hat eine GX-Attacke. Und du kannst nur einmal im Spiel eine GX-Attacke anwenden. Egal, wie viele GX-Pokémon du drinne hast. Und damit du weißt, dass du die... Mach die Fuste jetzt auf! Damit du weißt, dass du die GX-Attacke schon benutzt hast, kannst du die umdrehen und dann zeigt es das an. Also hier ist nochmal so eine Riesen-Münze, Alter, die ist voll riesig. Guck mal, wie groß die ist. Wow, stimmt. Aber da hast du ein cooles Motiv auf jeden Fall. Mhm, mit was? Pikachu, Mewtwo und Zorak. Soll, dass du mir besser zeigen kannst. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja, Pikachu, Mewtwo. Sieht schon fresh aus. Mhm. Oh, schöne GX-Attacke. Oh, nice, sogar mit Pokémon-Codes. Also ich könnte die später alle in TCG-Mail reinpacken. Oh. Also, einmal hier der Code, ne? Kriegt der aber nicht. Kriegt der aber nicht. Ja, nur kurz. Ja, die GX-Attacke habe ich mir erst mal. Du hast doch gesagt, du hübst mir die alle, wenn wir in England sind, damit wir das nicht schicken musst, das alles. Da war noch was, oder? Hast du das gesagt? Ja. Da sind direkt drei Decks drinne. Das war mal gucken, ob wir das machen. Also ich habe hier einmal, wie ihr seht, drei Decks. Ich mache mal, was Pikachu ist mal auf. Ja, das war Pikachu. Geht schon. Oh, nehm ihn, nehm ihn. Nehm ihn, nehm ihn. Nehm ihn, nehm ihn. Dann kriegst du zuerst hier so eine GX-Attacke. Oh, um die Ohren. Ist das auch Holo? Aber ich kann es nur über den Stream sehen, oder was? Ja, die ist Holo, ne? Die ist Holo. Ah, jo. Ja. Oh. Gleich in der Hülle. Ja, das sowieso. Achso, das ist so Sonne-Mond-mäßig so. Oh, nehm ihn auch. Oh, irgendwas Besonderes ist. Nee, nehm ihn schon. Elektrik, oh, wenn es Holo-Voltik gibt, ne? Holo-Voltik ist schon ein krasses Pokémon. Holo-Voltik ist auch dabei. Schlecht auch das Atwort. Die sind ja so ja schon gemischt. Kannst du direkt spielen? Hm. Nur merken, was kommt. Oh, ne, okay, da ist nicht gemischt. Da die Energiekarten. Also da ist nur, also du kriegst insgesamt, glaube ich, drei Holo. Drei GX-Karten? Hm. Das ist auf jeden Fall das eine Reitschule. Ja, das ist auf jeden Fall, dass du mit den drei Decks mal schnell spielen kannst schon. Das sind jetzt halt keine Mega-Decks. Natürlich nicht. Ist ja auch, wie gesagt, so zum Lernen. Hm. Kannst du jetzt nochmal das Glurak-Deck auf? Ich meine Glurak-EX, äh, GX. Äh, das ist doch die Case-Karte. Tch, warte schon. Was zu essen? Ihr Lämme. Das halte ich nicht lange durch. Flammenblitz GX. Und die Attacke darfst du nur einmal im Spiel einsetzen. Ach so, äh, ich hab die in einem anderen Artwork. Und deswegen gibt's diese GX-Marke, dass du die dann umdrehst, wenn du die benutzt hast. Dann kannst du im ganzen Spiel keine weitere GX-Attacke mehr einsetzen. Krass. Also auch wenn du ein zweites Glurak mit der Attacke hättest, mit dem kannst du es dann auch nicht mehr machen. Wie schnell war das? Boah, ich hab noch ein Kirsch... äh, ein... Noch ein anderes Glurak? Oh, resolute Flammen. Ich hab sogar noch ein Eis, alter, geil. Ein Eis? Ich will auch ein Eis. Kannst du jetzt vorbeikommen? Ich hab noch echten Hasen. Ich hab nichts mehr Gescheites zu fressen. Meine Freundin war doch erst einkaufen. Okay, interessant. Interessant. Ich hab heute Currypaste und alles, damit ich das Leblanc Curry nachkochen kann. Das werd ich mir wahrscheinlich morgen machen. Leblanc Curry. Jetzt kommt das interessanteste... Ah, ja, jetzt noch. Ich hab gehört. Das ist Leblanc. Was ist denn Leblanc Curry? Das Persona 5. Okay. Mhm. Und zwar das Mewtwo Deck an. Im Prinzip ist es ein ganz normales Curry. Wo der... Mewtwo Platte? ...duple Schokolade und Instant Kaffeepulver mit drin mischt. Was kann das Mewtwo GX-Brecher... ...regale... ...alle aktiven Energiekarten... ...auf dem Ablagestapel? Oha. Naja. Jetzt nicht die Megakarte. Also das ist die GX-Attacke, ist okay. Aber ich meine, wenn das einfach eine starke GX-Attacke würde, wie du jetzt Pokémon töten würdest, dann würdest du die Energiekarten auch ablegen, samt des Pokémons. Ich glaub, das steht doch für alle Energiekarten nach so von aktiven ja nicht. Vom aktiven Pokémon. Wenn du das einfach töten würdest, das wär krass. Das wär krass. Alle Energiekarten weg. Grad wenn du es im Endgame zockst, dann... ...die GX-Attacke, da kannst du auf jeden Fall das Spiel entscheiden. Da ist auch ein Mew dabei. Warum auch immer. Zu schwach. Cresselia ist dabei. Uwe ist auch dabei. Er ist auch dabei. Uwe auch, oder? Es ist okay. Okay. Jo. Aber vielleicht kann ich mir aus den paar Karten, wenn ich die in TCG einlöse, was für normale Decks machen. Vielleicht. Also ich denke, das Reitschuh kannst du auf jeden Fall irgendwie benutzen. Und das Glurak ist auch okay. Jo. Also es ist halt auch schön, dass du halt drei gleich starke Deck hast. Wenn man mal irgendwie... Oh, Heim, muss vorsichtig sein hier. Das war eure Chance, Leute. Unsere Chance. Das war eure Chance. Ne, 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 ne. Also es gibt einmal Spieler 2, Spieler 1 und das Mewtwo ist ein fortgeschrittenes Deck, steht da. Also Pikachu und Glurak sollen gleich sein. Also warte, ich zeig das nochmal kurz. Hier seht ihr ja beim Glurak-Deck, hier steht hier Spieler 1. Pikachu ist Spieler 2. Und bei Mewtwo, oh warte, warum auch immer steht hier fortgeschritten. Fortgeschritten. Keine Ahnung wieso. Ist aber so. Auf jeden Fall gefällt mir diese große Jambalamba-Münze hier. Die ist auf jeden Fall richtig gut. Die ist voll groß, Alter. Damit kannst du doch niemanden. Umbringen. Elektrosarm. Kennt ihr noch, ähm, wie hießen die Dinger? Caps? Apps? Ja, Google. Ne, Caps. Das sind Spielzeiche aus den 90s. Oh, da musst du mal einbringen. Das waren so eine, so eine Plastik-Scheiben, die du aufeinander legen musst. Und dann musst du halt mit so einem Smacker, muss das sein, halt diesen Turm abräumen und alle, die mit dem Bild nach oben lagen. Ja, innere. Ja, die konntest du dann behalten. Stimmt, die konntest du da in den Echnern abziehen, quasi. Oder Pogos, ja, war noch ähnlich. Was, Gokos? Oder Gokos, genau. Boah, die kenn ich auch noch. Die kennt ihr auch noch? Ja, klar. Das war eine Kennzeit, ey. Hier hat man voll viel Farben auf und so. Oh, ich bin gleich wieder da. Abonniert Balkanletts. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Einfach mal frei sein. Guck, wie schnell er das macht. Ich mach Werbung, auf einmal geht's direkt wieder auf Pokémon Schwert. Das war nicht beabsichtigt. Ja, 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 ja. Er geht mir nicht einmal framen. Au, du bist doch immer noch drin. Du kannst doch immer noch. Ob groß, klein. Es kommt nicht auf die Größe an. Na, ha, ha. Aber wenn du die Technik drauf hast und die Größe. Sag du so, der Junge mit dem dicken Arm. Der lacht, oder? Ja, ich hab nicht schon dicken Bizeps. Bigger Bizeps? Ich sag euch ganz ehrlich. Das auch, ja. Ist top, aber wenn ihr noch die Größe habt. Plus Technik. Was willst du mehr? Den ist natürlich noch besser. Ja, ja. Erstmal hinsetzen. Final decision. Du lebens bei Technik. Balkan. Cappuccino. Ich freu mich schon, Ülz, auf das Curry morgen. Bring mal was vorbei, du Dulli. Ey, sollen wir bei dir kochen, oder wat? Nee. Und das können wir auch vloggen. Ey, wir können das in London machen. Kochen? Ja. Und dann kochen wir da zu dritt irgendein Gaming Food. Gaming Food? Was? Woll ich mir in den Controller reinschmeißen, oder was? Naja, irgendein Essen aus irgendeinem Videospiel. Das Dünnstück ist einfach anzünden. Naja. Und das können wir auch streamen. Im Gaming so Futter, wo wir so Energydrinks so reinmischen. Nee, also ich mein das Lip Long Curry. Das ist kein Gaming-Curry. Save the Hockmon. Was denkst du denn eigentlich, du kleines Ämmchen? Hm? Was denkst du denn? Ich bin ein kleines Ämmchen. Ich fühl's mit richtigen Hasen. Ach. Schlüpft, mein Ei? Oh, es schlüpft. Noch ein Zohua. Das Zeug brennt dreimal. Nee, es ist nicht scharf. Curry muss ja nicht scharf sein. Hm? Shiny ist auch. Oha. Was schießt denn hier auf meine Geräte? Da hast du schon wieder Spritzpups. Nicht geil. Spritzpups, what the fuck? Kennst du nicht? Nee. Na, wenn du pupsen musst, da kommt was Flüssiges mit. Ach so. Was spritzt denn hier auf meine Geräte? Du sagst doch dann, Dünni. Dünni, genau. Flotten Otto. Smoksen. Smoky Tee. Was geht? Gibt alle, die gerade am besten sind. Was spritzt denn hier auf meine Geräte? Na, Emma hat es doch eher gerade davon, dass ich morgen jetzt noch was geben. Kannst du dann streamen, wieder morgen. Das wird super leckeres Curry. Ey. Ich freue mich schon richtig. Ich mache mir viel zu selten Curry, weil es halt auch immer so eine Arbeit macht. Auf der Toilette. Auf der Toilette. What the fuck? Was ist los mit euch alle? Na, wir warten auf dich, Smoky. Dass wir hier mal in Zeile Spitznamen geben. B, A, L, G, A, N. So? Balkan? Das ist eine Art scheiße Monitor davor. Ich habe Balkan mit G geschrieben. Balkan? Ja, Balkan. Ja, Balkan mit K. Komm, wo ist ein Balkan? Schau dir mal das Balk an. War das nicht lustig? Nein. Schau dir mal das Balk an. Loll. Es wird geschossen, Schaf. Ich finde ihn gut. Aber ich nicht. Aber ich nicht. Voll dagegen. Ich mag solche Wortspiele. Ich nicht. Ich bin der Hufe und ich bin nicht dabei. Mir ist heute im Kaufland auch so ein Wortspiel eingefallen. Irgendwas mit. Aber der war flach. So flach, den kann ich auch nicht sagen. So flach war der. Wie zum Beispiel, wie wurde Jesus' Haus gebaut? Aus was? Stroh. Aus Jerusalem. Sunny! Sunny, was geht denn? Grüß dich mein Bester. Ach, wo kommt ihr denn jetzt alle her? Smokey, Sunny? Wir würden, glaube ich, hier den Stream schon ausmachen. Nein. Erstmal lesen, was da steht. Folgt Balkan, let's play. Einfach mal. Einfach mal frei sein. Einfach mal. Dabeisein. Einfach mal frei sein. Er hat das verdient. Sunny, 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 Sunny. Jetzt wollen wir Sunny auch mal ins Team nehmen. Und Smokey natürlich auch. Erstmal Anforderungen gehen. Oh, immer. Kurze Frage. Wie habt ihr das mit den beiden Camps gemacht? Hat er das auch vor? Also, das ist Discord. X3. Oh, jetzt alle kommen vorbei hier, oder was? Pass auf, der Balkan, der ist im Discord und beträgt seine Cam. Und ich hab... Und der kommt vom Balkan an. Schau dir mal das Balkan an. Loll. Lass den Balkan an, sonst gibt's Katsche. Also, eigentlich sieht das hier so aus. Eigentlich ist das Discord nur eine Fensterübertragung, die ich kleinskaliert habe. Das ist, äh, genau, mit Fensteraufnahme. So einfach ist das. Und da kann ich jetzt natürlich auch einfach ins Twitch gehen und da im Browser anzeigen und da auch irgendwie Gameplay von X3 zeigen. Machen wir auch immer gerne. Ja, und dann haben wir da immer alle Spaß und... Ich hätt grad mal meine Limmel auspacken müssen und dann haben wir da alles Spaß. Du bist doch nicht keine Pflaume. Ja, aber noch gegrillt. Ein bisschen Schambalambeig. Sehr gerne, Sunny. Jetzt muss ich mal X3 reinnehmen. No, X3. No. Keine Pflaume. No. 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 Und, äh, Sunny. Oh? Oh? Sunny, welches Pokémon warst denn? Du nochmal. Kaiflaume-Imitationen machen mich immer fertig. Ich hab letztens ein Video mit, ähm, Monte und Kaiflaumeseln. Ach, scheiße. Wird Kaiflaume-Monte besucht. Stimmt. Die feiern jetzt ja alle übelst Kaiflaume, weil der immer übelst Bilder von dicken Autos und so schickt. Ach so? Ja, ja. Der ist jetzt irgendwie cool. Würde. Sunny, was für ein Pokémon? Sag's mir. War vorher noch nie cool. Was macht eigentlich Forscher Tom? Ihr habt ihn nicht gesehen hier. Wahrscheinlich Forschen. Wahrscheinlich Forschen. Ich werde jetzt den Code einblenden. Ihr habt die Schuhe. Was? Kannst du den Code einblenden? Bist du nicht dein... Was? Warum das ist denn? Den, den ganzen Terror wird dich behalten, oder nicht? Hm? Kannst du den nicht für dich behalten, deinen Code? Musst du den nicht inblenden? Du kannst deinen Code machen. Guck mal, Plani tippt schon ab. Nee. Ich hab das jetzt richtig gemacht und mach jetzt Payless auf. Richtiger Tulli, ey. Na? Ich bin auch los. Wenn jemand eingelöst hat, bitte Bescheid sagen. Für was denn? Zu spät, Team K. Viel zu spät. Plani geiert immer richtig extrem. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich soll das machen. Wir machen das gleich immer... Wir machen das gleich oft, das Vieh. Das kann er, der Pfanne. Zeig das... Zeig das... Den Code nochmal, ja. Du sollst dein Code nicht zeigen. Zeige euch meine Ziffern. Plani, ich lagge. Ehrlich, ist das so? Oh nein. Voice-mäßig? Oder im Stream? Hat mir schon eingegeben, Jungs. Ihr kommt alle zu spät. Geht wieder. Real Life, Real Lake. Oh. Nee, das hätte ich auch sowieso nicht gesehen, weil das zu verschwommen ist. Plani, das lagge so Real Life, glaube ich. Moment, Moment. Moment. Äh, warum ist das hier schwarz? Warum ist das? Warum ist das ein Motorrad? Nein, der hat schon TCG gestartet. Ja, natürlich! Was denkst du denn, was hier läuft? Mal gucken, was hier läuft passiert. Oh, das dauert wieder ewig. Das dauert wieder ewig. Warum nicht der Stroh? Moment, Mensch, du brauchst Stroh rum. Das ist eine gute Fahrt. Ja, der Dull, ich nehm doch einen. Mit eins? So schlecht. Kannst du eigentlich außer nörgeln, oder bist du immer voll viel am nörgeln? Voll der Pessimist, ey. Ja, bestimmt eigentlich nicht. Ja, ich kann das bezeugen. Ich habe sowohl überschwängliche als auch pessimistische Phasen. Das ist immer Mataras-Formabhängig. Mal limitiert, mal nicht. Genau. Aber so im Großen und Ganzen versuche ich schon Spaß zu verstellen, ja. Ja. Das merkt man nicht. Das merkt man nicht. Der Tag hat noch zu mir gesagt, ich kann austeilen und instecken. Mir labert auch jedes Mal was anderes. Ja, vielleicht meinen wir das ja nicht ernst. Ja, naja, komm, Alter. Aber nachher irgendwo Ironie mit anfühlen kannst du ja auch. Sunny, welches Pokémon warst du? Was? Ach, ja, ein Balkan. Hier gibt's keinen Bock, drüber zu reden. Nö, immer diese Periode. Egal. Jut, alles klar. Lass doch mal den Kuhn. Kuhn ist immer so lieb. Seht ihr? Hört ihr's? Ja. Okay. Sunny, wo ist Sunny, Mann? Den Schlüssel, Mann. Den Schlüssel... Rohbruch, vierter Stock, bei Hansen. Den Schlüssel, Mann. Oh man, oh man, oh man. Das war richtig cringe. Mhm. Oh man. Das ist das Originalzitat aus dem Film. Wie heißt der Film? Werner Feinhardt. Das steht der, das steht der im dritten Stock, weil der, Werner ist ja Klempner und bei Frau Hansen ist Rohr gebrochen und da steht der, äh, klingelt er im vierten Stock bei Biernot und der macht so ein dicker Typ in Unterhemd mit Schnauzer auf. Südgeil. Auf jeden. Das muss man schon kennen. Wat los. Wie? War los. Echt? Ihr habt hier Werner Eins nicht gesehen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wolltest du jetzt Eins gegen Eins machen? Äh, hier. Plane. Eins gegen Eins! Werner Eins! Nicht Eins gegen Eins! Eins gegen Eins! Okay, ihr seid richtig in Laris, alle Träder. Laris, Larifari. Limmel, Limmel. Alle Kleinsch, alle Lelele. Er ist sich nicht sicher, guck mal, der Code ist... Scheiße, der Code ist ein Wunsch. Was hast du da hier gemacht, hier? Kann ich noch mal rein zeigen, hier, warte. Ja, das ist jetzt ausgeblendet, dich, das kann er schön ablesen. Dani gönnt keinem irgendwie, ne? Ach so, irgendwie... Ihr habt hier doch alle im Discord. Wie sind Schönenheiten? Und deine Leute im Streams und keine Chance haben? Im Stream? Ja. Das spielt doch keiner. Weißt du doch gar nicht, Em. Du musst ein bisschen zurück machen, mach mal ein bisschen zurück. Ja, nee, es ist viel zu hell. Viel zu hell, da müssen wir ja ran. Und außerdem, irgendwie durch die Beleuchtung erkennt man das irgendwie kaum. Der Code leuchtet? So, ich muss mit Moins halt dich auf Orbit. Ich hau jetzt rein. Oh, jetzt. Ja, du bist ein Student. Ja, wo ich hier auch nehm bei Orbit. Ja, oh, jetzt hau was. Hattest du doch das letzte Mal schon drüber gefeiert, als ich gesagt habe, ich fahr Pizza aus? Warum hast du das gefeiert? Ne, du hast drüber gelacht, also... Boah, jetzt nicht, wenig, nicht, negativ. Boah, ich hab Bock auf Pizza. Lieferst du auch zu mir, oder? Das hatten wir das letzte Mal schon. Und da hast du das letzte Mal schon gesagt, bringen wir mal eine. Und da habe ich gesagt, das ist ein bisschen krass. Ihr habt 500 Euro Trinkgeld. Das ist... Ja, jo, trotzdem... Alter, willst du... Welche Pizza... Also, was für ein Wärmeakku soll ich denn da konstruieren, dass die viereinhalb Stunden warm bleiben? Das ist dein Problem. Der wurde schon längst eingelöst. Das ist einmal für 500 Euro, Alter. Boika, der ist schon längst eingelöst. Ah, Pech gehabt. Boah, Balkan, Alter, du bist ja mies. Das ist aber hier eine ganz schöne miese Number. Ja, ja, ja. Miese Number. Der hat seinen Stick draußen. Der hat den eingelöst. Vielleicht die MK. Vielleicht war die MK schneller. Ich glaube, Balkan hat seinen Stick outside. Mein was? Also, ich war es nicht, auf jeden Fall. Danni, willst du ihm mal explainen, was das damit zu tun hat? Ich kann auch meine Muttersprache sprechen, aber verstehst du auch nicht, was ich sage? Ja, der K hat's wurde genutzt. Also, warte, also willst du damit sagen, willst du dich jetzt quasi selber, willst du jetzt sagen, du verstehst so gut Englisch wie ich? Aber das war Englisch. Adisch oder Serbisch? Das war Englisch. Ja, das war Englisch. Sag's nochmal bitte, aber ohne diesen Össi-Akzent. Wirklich, so ein Hörny, aber... Also, ihr verlappet mir das war, warte, für ne Scheiße. Lukas ist es auch, oder ihr? Na, na, warte, fuck. Streiten sich über Englisch, alle glaubst du nicht. Sag mal das nochmal, bitte. Was du auf Englisch gesagt hast. Jetzt willst du ihn jetzt nicht mehr, Moor-Rübe. Moor-Rübe. Sunny, jetzt sag doch mal, welches Pokémon, was du jetzt kann ich endlich mal wieder weitersuchen. Moor-Rübe. Das ist akkertet. Gar-de-boa, sagst du? Gar-de-boa? Ehrlich? Hör auf. Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Weil, gar gar nicht mehr, der haut gleich aus den Socken, ey. Der haut gleich die Socken um, alle. Sag einfach, this is a carrot. Take it in the mouth and ju-ju-ju-ju it. Ich bin von einer Assis eigentlich, alle Bilder. It's very delicious. Ey, du fragst mich ernsthaft, was ich für ein Assi bin? Ich komm aus Frankfurt, mein Freund. Naja, nicht mehr halt ein Sechsin in den Mund, wo Jokins ist. Wir wollen das ein bisschen verstärken, für die Kommission. Hm. Hm. Oh, mit Terran, da bin 59, hä? Hä? Was ist da mit Terran drin? Ich durche, wir würden mich nur abfacken. Ach, Digga, nimm das doch nicht immer so... Nee, ey, du bist auch so ein Pessimist, Alter, aber sowas von. Nimm das mal positiv mit. Sei doch froh, dass wir über dich reden, ey. Oder mit dir reden. Ich sag dir ehrlich, ich schwöre auf alle, dass wir... Ich bin genau so eine Persönlichkeit, die das dolle feiert, wenn Leute über sie reden. Hm? Ja, nicht. Hm? Nix verstehen. Was geht's dir eigentlich? Ich hab's gerade auch ein bisschen, äh, Schwierigkeiten zu folgen. Hm, aha. Du bist wohl nicht der Einzige. Du trägst keine... Galagladi, sagst du? Ich guck mal, wir haben Galagladi, aber... Galagladi, Goat ist gerade wo... Das, was ich da so in halb Englisch gesprochen habe, war eigentlich an Plani, aber Plani hört mir auch nicht zu. Was, was, was? Doch. Doch, doch, doch. Ich hab... Ja, ja. Sag doch mal. Lukas, fertig mit Arbeiten? Ich hab, äh, sich danach gefragt, ob du vielleicht Balkan explain willst, was das zu tun hat mit der ganzen Nummer. Was soll ich Balkan erklären, was das zu tun hat mit der ganzen Nummer? Ich hab nur das Wort nicht verstanden. Explain. 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 Okay. Und dann müsstest du auch wissen, was ich meine. Oh, Plani hat doch... Alles klar. Beika sitzt da ja schon im Dunkeln. Ich möchte nicht erkannt werden. Ich warte, der hört mir zu. Sag explain. 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 Wir waren doch die ganze Zeit gerade bei Sticks Outsider, oder nicht, Plani. Und dann sag ich zu dir, erklär doch mal Balkan, was... Explain doch mal Balkan, was das damit zu tun hat. Und dann sagst du, weiß ich nicht. Die Sticks Outsider taken, oder was? Das ist ein Präsenter machen. Ja, das ist die ganze Nummer. Das ist von Jared B. Anderson. Die ganze Art und Weise, so zu labern. Im Kieler Sun. Vielleicht kenne ich mich nicht mehr, Sunny. Aber ich wohne nicht mehr in Frankfurt. Aber ich kannte... Ich kannte mal eine Xanny aus der Nähe Frankfurt. War ja das Hübsche. Was ist denn ausgehend eigentlich noch da? Ich will doch mal einen Bestandscheck machen. So lange suche ich hier noch ein bisschen nach Sunny. Bist du sicher, Sunny, hast du überhaupt einen Pokémon? Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher. Bulldog. Hm? Das ist keine Dame. Achso, ja, keine Ahnung. Hat dir nicht was geschrieben? Bulldog direkt wegen Mann und so. Ja, er möchte Galagladi haben, weil das männlich ist. Ich will nicht mal ein Galagladi. Obwohl, auf jeden Fall... Also ich esse jetzt mein Eis, Alter. Hab ich voll Bock drauf. Boah, ich auch. Shit. Wo schierig ich das jetzt? Steig ein, steig ein. Ich will dir was zeigen. Lani, Bomber einmal. Spar mir Fall, wenn wir eins gegen eins machen. Wenn wir einen Pokémon einpacken. Hättest du Lust? Eins gegen eins? Mhm. Okay, gut. Ich starte wieder Pokémon. Holy... Wie kosten eigentlich momentan ein externe Festplatten? SSDs? Lämme. Ein Lämme 50. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich bin noch recht teuer. Echt? Oder? Ich hab keinen Bock, hier so lange zu warten. Corona-bedingt sind sie jetzt auch nicht. SSD-Festplatte. No, es geht auch noch am Start. 1TB. Eine interne gibt's für interne Krise mittlerweile 1TB für 8 Euro, aber extern? Ja, ich brauch die ersten Daten. Hier hast du eine externe Handlist 2TB, kostet 260 Euro. Oh ja. Aber die kann man absetzen, oder? Die 1TB kostet 140. Aber die kann man absetzen, oder? Wieso find ich eine interne und holst sie zum Gehäuse, dann machst du daraus eine externe. Nee, hier muss eine externe sein, damit ich die wegschließen kann. Von mir selber. 500 GB gibt's für 87, 37. Ja, ich seh's hier, gerade 260 Euro. Aber warte mal, wieso holst du nicht eine interne, machst die Daten drauf, oder du machst dir eine interne und dann machst du ein Gehäuse drumherum und dann wird's ja automatisch eine externe, weil alle externen sind ja eigentlich eine interne Festplatte. Nur mit einem Gehäuse. Ja. X3! Achso, X3 auch noch am Start, sorry, Mann. Schreib es mal besser. Ich bin hier die ganze Zeit nur dabei, irgendwie Pokémon hin und her zu schieben, weil ich Sunny versuche zu finden. Ich glaube, Sunny hat kein Pokémon. Du kannst auch noch Namen suchen. Suchst nicht noch Namen. Wie? Wie kann ich noch Namen suchen? Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht noch Namen suchen. Ja. Das ist das Ding. Aber ich habe alles durchgeguckt. Ich finde, das kennt Sunny. Sunny will halt gerne Galagladi haben. So, ich jetzt bin... Gute Nacht. Jo, hau rein, Finger. Ja, er hat ja gesagt, nee, mach Galagladi. Garte, was hätte ich alles da? Ich habe auch einen Kill hier, aber das... Wie muss ich das machen, dass da ein Galagladi draus wird? Soll ich dir männliches Trassler klären? Ja. Ja. Ich habe gerade hier einen Frost, Alter. Boah, das ist aber toll, geil, ey. Ich muss... Aber Aggie darf heute nicht 100 werden. Er muss Donnerstag 100 werden, damit ich einen Thumbnail bekomme. Wenn ich jetzt weiter trainiere, wird Aggie 100. Das kann man nicht machen. Das ist halt geil, muss Trainer machen. Balkan trainiere auf 100, ne? Ja. Und wieso darf er nicht Level 100 auch heute werden? Weil Bulky schon 100 geworden ist. Und es wäre schön, wenn ich zwei Thumbnail habe. Für Werbezwecke willst du den jetzt brauchen? Und es ist doch schön, wenn Aggie sein eigenes Thumbnail im YouTube hat. Und Bulky auch. Alles für die Klicks? Ne, ach, die YouTube-Videos kriegen kaum Klicks. Aber ich bin da halt so ein bisschen perfektionistisch. Was weiß man, wenn du dann so drüber guckst, über die... Die Videoliste und es sind halt alles unterschiedliche Thumbnails, alles schön gemacht. Gefällt mir das einfach besser. Und ich habe manchmal Probleme. Obwohl ich für heute auch DMKs Shiny Riolu als Thumbnail machen könnte. Ja, auch kein Ding. Aber ich mache immer lieber Personalisierte. Für von den Leuten, die 100 werden. Dein letztes Turnier-Video hat übrigens eigentlich seine Views bekommen in den letzten drei Tagen. Ehrlich? Mann, wie kommt das? Wer guckt sich das denn an? Wer guckt sich was denn an? Wir machen auch jeden Samstag so Pokémon-Turniere. Okay. Und Aggie meint gerade das letzte Turnier-Video von vorletzten Samstag. Hat er einiges an Klicks noch bekommen. Aber wie sieht denn das dann aus? Mit Turnieren und... Ja, jeder bringt so sein Team mit. Das ist so unbasiert, oder? Das ist so unbasiert. Pokémon, ja. Der Kampf selbst, einzelne Kampf selbst schon. Aber es sind ja 16 Leute oder sowas angemeldet. Und Emma macht da immer ein K.O.-System-Baum. Schreibt die Turnier-Teilnehmer an. Also auf, auf die Liste. Und dann schreibt dann Spieler 1 gegen Spieler 2. Spieler 2 scheidet aus, kommt ins Loser-Bracket. Spieler 1 kämpft dann gegen Spieler 3. Eher auf dem, wie das dann halt auf diesem Baum... Ja. Kennst du ja ein K.O.-System. Ja, klar. Wie lange geht so ein Kampf? Zwischen 10 und 20 Minuten. Krass. Und es sind meistens 6, 7 Kämpfe. Also so 2, 3 Stunden geht das Turnier. Juch, okay. Okay. Das ist so lange. Mhm. Ja, aber ein Turnier, was in einer halben Stunde vorbei ist, ist ja auch langweilig. Also ich finde es eine gute Zeit. Nicht zu lang. Und nicht zu kurz. Was ist aktuell das Problem mit dem Sunny-Pokémon? Ich finde es nicht. Ich weiß nicht mehr, welches es war. Aber du hast schon eins, ne? Ich weiß es nicht. Also ich habe nichts in Erinnerung. Ne, du hast es wahrscheinlich kennst. Aber ich dachte, ich habe dir eigentlich mal ein Suite... Aber ich weiß es nicht. Aber ich weiß es nicht. Ich finde es nicht. Bartow, Mäusekätzchen. Ja, jetzt kriegst du halt einfach ein neues. Du kriegst, wir machen dir jetzt ein männliches Galagladi, also Galagladi machen wir dir jetzt, ne? Ja. Ein männliches Krasler, oder? Oder vielleicht ein Galagladi haben. Ach, übrigens, ich habe so ziemlich alle Pokémon, die es gibt. Also wenn du willst, kannst du mir auch selber ein Galagladi unter Level 60 rübertauschen, wenn du es selber machen möchtest. Ah, unter 60? Mhm. Ja. Ja, ich dachte mal kurz, ich spiele. Aber Balkan macht sonst auch gerade eins fertig. Ich habe schon, ich habe also jetzt schon ein fertiges... Ist hier noch ein Pika-Hex-Nutzer? Nein, ich habe gerade eins gefangen, Limmel. Aha. Ja gut, dann ist mal ein Assis-Tier. 3, 6, 9. 3, 6, 9, 2 mal 0. Barto, du kleines Mäusekätzchen, wie sieht's aus? Möchtest du mit mir Kastanien sammeln gehen? Scheiß die Wand an, Alter. Digger, das wird too much. Kommt nochmal ins Discord, Barto. Was soll das denn? Wo schreibt er? Ähm, ähm, wie? Twitch? Twitchy, Twitchy. Ist das Herz, Junge. Genau, das Barto. Kennst du den noch nicht? Der wird dir schmecken. Nein. Der wird dir schmecken, Alter. Ich kriege gleich Dünnschiss mit einer Pfanne. Ich habe jetzt einfach ein Wildes auf Level 60 gefangen, ne? Aber interessant, dass der Sunny-Pike-Hackser gerade zugegeben ist, er ist ein Hacker. Macht doch nix. Ja. Aber ich stream nur auf der ungehackten Switch. Hm. Eine gehackte Switch habe ich auch. Sogar zwei. Also ich habe eine legit und eine gehackte. Ich habe eine legit. Raid ist offen. Ich will meine zweite gehackte verkaufen, weil wozu zwei? Hm, naja, stimmt. Wer macht denn die ganze Zeit Raids bei der... immer noch mit hier? Aber ich hack nicht schon, um irgendwie zu gewinnen oder sowas. Ich hack außer Experimentier-Sachen so. Na, es geht noch. Ich schmackst gerne mitzumorten. Na, Competitive meinst du jetzt auch um solche Sachen zu machen? Ja, das sowieso. So, Galagla, die Level 60 gefangen direkt, ne? Hm. Scheiße, es hat keinen Spitz an. Fuck. Mach ich selber. Mach nix. Geht das? Mhm. Einmal. Drei. Ich muss mir mal ein paar Chips holen. Ich habe Zeisshunger auf irgendeinen Scheiß. Was sind wir da? Noch für irgendeinen Scheiß. Da steht er drauf. Auf Scheiße. Oh, Kaka. Oh, Kaka. Oh, Kaka. Kaka. Oh, ich habe hier ein Melmester. Das hat ein Kostümspuk. What the fuck? Kostümspuk? Jetzt wird ausgerastet hier. Ich habe hier, oh, ich habe hier super Dickmanns-Mousse mit leckerem Vanille geschmackt. Alter, ekelhaft. Oder? Die habe ich noch nicht, ich muss immer neue Sachen ausprobieren, die habe ich noch nicht probiert. Da kann ich eh, da kann ich eh, da kann ich eh, da kann ich eh plus essen. Dicker, das ist doch so, als würdest du irgendwas schlürfen, alter. Voll ekelhaft. Das ist ja nicht. Hmm. Hier, Schaum vor dem Mund, der ist toll wie dicker Hund. Hmm. Luca-Kon. Geil. Guck mal, der hat eine Rasse. Das heißt, ich müsste jetzt dieses Spurkommand löschen, als es gehackt ist. Warte, warte. Wo kommt das her, Alter? Also, du hast ein Melmetal mit Kostüm-Spuk. Ja, das geht gar nicht. Ja, du kannst das, äh, du gehst in den Pokémon-Center und gehst beim Attacken-Verlerner. Nein, das ist eine Fähigkeit. Ach, Fähigkeit, ja, das kannst du auch ändern. Das musst du mit einer Fähigkeiten-Kapsel, glaube ich, machen, wenn es möglich ist. Ja, ja, das ist möglich. Melmetal mit Kostüm-Spuk. Nein, nein, die Fähigkeit zu ändern. Hm, ich behalte ihn. Einfach, weil er crazy ist. Habt ihr schon? Weil Kostüm-Spuk ist, weil Kostüm-Spuk und Melmetal und dann noch die Verteidigung. Alter, das ist so okay. Funktioniert. Wird ausgeblendet. Das haben, als ich mal, ähm, Pokémon mit diesem Random, also, Randomizer Extreme gespielt hab. Extreme Randomizer heißt das, ja. Genau, gespielt hab. Da hat er auch... Bei was denn? Bei welchem Game denn? Ja, Gott, Pokémon Schwert. Ein Schild, das schild. Pokémon Schwert Extreme Randomizer. So was gibt's? Ja. Hab ich noch gestreamt? Lul. Werbung Balkanette. Gibt's ein Let's Plays von dir auf YouTube? Auf YouTube nicht. Ich hab ein Naselock darüber gemacht, also im Stream. Kennt ihr die versteckte... Kennt ihr die versteckte Fähigkeitskapsel? Fanny Fisch Ringli. Also sie wurde vor kurzem gefunden. Und dann wurde... Ja, die hab ich verdeckt und dann hab ich das Plays. Sagt euch da was. Plays. Ja, so ein amerikanischer Poké-Youtuber. Okay, komm mal, komm mal, aktualisiert, erstmal flüchtig und versuchst dann noch mal ein bisschen auszuholen. Emma, ich dachte, du rufst dich schon lange aus. Wir machen uns so um dich. Ja, den hab ich das geschickt oder hat der Video drüber gemacht. Es gibt ne... Es gibt ne Kapsel, die gibt jedem Pokémon und insgesamt die versteckte Fähigkeit. Wirklich insgesamt. Und du kannst die dann aber nicht mehr verwenden. Das ist ja imba. Das heißt, du kannst nur einmal pro Spiel das machen. Äh, einmal pro Pokémon. Jaja, gibt's ja noch einen. Sehr gut. Bis morgen, Emma. Schlaf gut. Kleines Ämchen. Kleine Mind of Life. Innerlich planieren. Wann kann ich hier sagen, dass ich so lieb? Ich trau mich nicht. Ist das okay, wenn ich kurz Kameran mach? Also vom Spiel. Das hab ich da Emma schon so oft gesagt. Warte. Äh, das ist nicht besonders. Ist das ein streamer? Klar nicht. Ne, hier in Discord. Hier, ich hab so Textfiles. So generell. Das war so eine generelle Frage. Von... Also mehrere Streamer, Balkan. Bulky. Aber das hast du nicht für PKHs gemacht. Hast du mit anderen Sachen gemacht, ne? Weil PKHs sind ja nicht für da, oder? Achst du das? Ne, ne, das ist, äh... Das ist ja per Sheet, also per Code. Auf der gehackten Switch. Hm, okay. Warte. Ne. Genau, das ist das Item. Warum geh ich hier eigentlich gerade... ...zwei Streams zu? Ich will das nicht. Warte, was gibt's noch? Das ist ja meine Cam. Ich hab nicht nur die Kamera gewechselt. Genau, die Module. Für... Wie heißen? Axios. Ach, Leck, da soll ich ausmachen? Ja, also ich... Du kannst es anlassen, aber... Warum kann ich dir das... Das freu ich mich auch gerade. Wie kannst du dich ausschalten? Ach, hier rechts ist die Video-Funktion. Video-Funktion, die Active-Richt. Doch, rechts-Kick auf mein... Genau. Ja, genau. Das ist auch automatisch an. Das ist schon strange, ey. Ja, genau. Ich kann ja mal... Mein Name-Mitch hat eine Kostüm-Spieg mal zeigen. Weil du das nicht über Bildschirmübertragung machst, sondern über... Kamera. Meinst du jetzt bei mir auch, oder was? Hm, hm. Ja, du hast es eben auch so gemacht. Ah ja, du kannst ja deine Capture-Karte als Eingabe-Fälle nehmen. Hm. Ja. Ja, hier zum Beispiel... Äh, Kaiokos Fähigkeit Urmeer. Ja, das hat sich auch bei meinen Extreme-Randomizer-Eingabe-Eingabe-Eingabe-Eingabe-Eingabe. Ja, das war's eigentlich schon. Sani, bist du schon angemeldet für das Turnier am Samstag? Ach. Sani? Achso, ich? Äh, ne, ich bin Samstag sowieso nicht da. Oh, schade. Was ich? Arbeiten. Ich bin Samstag schon längst schlafen. Hm. Oh, ich bin fertig wieder arbeiten. Geil. Ah. Es kann der Tag anfangen. Jetzt wird's los. Es ist hier der Tag los. Mal jetzt. Ah, alles ist zu. Yay. Ich muss nach Aldi. Aldi macht gleich zu. Ich ne, gleich mal einen. Oh, ja. Macht hier erstmal ein Turn-Outer. Ah, wir sollten doch krank machen. Streamst du jetzt eigentlich so richtig Pladio oder so? Na, ich mach das schon so ziemlich täglich. Also jetzt am Freitag mach ich mal, also eigentlich jeden Tag. 21 Uhr. Ist deine gehackte Switch gebannt? Nein, ich hol die normale für das richtiges Spiel. Ja, ja, aber ist die schon gebannt? Nö. Lass mich nicht so gut kommen. Aber gehackte Raids sind gebannt. Äh, wir haben kassel. Ja, auf einen Account hab ich ja noch dieses eine Fake-Hack da. Dienstag und Donnerstag hast du mal Pokémon? Samstag ist Pokémon-Turnier. Montag ist Retro-Tag, da spiel ich SNES-Games. Mittwoch ist RPG-Tag, da spiel ich gerade Dragon Ball Z Kakarot. Ah, okay. Am Freitag ist wahrscheinlich jetzt WoW, obwohl sonst immer Horror-Freitag war. Und Sonntags ist jetzt immer Horror-Tag. Aber diesen Freitag fällt Stream wahrscheinlich aus, weil ich bei meiner Cousine bin. Ah, okay. Und, ähm, ja, also war ich ja letzte Woche schon zur Konfirmation von meinem kleinen Cousin. Beziehungsweise ist eigentlich meine Großcousine und mein kleiner Cousin ist eigentlich mein Groß-Groß-Cousin. Um es ganz genau zu sagen, aber alles ein bisschen verwirrt. Plani. Jedenfalls soll ich da Barkeeper machen, weil ich das letzte Woche so gut gemacht habe. Der Plani kann wichsen. Jop. Der kann richtig gut shaken. Shaker. Wo bin ich denn hier? Ich habe gar nichts mehr mit, ähm, mit, äh, hier, wie heißt es? Motion Design oder so? Na klar. Momentan mache ich für Hacker-Tron fünf Tutorial-Videos, wie man einen Rauchmelder installiert. Lackar. Hm, vor allem fünf Videos kriege ich jetzt endlich mal 6000 Scheine, die ich von denen kriege. Nice. Und ich habe jetzt halt auch noch ein Tonstudio mit eingebunden, weil ich heute auch die Sprachaufnahme erst von dem Video 1, das ist nämlich schon fertig, 2, 3, 4 auch schon, aber 5 bin ich jetzt noch in der Mache, ähm, die Sprachaufnahme bestellt habe von so einem Tonstudio in Freiburg und so rein im Moment auch gleich, oh, Plani, mega geil, jetzt, weil Corona-mäßig ist gerade bei uns auch nicht so viel los und du kommst jetzt mit fünf Filmen, mega geil. Ja. Ja, natürlich. Und für Haufe habe ich halt auch viele Hygienemaßnahmen-Videos und so und bei Behörden-Schulde, wo ich sonst festangestellt habe, die buchen mich auch regelmäßig, also, ich habe auch viel Freizeit und stellenweise auch viel Arbeit, also, ich kann es mir gut einteilen, ich komme auf jeden Fall über die Runden, also, läuft eigentlich alles gut, ich kann da nicht klagen. Entschuldig. Boah, ich kann momentan auch nicht klagen, nur klagen, dass ich keine Zeit habe, irgendwas zu machen, das kutscht mich an. Hm, hallo. Ah, hallo. Ja, okay. Stimmt. Dann machen wir das jetzt. Lass erstmal Raid, wollen wir Raid erstmal machen? Ja, okay. Ich hatte auf jeden Fall, ähm, Dings in den Fingern. Ähm. Ja, ist, You Don't Have Phones. You Don't Have Phones? Äh, ist das da? Mhm. Ja, Blizzard Convention da. Hab ich nicht gesehen. Hier, Immortal. Neues Blizzard-Spiel, ich weiß nicht. Ja, sagt dir nichts, äh, der Typ im roten T-Shirt was? Äh, die fragt, ähm, ob das ein April-Shirt ist. Ich kann's dir jetzt nicht, ich kann die IP jetzt nicht sagen. Ich kann's nur aufschreiben. So, Freundes, deine Frage ist draußen. Ja, ich hab's grad nicht gesehen. Ne, ich glaube, ich steh grad total auf dem Schlauch. Ah, ich schreib's dir kurz, weil, äh, sieht man das bei dir? Äggy kenn's, äggy kenn's, sagt er. Ah, okay. Gut. Eher kannst du mir mal schicken, dann kann ich's einblenden. Kann man das zusammen gucken? Nicht? Äh, ne, ne, bloß nicht. Mhm, okay. Dann mach ich, äh, mach ich, du mal für die, für die das auch. Nein, ich will mit dir zusammen rein. Dann geh nochmal aus dem Internet raus und dann nochmal wieder rein. Kann ich sich mir den später noch angucken oder was? Ja, guck's dir auch später an, wenn. Ne, mach nochmal Verbindung raus und dann wieder rein. Ah. Das alte Rein-Raus-Spiel. Rein. Alter. So, jetzt wieder rein ins Internet. Ein bisschen mehr. Wo wir nur bei den Filmzitate sind, ne? Wo ist das alte Rein-Raus-Spiel her? Mario Barth, äh, Männersache. Ehrlich, der hat altes Rein-Raus-Film. Nee, siehst du jetzt nicht. Dann mach ich, mach ich jetzt einfach mal. Neustart, Neustart, Neustart. Und was macht ihr jetzt da? Suche, läuft. Sucht ihr grad eine Gruppe oder wie? Na, DMK macht die ganze Zeit Shiny-Rates auf. Aber er hat gerade beendet, ne? Hast du jetzt beendet? Nee. Dann fängt's an, okay. Und ich kann mir jetzt hier die ganze Zeit so Shiny-Pokemons fangen. Okay. Die machen uns Shiny-Dance hier. Legal ohne Hacke. Oh, okay. Oh, okay. Was ist denn hier los? Hab ich dich angenommen. Hacke, ich krieg das noch mit. Emma? Was hab ich denn gesagt? Ich dachte, wir sind hier... Ich dachte, wir sind hier... Der nächste Raid geht gleich in den nächsten paar Sekunden dann weiter. Wie kann er den Shiny-Rate aufmachen? Hacke? Nee. X3, der sucht einfach... Also wir machen das ja Dienstag, Donnerstag und Samstag und in den Zwischentagen spielt er Pokémon, rennt von Nest zu Nest, sucht einen Shiny-Rate, weil es gibt ja bestimmte Nests da, wo dann bestimmte Pokémon auftauchen und diese farmt er ab nach diesem Shiny ansonsten und speichert halt vorher immer und wenn denn eins kommt, dann macht er halt die Switch aus und macht das halt immer wieder an, wenn wir die Shiny-Rates machen und er selbst fängt das Pokémon nie, macht immer wieder die Switch aus, lädt wieder, macht den Raid neu auf. Nee, ich mach nicht die Switch aus, ich breche immer die Verbindung ab. Oder so. Ja. Weil sonst müsste ich ja wieder das Pokémon immer neu suchen, dann hab ich doch auch drauf. Und das geht auch mit random Pokémons, also X3, da kannst du auch im Discord bei uns auf Shiny-Wishlist, kannst du dir ein bestimmtes Pokémon wünschen und ähm... Das kommt dann immer... Das wird dann als Voting dann immer jede Woche dann abgestimmt. Ja. Und ich hab ja schon äh, für Donnerstag und Samstag ja die zwei Pokémon gemacht, das sind eigentlich so Mann und Schnäppke und... Ah, X3 spielt ja noch nicht schwer, der spielt erstmal die alten alle durch. Das ist halt auch das Ding. Aber solange äh, ähm, bis äh... Egal, ich find dich nicht. Egal. Also bis zum nächsten Vote, also dauert das dann bis wieder bis äh... Bis zum Samstag des Turniers dann wieder. Kleine, ich mach mal jetzt Kampf, du nicht, ne? Krieg nie schlafen, dann hast du echt nicht ein Lächeln. Ey, ist das so ein Wachtturm-Raid? Oh, das ist ja die Bude abfackelt. Kein Wachtturm-Raid, nein Wachtturm-Raid sind ja eigentlich meist... Mit Hack-Items. Ja, ich hab die auch alle. Ja, ich hab die auch alle. Ich hab die auch alle. Ich hab die auch alle. Nicht so einfach. Du brauchst einen C-Checker oder eine zweite Switch. Genau. Ah, ja. Das sind ja jetzt nicht hier die direkten Tricks von DMK, aber in der, in der, ne? In der Theorie. Link, plan nicht, plan nicht, hör mal zu. Link Kampf. Link Kampf. Doppel oder Einzel? Einzel. Ach, verdammt, ich muss ja erst Passwort... Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Junge, 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 Junge. Hast du jetzt eigentlich alle Pokémon bisher? Nee, ich hab nicht den Decks voll. Mir fehlen auf jeden Fall noch einige. 3, 6, 9, 2 mal die Null, ja? Ich hab keine Ahnung, was ich überhaupt im Kampfteam habe. Darf ich da mal kurz noch mal gucken? Nein. Mach. Okay, 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 okay. Und... Man kann bei The Way noch Raids hacken, aber mit Legit Pokémon halt. Ja, das ja. Wie kannst du ja so viele auf Level 100 kriegen? So easy. Äh... Easy ist das nicht, das dauert vor lange, bis die Level 100 sind. Mhm. Also ich trainiere es regulär, du kannst natürlich auch mit Sonderbonbons und EP Bonbons alle hochpushen, und dann geht es natürlich schnell. Wenn du jedoch hast... Und wenn du viele Raids machst, dann hast du eigentlich auch viele EP Bonbons. Aber durch meine Challenge trainiere ich halt regulär, ne? Soll ja auch nicht. Ich komm gleich mit Metal Garou mal immer. Was? Ich hab hier My Little Pony als Tattoo. Das nehm ich mit nach London, Leute. My Little Pony, Alter, geh mal weg, du kleiner Hasenberg. Ja, das kriegst du auf deinem Bizep. Boah. Wenn du schläfst. Und dann küsst er die Stelle. Ach du Scheiß. Boah, auf jeden Fall der Trennwand, ey. Was ist denn mein Notebook jetzt hier? So? Bist du ready, Plani? Raid müsste jetzt offen sein. Plani einzigen eins, bist du ready? Ich dachte, du wolltest deinen Zenlong jetzt selber machen. Ich bin ready, ich suche. Schon die ganze Zeit. Drei, sechs, ne? Drei, sechs, ne? Drei, sechs, ne? Null, ja? Mhm. Dann lass den anderen gucken. Dann machen wir vier mal sechs, vier mal neun. Okay. Vier mal sechs, vier mal neun. Ach so, übrigens, die Leute im Chat, falls sie es noch nicht wissen wollen. Äh, falls ihr es noch nicht wisst. Ihr könnt euch so viele scheinige Reion losfahren, wie ihr wollt. Jemand zieht sich TikTok-Videos rein. Was? Ich hab den Hintergrund gehört zu den Eingeküden. Nö, nö. Können auch mal zwei abwechsam mal ein Battle Royale machen. Haben wir heute noch ja nicht gemacht, oder? Also wer bei Battle Royale mitmachen will, schreibt nur was in den Chat noch. Bulky ist auch dabei. Geier, 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 geier. Ich hab ja vom Meister her gelernt, ne? Hm. Äh, Flani, bleibt das jetzt mit, äh, mit Pokémon, oder willst du gleich noch das Spiel umswitchen? Nein. Um drei sind die WoW-Server down in einer halben Stunde, da braucht man nicht mehr umswitchen. Ach so, wegen WoW, die Server sind down, oh shit. Äh, Kampfturm-Regeln, oder? Ja. Oder, no. Sechs, keine Einschre... Ne, Einzelkampf, normal eingehen. Sechs Pokémon. Einsteckung wäre dann Level 100. Machen wir Einzelkampf, ne? Ja, ja. Hm. So, wenn die Leute noch aus dem Chat mitmachen wollen, können die gerne, äh, Rates mitmachen. Damit kein Problem. Macht das ja allgemein ja für euch, für Planis und für Planis Leuten. Oder eher gesagt für den Chat auch dazu. Wählen wir auf vier Stück aus, oder wählen wir alle sechs? Pfff, mir ist das egal. Es ist ja eins gegen eins, ne? Mhm. Ich würd sagen, äh, so lang, äh, so wie den normalen Standard-Regeln eigentlich... Ich hab gewonnen, oh nein, X3, tut mir leid, ich mach euch ein neues an. Ich find's auch immer nicht gut, wenn ich gewinne. Ha! Sagt er jetzt an. Ah, danke noch mal. Ich brauch die ja nicht. Ohne zu geiern, ne? Ohne zu geiern, alle sechs, ja? Alle sechs, okay. Okay. Wer geiert, hat einen kleinen Limmel. Hm. Ähm, wenn nächste Woche, äh, nach den, nach den Voting, äh, die drei Pokémon fertig sind. Ne? Dann, äh, überleg ich mir dann, äh, ein Random-Nest mehr auszusuchen, wo wir dann mehrere Shiny-Puppen. Deswegen musst du ja nicht, du musst ja nicht dreie machen, du machst einfach ne, statt dreie machst du nur zwei Rennen und ein Random zur Auswahl. Also, ein Random-Fest, das geht ja bloß darum, an welchem Tag soll der Random kommen. Ähm, das kann, kann der Voting entscheiden, eigentlich sogar. Ohne deine Max oder mit? Hm. Ich will immer ohne. Smart. Ich will auch sein ohne. Ihhh, du hast mich hops genommen. Ja, aber richtig, ne? Kannst du jetzt schön Bauchtrommeln. Deine Citroberry ist jetzt auch meine. Ah, du hast mich hops genommen. George. Fug, fug, fug. Fug, Fug. Fug, Fug. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was sie mit Fähigkeiten hat, ob es schwebt oder nicht. Unheimliche Flammen Du Schummler, du hast weil ich gerade gesprochen habe Hast du gewonnen Plan hier oder was? Noch nicht Oh, einfach gut nicht Oh, was ist das? Ah Deswegen hasse ich Einzelkampf, die ganze Zeit auswechseln, Dreck Wie meinst du auswechseln? Kannst du da immer switchen oder wie? Mhm Musst du mal den Pokémon wechseln, musst du halt predikten, was für ein Move der jetzt macht Das wie Schach Okay, Pach Schach mit Pach Okay, Pach Boah, das... was ist nicht... ach so ist ein Zorro-Arc, verdammte Scheiße Aber das hätte ich eigentlich schon als beim Delegator merken sollen Ich dachte so, hä, warum ist das nicht effektiv? Töte es Hops, ich hasse Zorro-Arc So war das cool Jetzt weißt du, warum ich ihr ein Ei gegeben hab Oh, ich glaub, Kälte ist ja auch schneller, ne? Ja Äh, kann schnell sein, ja Und wie viel hat er noch? Äh, er hat zwei jetzt verloren Mhm Ich hab eins verloren Mhm, das hab ich gesehen Und wie viel hast du? Zehn oder wie viel? Ja, er hat sechs Sechs, okay Ich hab das jetzt nicht aufgeholt Also, ansonsten kann man das nicht drauf Ja, ich hab's mit dem Das ist nicht mehr Ich hab das gemacht Ja, ich hab's mit dem Und wie viel hat sich Ich hab's mit dem Ja, ich hab's mit dem , was wir Es ist nicht mehr Oh, ich hab's mit dem Wie viele Pokémon gibt es eigentlich mittlerweile? 894. Ich war entwickelt. Ah, okay. Siehen die auch signifikant anders aus, oder? Ja. Das ist nur so... bisschen. Die sehen auch anders aus. Also willst du jetzt eine Vorentwicklung gegenüber der Endentwicklung, oder? Alle Pokémon insgesamt so. Nö, allgemein so von der Entwicklungsstufen. Die haben schon immer die Gemeinsamkeiten, farblich oder von... Also ich meine, so Glumanda, so Glutexo, die sehen schon ähnlich aus. Aber sie erinnern sich trotzdem so ein bisschen von der Erwachsensein, oder... Also von der Größe her wahrscheinlich ein bisschen. Ja, von der Größe her schon. Ohne Dynamax! Mange Dynamax hier. Ach so. Wie so, das letzte Pokémon, das ich gespielt habe, war Pokémon Gelb oder sowas. Oh, das klingt nicht gut in Edition. Ja, das war die letzte, die ich gespielt habe. Ziemlich gute Elitzen können, wenn man die ersten zwei Elitzen gehört hat, und wenn man die ersten drei Staffel bekommen hat. Ja, die hatte ich auch, die ersten beiden. Blau und Rot war das, ne? Ja, es gab ja nicht grün. Eine kam ja nie raus, wegen diesen binauralen Beats. Ja. Aber das haben sie mittlerweile schon in grün bearbeitet. Ah, okay. Das gibt's nur, das gab's nur in der Beta. Ah, okay. Ja, da gab's ja ziemlich, äh... Also in Japan, in Japan, äh, ist das tatsächlich überarbeitet worden. Äh, sie haben tatsächlich das Ganze mit dem System und mit der Musik, äh, total abgeändert. Also das ist nicht mehr zu hören, das war nur in der Beta. Wir haben damals Pokémon, äh, den Beta bekommen als Kassette, zum Testen für, äh, fürs Gameplay. Mhm. Und dann ist dann eben, hat das passiert. Ja. Weil viele, äh, weil, weil durch diese Signale, wo das ins Ohr aufgenommen wurde, da, da kam dann eben halt das rüber und dann, äh, haben, 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 waren da so viele Theorien, dass sich Kinder Selbstmord, äh, gemacht haben oder dass sie sich erhängt haben. Ja, also halt, äh, halt nur bei Kindern ist das halt großteils passiert. Ja. Bis, bis, bis in bestimmten Altersgruppe irgendwie. Ab einem bestimmten Punkt kann dein Gehirn das irgendwie anders verarbeiten. Wir haben das, wir haben diese binauralen Beats, haben ja für so ein Horrorgame halt benutzt, aber das kam nie raus. 55. 50. Mew, willst du geschenkt haben, x3? Ich kann das gar nicht machen. Du kannst damit richtig Horror hervorher, also, vorzaubern. Gerade mit dem Herzrhythmus und dem ganzen Shit. Richtig ziemlich interessant hier die Kammer-Money raus, haben sie auf Eis gelegt. Aber witzig gewesen. Mag ja so Horrorgames und so ein Scheiß. Hast du Pokémon, äh, Lost Silver mal gespielt? Nee, wie gesagt, Gelb war das Letzte, was ich gespielt hab. Schon lange her. Oh. Müsstest du das nochmal ein bisschen nach? Ja, ja, ich weiß nicht, Pokémon, ja, ist mir zu langsam, glaub ich. Ja, ich spiel andere Spiele meistens, äh, ich weiß nicht. Bin nicht so der runden, runden Typ. Hm. Ist halt nicht so Action-lastig. Ist halt eher so, ja, wie ein Schachspiel, so. Und du musst ja extrem viel wissen, was du dir teilweise aneignen musst. Ja, gut, das hast du ja in allen Games auf ne Art und Weise, ne? Ja, aber ich bin jetzt so, bei WoW zum Beispiel, legst du dir deine Klasse durch, das geht relativ schnell. Du musst auch nicht alle anderen Klassen kennen, um das Spiel irgendwie einigermaßen zu beherrschen. Beim PvP natürlich schon. Ja, mittlerweile ist es ja wie ein MOBA, selbst im PvP. Ich mein, was hast du im PvP für, für große, große Corruptions, die wir momentan benutzen? Das Gut Ripper. Yay. Und wenn sie das nicht schon genervt haben. Das ist irgendwas anderes jetzt wieder. Hab ich den hier schon längst erledigt? Wo kommt der in der ganze Zeit hierher? Was, schneller als ich? Boah, überlebt. Ich habe BDO gespielt. Yu-Gi-Oh habe ich auch schon gespielt, ja? BDO. Ach, BDO, Black Desert? Mhm. Ähm, nee, noch nie selber gespielt. Keine Lust. Das will ich jetzt gespielt. Okay. Auf jeden Fall, das ist witzig. Also nur mit Kollegen halt, mit mehreren Leuten. Wenn du halt so einen Clan hast und so, aber... Ich glaube halt, dass das auch ziemlich zeitintensiv ist, so. Oh, du hast jetzt einen Season-Server. Das ist eigentlich recht angenehm. Jetzt mittlerweile. Für Newcomer kannst du eigentlich ganz gut was machen, sonst hätte ich das auch nicht vorgeschlagen. Also wenn kein Season-Server da angewiesen wäre, äh, pfff, unmöglich. Außer du, ja, investierst viel Zeit. Aber da sind jetzt ein Season-Server oder so. Soll es nicht so viel Vorsprung, was die Leute haben. Das geht halt schief, die verdammten... Das sieht man auf seinem Screen irgendwo, wie viel er schon verloren hat. Ich habe jetzt richtig aufgepasst. Äh, unten rechts ist sein Picture. Aber sieht man nicht genau... Seine Ansicht. Wenn das Pokémon mal wechselt, dann kannst du es eventuell kurz mal erhaschen. Hm, let's see. Schwinde mit deinem Ableithieb. Der macht sich die ganze Zeit an mir voll. Kann ich aber nicht angehen hier. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das ist es zu wenig. Schnellen 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 14 15 15 15 15 15 15 16 15 20 15 15 15 16 15 Ich bin eh schneller. Ich bin deiner als für dich. Naja. War nice. Ich hätte gerne ein bisschen mehr mit meinem... Zen Long hat keinen Bock auf... Le Cryodon. Kann ich nicht haben, denn wenn die Fossilchen... Obwohl ich seit drei Tagen fast alles... Gute Spiel. War gut. Ich will Mew. Kriegst du doch. Der ist doch ja nicht so teuer, oder? Emma spart auch schon auf ihr Legendäres. Emma hat fast die 10k zusammen. Muss man den nicht fangen? Ne, unten in meinem Stream rennen noch die Pokémon rum. Mit dem Namen drüber. Und da kriegst du durch so Mini-Games, wie dieses Battle Royale, was wir gerade machen, verdienst du Poké-Coins. Und mit den Poké-Coins kannst du dir die Pokémon kaufen. Unterhalb von meinem Stream. Stream-Avatars. Kannst dir die Pokémon auswählen. Kannst Roulette spielen. Slot-Machines spielen. Kannst Duelle gegen andere Leute im Chat machen, um die Poké-Coins. Unterschiedliche Möglichkeiten. Es ist halt so ein bisschen, um Interaktivität drin zu kriegen. Was war, kriegt nur 50? Für Battle Royale kriegst du nur 50. Für Bosskampf kriegt ihr 100. Und auch für jede Stunde, die ihr da seid, oder Minute oder sowas, kriegt ihr halt auch irgendwie End-Coin. Ich weiß es auch nicht genau, wie das ist. Warum ist halt quasi noch nicht bei mir freigeschalten bei dir, Panik? Was? Ist das noch nicht freigeschalten? Ne, musste man machen. Das gibt's, glaube ich, auch ja nicht, oder? Doch. Doch? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Bullglock ist mein Zeuge. Habe ich das schon runtergedingt so? Ich sehe Quasa, buy for 10.000 Poké-Dollar. Warum ist denn hier im Browser? Das wollen wir nachher nicht Tipi-Stream hier, weil wir ja nicht einen haben. So. Jetzt geht er wieder runter. Alter. Jetzt geht er. Ich muss ja mal gucken jetzt kurz. Ich geh mal kurz nach Raik-Vasa gucke, ob das schon... Gleich wieder hier. Streamer-Wagnas. Streamer-Wagnas meine ich. Schenk mal ein Ditto. Er sucht das jetzt auf der Straße. Ja, ich guck da mal kurz. Moment. Er sucht das auf der Straße. Hehe. Also er sucht drei Quasa. Er geht einfach jetzt rauchen. Guck mal. Der Welt ist offen. Der Mixer hat uns hops genommen. Ja, wie krieg ich das unten eingeblendet? Ah, sick as fuck. Leute, während Planet nicht da ist, ihr könnt ja auch dem Bulk-Dog folgen, meinem Bulk. Ja. Bester Streamer eben. Bester Pokémon Ghost Streamer. Ah, krampf, krampf, krampf. Scheiße. Ah, ah. Jungen, das ist ein Krampf. Ich hasse das. Muss wieder was anders aus. Das klappt. Boah, Junge. Nervt mich. Nervt mich. Warte mal, was ist denn jetzt da schwarz? Ach, der wollte, dass man mein Spiel sieht, der Lümmel. Warte, dann mach ich das weiter. Ach, Pläni. Der Pläni. Planloser. Der Lümmel. So, das Spiel war dann ja. Hallo Leute, hier ist Pläni der Lümmel und ich zeig euch ein bisschen mehr, wie man spielt. Also, wie wir hier sehen, gehen wir gerade durch die Naturzone. Ein bisschen links und rechts und oben und unten. Ja, jetzt hat es angefangen zu regnen. Da muss man aufpassen. Da ist nach dem Pokémon kein Regenschirm. Leider hier nass. Das kann passieren, aber es ist nicht so schlimm. Ich glaube ein bisschen hier im Slalom, wie man das in der Fahrrad-AG in der Schule gelernt hat. Ich könnte noch den B-Knopf drücken. Dann fahren wir noch schneller, wie Schmitz Katze. Okkupiert. Parade ist offen. Hoppla! Und da stößt man gegen ein Gardewoore. Ein Gardewoore. Typus Psycho-Fee. Kachba-Pokémon. Attacke von der Chinesen. Kachba. Oh! Oh! das kann passieren machen wir mal hier ein raid was ist da drinnen ein sabayone was kann das es kann sammeln wollen wir gucken wie es sabbat ja mal schauen also wir müssen erst mal uns online verbinden es könnte sein dass es noch ein shiny denn ist das wissen wir aber noch nicht bei mir ist das alles spiegel verkehrt glaubst du mir am stream auch oh nein scheini ist vorbei schauen was drin ist die leute denken es ist entscheidend wenn sie wissen dass ich sie alle hops genommen haben wir hier sehen könnte spielt und was haben wir hier drinnen und es ist ein normales kein shiny haha ich wurde tops genommen für alle die gedacht haben es ist ein shiny und doch nicht folgt balkan display klicken wir auf kampf wir machen natürlich in deiner max und machen in deiner gift schwall weil dann schwallt das gift ich war gerade noch mal unten da bin gerade kein raiquaza ist weg egal ist nicht schlimm hä wie du warst unten du warst jetzt im keller ein raiquaza gesucht oder was na klar er war rauchen und will sein versprechen nicht einlösen aha was für ein versprechen ich kann euch doch keine stream avatars hier wenn ich eben hier bin dann wollen wir es alle haben dann versprichst du doch nicht dann versprichst du doch nicht dann versprichst du doch nicht by the way ich hab bisschen werbung gemacht hier für bulgdorf und na ist doch richtig ich hab gesagt wenn wir in pokemon go gucken wollen dann auf jeden fall auch mal bei bulgi wie jetzt willst du mir raiquaza schicken nice nein ich krieg raiquaza ich hab was dafür getan aber er hat es glaube ich vergessen was war das denn nochmal es war eigentlich sogar richtig billig aber du hast gesagt du machst es also es war folgendes du wolltest rauchen und ich hab eingelöst du darfst halbe Stunde nicht rauchen und so ne ich mach trotzdem was dann würde ich das raiquaza hier kriegen im stream und du hast gesagt ok machen wir bulgdorf ist mein zeuge wenn ich lüge soll mich der blitz treffen wenn ich lüge soll mich der blitz treffen wirklich gesagt tani oh das boah das war aber hier ein teures rauchen hier für 10.000 pokecoins ja das hab ich nicht entschieden das hast du gesagt und deswegen lauf ich da ja hinterher da lauf ich hinterher das ist doch aber viel schöner wenn du das dann zusammensparst und dann hat es auch Bedeutung nö wenn ich das dann hätte ich jetzt ein raiquaza und dann noch einen lukia holen aber du kannst mir lukia geben dann spare ich für raiquaza geht auch können wir mal einen bestandscheck machen ehm, das wird keiner lukia 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 Losgehen ist am Start. Losgehen in Battle Royale. Oh, okay, mache ich klar hier. Jetzt habe ich ein Schabayone. So, ich werde auch demnächst mal wieder eine andere Denm machen, eine Schein-Den, aber heute nicht mehr. Mach gucken, streamst du noch DMK? Was? Was streamst du noch? Wir streamen, ich spiele. Ja, ich meine, streamst du Raids. Posten. Posten, ja. Immer noch. Okay, ich fange jetzt einen Reolo. Kannst mehr oder? Ja, eins reicht. Ich habe jetzt vor demnächst einen Schein-Living-Dex zu machen. Wäre denn irgendjemand bei Black Desert so dabei? Boah, ich habe Black Desert. Du hast Black Desert? Das ist halt auch ein Zeitfresser, ähnlich wie WoW, aber... Was? Nee. Nicht die Universe Online-Spiele. Nicht so krass? Schlimmer. Schlimmer, ja, ja. WoW ist ja. Leoweda, das ist ja kein Zeitfresser. Ich gehe jetzt erst mal auf den Klo. Man kann es aber im Leow auch übertreiben, finde ich. Es ist so, so krass Zeitfresser, finde ich jetzt nicht. Ich meine, du hast echt viel, also, großteils hast du fast alles gesehen, wenn du, ne? Also, das heißt, das Contents einmal gemacht hast. Ich meine, alles am Ende ist ja nur Rinse and Repeat. Und schauen, ob das halt, die Mystics sind halt dann interessant. Aber das war es dann auch schon wieder. Ich meine, es bleibt ja noch in der Open World da irgendwie. Ja. Aber wenn ich das schon daran denke, dass du mit diesen komischen Steinen, wo du deine Inventor, also deine Items upgraden kannst, und dann können die auch wieder auch downgrade kommen, wenn du Pech hast und so. Boah, das soll ich so farben. Nee, du wirst Pech haben, dass du es nicht können, sondern du wirst Pech haben, dass du es schon 100% sicher. Mhm. Oder der wird einfach ein Item, also Schmuck platzt dir halt weg, ne? Der geht ganz am Arsch. Aber das ist halt auch der Vorteil, damit machst du halt auch Kohle in dem Game, ne? Also, du kannst es halt so machen, dass du immer ein Backup-Gear hast und abst halt immer nur mit dem Backup-Gear, bis es halt höher ist. Und wenn das höher ist, verkaufst du dann anderen Shit, das alte, dann hast du wieder deine Kohle drin und dann kannst du weitermachen. Hast gewonnen, Planität nicht. Okay, 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 ich mach nochmal. Das ist halt so ein Gambling-Bisschen. Solltest halt nicht mit dem appen, was halt gerade oben ist, sozusagen, sondern mit einem Effekt was Neuem anfangen und das dann hochkriegen und dann das alte für die nächste Stufe verwenden oder verkaufen. Ja. Und wenn ich das nur immer die Woche oder so spiele, da kommst du überhaupt nicht voran. Nee. Da kommst du nicht voran. Das musst du dann schon richtig, ja. Scream. Ja. Richtig jeden Tag. Ich glaube, das sieht jetzt richtig geil aus. Plani, kannst du gleich mal ganz kurz in den Discord reingucken? Das wäre jetzt wahrscheinlich so Final Version. Ich bin auch oben ohne für dich. Nein. Du sollst es ja nicht im Stream zeigen, du sollst nochmal kurz gucken. Ja, mach doch dein Bildschirm übertragen an, dann können wir es uns alle angucken. Ja. Habe ich gerade. Zeig dein Limit. Ich bin bis zum 3. Das sieht doch schick aus. Gut. Den Pokémon da unten. Das sind halt die, die gerade gehuntet werden im Endeffekt. Mhm. Ich dachte halt, das ist zu viel, deswegen habe ich halt, ne, dachte ich halt so. Aber ich glaube, das ist okay mit denen, oder? Ja. Die kann ich dann auch noch bearbeiten halt, ne. Die habe ich mir halt extra abgespeichert. Und da oben, da oben habe ich mal eine Liste. Läuft da schön durch. Alles CI-konform, schön Farben einheitlich. Oh. Ja, das gefällt dir ja. Vielleicht könntest du jetzt mal noch irgendwie, da wo die, wo dein Ding eingeblendet wird, deine Alerts, ich weiß nicht, ob der so transparent bleiben soll, oder ob du das vielleicht auch in dem Grau machst, wie bei dem oberen rechten Fenster, dass du das gleiche Grau hast. Ja, du meinst das so, dass das Bild hinten so gleich ist? Na, dass halt einfach die graue Farbe dahinter ist. Dass doch das Grau wieder, wieder kehrt. Und das sieht so ein bisschen nach einem Fehler aus, als wenn du so durchgucken kannst durch den kleinen Rahmen, wo deine Alerts sind. Ja, das hat ich mir auch, aber mir ist halt echt nichts Gutes eingefallen halt, ne. Das ist einfach das Grau, was da rechts, bei dem rechten Fenster ist. Ja. Great is off, meine Lieben, Freunde. Meine Lieben. Nee, sonst, gefällt mir schon. Ja? Cool. Es sieht auch viel besser aus wie ein altes. Ja. Balkan, was sagst du? Balkan. Sieht sexy aus. Ja, so ist da hingerotzt. Ja, das sieht halt schön. Wenn du jetzt noch so eine animierte Flamme vielleicht hättest, dass der Grau dann irgendwie alle zwei Minuten mal die Flamme spucken würde, fände ich auch schön. Das wäre geil, aber sowas kann ich halt nicht. Könnte ich dir machen. Kannst du sowas, Plani? Klar. Aber das wäre richtig nice von dir. Nebe ich dir... Das ist auch, glaube ich, recht schön gemacht. Kannst du nicht einfach ein Gift nehmen? Kannst du ein Gift nehmen, ja. Ja, aber es muss natürlich dann auch mit dem Style und sowas sein, ne? Genau. Das muss aber angepasst werden. Ja. Kannst du nicht einfach so rauskopieren. Ich hab da aber so ein paar Feuer, ähm, Flash FX, so Flash FX Animationen, die ich dann in die Farben bringen kann, auch mit dem Schein drumherum, so wie das bei dem Graudern ist. Und dann spiel ich dir das als ein kleines Video. Also bei GIF hast du immer das Problem, dass du halt die Farben sehr reduzieren musst. Und deswegen werde ich dir das als Alpha-Kanal-Video machen, dass du da eine Transparenz hast. Und dann kannst du da ein Video einfach drüberlegen. Oder hinter das Graudern, wie du das hast. Und das mache ich dir dann einfach als Video-Loop. Das ist noch Rot und kein Mund. Dann mache ich dir ein Video von einer Minute oder sowas. Und in einer Minute spuckt der immer Feuer. Und das läuft in deinem... Ja, ich würde alle fünf Minuten oder so. Boah, das ist auch ein Fünf-Minuten-Video. Oder du kannst es vielleicht auch einstellen, dass ich dir wirklich bloß ein Drei-Sekunden-Video gebe. Wie die Flamme halt immer spuckt, drei Sekunden lang oder so. Und dann musst du es halt irgendwie über Streamlabs einstellen, dass dieses Ding nur alle fünf Minuten geladen wird. Das geht vielleicht auch irgendwie. Ja, muss man mal gucken. Ja, wie gesagt, Hauptsache ich habe das Ding schon mal. Aber ansonsten, ich bin da auch eigentlich recht zufrieden, jetzt wie das so geendet ist. Auf jeden Fall viel besser, wie man... Im Hintergrund könnte ich dir auch als Video machen, dass die Lava so ein bisschen glowt. Dass die immer so ein bisschen leuchtet. Ja, das ist ja auch mega. Da würde ich einfach nur... Willst du meine Fledermäuse animieren? Könnte ich auch animieren, ja. Natürlich, das wäre aber viel Arbeit. Obwohl das vielleicht... Oh, ne, ist nicht viel Arbeit. Ich meine... Das geht nicht recht zügig, du musst noch wissen, was geht. Ich meine, ich bräuchte eigentlich bloß eine Fledermaus. Und die Fledermaus mache ich als Partikelsystem. Und dann lasse ich das Partikelsystem dann dadurch flattern. Relativ langsam. Es soll halt nicht stressig wirken. Das muss man halt gucken. Ich bin da echt zufrieden mit... Aber du hast recht, halt das Fenster. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich da machen könnte. Wenn ich das in dem wiederkehrenden Grauton... Hm, so, dass du halt die Elemente wiederholst. Ja. Nicht aufwendig. Aber so, wenn es jetzt transparent ist und da gar nichts drin ist, sieht es eher nach einem Fehler aus, so. Ja, das ist so halt... Ich wollte jetzt nicht irgendwas reinmachen. Ich wollte eigentlich am coolsten, wäre so, aus der Flamme raus. Aber das habe ich auch nicht irgendwie hingekriegt, sodass das wirklich gut aussieht. Dass dann der Alert in der Flamme kommt. Aber das ist halt nichts. Sieht kacke aus. Können wir nicht machen. Das Ding ist halt, oder das Doofe ist halt, dass halt ein Alert... Und dann kommt, wenn halt einer halt was macht. Also, das heißt, weil normalerweise muss das ja nicht immer aktiv sein. Also, das ist ja nicht immer aktiv. Wenn das jetzt immer aktiv wäre, dass dann das Bild bleiben würde von dem letzten... Dann wäre das was anderes. Dann wäre da immer irgendwas drin. Aber ich wollte halt... Ich finde das halt echt immer doof bei allen Interfaces generell. Die meisten haben halt einfach... Also, haben eigentlich alle halt kein Frame da drum. Und das sieht dann immer so... Ach, shit. Wir wollten nicht gekonnt aus. Irgendwie so, da ist was und da ist was. Und dann kommt das so mitten im Bildschirm einfach hier irgendwo so... Das ist so gar nicht meins. Eieieiei. Da haben ja auch viele nicht Photoshop und... Und wenn... Wissen sie auch nicht so richtig, wie damit umzugehen ist. Hm. Naja. Du brauchst ja zum Teil gar nicht wirklich Photoshop für... Du musst auch Gimp nehmen, ist auch fast gleiche. Du musst auch Gimp nehmen, ja. Ja, stimmt. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt nur so Rahmen ziehen möchtest, kannst du auch mit Paint sogar machen. Kannst du auch mit Paint, ja. Weil die meisten sind nicht anspruchsvoll halt so. Aber ja, das ist dann halt auch schnell, dass die dann unterschiedliche Rahmenstärken haben oder sowas bei Paint. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber das ist dann halt eine wenige Variante. Und nutzen immer noch recht viele meiner Meinung nach. Habe ich Paint über... Ja, hat man das? Ich glaube, das ist standardmäßig bei Windows so. What the fuck? Das ist ja jetzt 3D-Paint. Das ist so ja jetzt bei Windows mit drin, ne? Das guck ich mir mal an. Kannst du so ja 3D zeichnen. Aha. Neu. Kann man da 3D machen? Okay. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich habe es bloß mal bei Schnitze gesehen, wie der da rumgemacht hat. Ich so, was ist das denn? Wie ist das? Du hast eine Kackfläche. So ein Plane, auf der du malen kannst. Yeah. Willst du mal deinen Bildschirm scheren, Luki? Zeichne mal was. Was? Einfach mal irgendwas zeichnen in so einem Stream jetzt hier. Nee. Nee? Das geht nicht auf Knappdruck. Nee, nee. Doch, das geht schon auf Knappdruck. Doch, das geht schon auf Knappdruck. Doch, das geht schon auf Knappdruck. Aber was denkst du? Wenn Luki hier loszeichnet, der kann hier in 2 Minuten zeichnen, der klappt hier in der Kinnladung oder? Ich weiß nicht, ich kann nicht aus den Mexikanern. Ich kann so einen Tag schon irgendeinen Scheiß machen. Ja, du siehst so aus wie ein kleiner Mexikaner. Wegen dem Unterbart und so. Was für ein Mann? Unterbart und ein Schnauzer. Ich mache jetzt auf Enrique. Nein, der kennt mich schon. Aber ich... Nein, aber ich meinte so allgemein. Ich bin der Bruder von Enrique. Du bist Pablo Escobar. Balkan, wo ist dein... Alten Leben, ja. X3 hat bald sein Ditto. Nein, also Ditto kostet ja auch echt nicht viel, X3. Ich verstehe den Sinn nicht so ganz von diesem 3D-Ansicht. Ich auch nicht. Jetzt hat keiner mehr seinen Bildschirm geshared. Keine Videos hier. Das ist aber eigentlich ganz witzig. Wenn du halt keine anderen 3D-Tools hast, kann man schon... Aber wirklich OBJs oder sowas exportieren oder sowas jetzt halt glaube ich auch nicht. Also... Also... Bitte, Menü, Speichern unter, 3D-Modell. Echt? Du meinst ein 3D-Modell? Doch, FPX gilt. FPX gilt? FPX. Ah, okay. FPX gilt. Modell. Aber für was entwickeln sie den Scheiß? Ich mein, es gibt Blender. Das ist umsonst. Was ist, what the fuck? Aber mit Blender, da musst du erstmal mit klarkommen. Wenn du keine Ahnung hast, ich glaube, da ist das benutzerfreundlicher. Aber du kriegst halt auch nichts, die Scheiße ist damit, die Backen so, ne? Ja, ich mein, für Blender hast du jedes Tutorial online. Das ist alles free. Du musst nichts für bezahlen. Klickst auf YouTube und Basic Tutorial hast du dann 20 Minuten drin. Und dann musst du dir halt den Rest noch aneignen. Und wenn du nicht weißt, wie Cloth oder so funktioniert, dann mittlerweile funktioniert ja auch alles, ne? Das ist ja halt so, dass früher halt nicht alles funktioniert hat. Und jetzt geht halt alles. So ein Cloth-Brush, du kannst auch Cloth-Simulations noch mit dem Brush drüber gehen, um es so ein bisschen anzupassen, wenn du Bock drauf hast. Bei 2.9er Version, die ist ja sowas von sick. Vorher haben wir jetzt auch mit den neuen NVIDIA-Card, mit der RTX, da ist Rendering einfach nur ein Pipifax geworden. Schlafgut X3. Das ist ein herrliches Programm mittlerweile. Ist die Torge. Kann ich auf jeden Fall nur bestätigen. Ich arbeite fast zu 90% noch im Blender. Ich glaube 10% von dem, was ich mache, ist nur Photoshop. Das wird gerade langweilig. Was? Gegen jemand ist langweilig. Ah ja, 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 ja. Reden Sie weiter, ich finde es interessant. Ja, keine Ahnung. Der Ende ist ein tolles Tool, kannst halt alles drin machen. Musst halt keine 2.000 Euro Lizenzen bezahlen. Die, die jedes Jahr bezahlen muss dann am Ende, weil, ja, sie es können. Ja. Scheiß Maxon. Ja, oder Autodesk. Autodesk. Krebs. Äh. Am Anfang haben die ja, wo ich am Anfang gearbeitet habe, die haben ja am Anfang immer 3DS Max-Dateien geschickt. Alter, ich dachte, was zum Fick wollt ihr damit? Dann habe ich gesagt, ey, ich schicke mir OBJs, bis sie das erstmal geblickt haben. Absolut, dass du wenigstens in jedem Programm arbeiten kannst. Nicht, dass sie dir irgendwas aufzwingen, ne? Du musst jetzt mit Maya oder 3DS Max arbeiten. Hm, das ist falsch. Vor allem würde ich es nicht mal wollen, wenn ich es hätte. Ich hatte es ja mal, aber ich bin ja freiwillig davon weg, weil es halt einfach nicht wirklich innovativ ist. Du kannst halt zu wenig drin machen. Hm. Wo ist dein Screen? Wo ist dein Screen? Wo ist dein Screen? Weil gar nicht. Was denn? Dein Screen ist nicht mehr da. Ah, warte, guck mal. Ich kann gleich mal am Bildschirm. Ich kann ja auch nicht mehr Skype oder so. Ich weiß. Ja, aber bei Spielern, ich bin ein anderes Problem. Was, mit ZBrush benutzt du das noch viel? Ne, gar nicht. Auch Blender. Ich Skype alles Blender mittlerweile. Weil, ich will, ZBrush hat halt den Nachteil, es ist halt schon noch irgendwie ein bisschen squishy, wenn du so Formen aufträgst und das ganze Interface, das ist schon angenehm beim Blender. Vor allem, ich kann halt hier direkt Rendern drin. Ich meine, das ist ja der größte Abfuck, ist, wenn du das eine, das 3D-Tool zweifelig brauchst, sozusagen. Eines zum Rendern und eines zum Bauen. Ja, Mann. Ich will das direkt sehen, weißt du, ich will Knack draufdrücken und dann ist es halt so, wie es ist. Und dann muss ich nicht nochmal am Ende noch was umstellen und einstellen. Und dann sieht es doch anders aus wie da und uff. Ne, das ist mir nix. Glaube ich, ja. Und bei ZBrush hast du ja auch übelst High-Poly alles, ne? Ja gut, aber du kannst ja auch mittlerweile die ganzen Remesh-Funktionen sind ja so einfach, dass du sie auch recht Low-Poly bekommst am Ende. Ich meine, Decimation und das ganze Zeug. Aber das kannst du auch alles in Blender mittlerweile. Du hast halt auch Dynamesh, du kannst ja auch Mega-High-Poly in Blender gehen. Also das ist halt einfach nur eine Frage der Hardware am Ende. Also mittlerweile, also zum Beispiel, kennst du F-Spy? F-Spy? Ne, habe ich zum ersten Mal. Ja, aber dann, das ist das Erste, was du dir runterlädst und installierst, wenn du das nicht machst, kriegst du von mir auch auf, weil du irgendwann herkommst. F-Spy, ja? Ja, das ist so wichtig. Das ist so gerade für dich ist das wahrscheinlich richtig wichtig. Okay, was kann ich ja machen? Wenn du mit Filmen und sowas arbeiten, naja, du kannst halt im Endeffekt, du berechnest die Perspektive, das Programm berechnet die Perspektive aus dem Bild in die Kamera-Lens rein. Das heißt, du hast das Bild, ziehst du dir dann in den Blender und hast es dann halt in die Kamera sozusagen gemappt. Und wenn du zum Beispiel ein 3D-Objekt baust, ist es halt direkt in der Perspektive. Das heißt, du kannst einfach den Würfel reinlegen und drehst ihn in die Richtung von dem Objekt und dann machst du einen Unwrap aus der Perspektive raus, direkt aus der Kamera, aus der View und dann ist die Textur direkt drauf gemappt. Du kannst rein theoretisch den ganzen Raum nachbauen, nur mit halt so simplen Objekten und dann kannst du Kamerafahrten durchmachen. Dadurch, dass du eine Kamerafahrt hast und eh eine Geschwindigkeit, nimmst du die Sachen, die ja da links und rechts sind ja eh nicht so extrem krass war und dadurch hast du eine perfekte Kameraprojektion von dem Bild. Also das ist sowas von nice. Ich habe mir das vor zwei Wurten runtergeladen und seitdem arbeite ich fast nur noch damit. Also wenn ich irgendwelche Realisten scheiß machen muss, irgendwelche Kackzylinder oder irgendwelche Ventilatoren, Google, let's go und dann F-Spy Perspektive kurz einstellen, Blender reinladen und hast du fünf Minuten, hast du ein Modell fertig. Das muss ich mir mal angucken. Das ist halt echt super. Ah, ich schicke dir einen Link. Wichtig. Wo ist denn jetzt Balkan und Bulky hin? Das ist ein Spy-Tutorial hier. Ja, genau. Das ist doch ganz kaputt. Ja, ja, ist jetzt... Das ist jetzt nicht nur eins, ich wollte bloß... Ja, hast du halt mal angucken, wie es halt aufgebaut ist. Mhm. Und das ist halt im Grunde, kannst du halt einfach einen Würfel reinziehen und er steht dann halt so, wie er steht, in der Perspektive richtig. Normalerweise musst du ja eben die Kamera noch reinstellen, auf den Winkel, damit alles stimmt. Und somit hast du halt alles ausgerechnet. Das ist halt... Im Blender mache ich jetzt nicht viel mit Kamerafarben und so. Meistens mache ich mir nur so OBJ-Sequenzen, die ich mir dann ins Element reinhole oder so. Ja. Aber ich mache ja auch nicht so komplexe Szenen. Ja, so komplex ist es dann halt dadurch auch nicht mehr. Es ist halt echt wirklich... Die Szene, die du da gebaut hast, das machst du ungefähr 10 Minuten ungefähr. Mhm. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. E-Bimms King. Ja, moin. Es sind halt auch nur Planes am Ende, ne? Eigentlich, wenn du das mal so nimmst. E-Bimms King ist noch neu, ne? E-Bimms King hat noch kein Pokémon. Oder? Verwechsele ich was? Hast du schon ein Pokémon Kings? Doch. Okay. Welches war denn das? Wollen wir mal durchgucken. Erinnerst du dich? Ich habe noch keine Eselsbrücke, um mir dein Pokémon zu merken. Ein Flammara. Okay. Was bringt dich denn so spät noch ins Stream, King? Kannst du nicht schlafen? Hm, da ist ein Flammara. Rolex. Ah, jetzt. Alles klar. Mann. Warum heißt es denn nicht hier Rolex? Mann. Nosekin ist aber auch nicht am Start. Jedenfalls schreibt der nicht. Und Bulky schreibt auch nicht. Dann trainier mal halt Rolex ein bisschen. Ging nicht. Ach, ein Jammer. Verdammter Jammer. Was treibst du so Rolex? Willst du noch ins Discord kommen? Yo. Erst rein. Oh, kein Eishieb mehr. Balkan muss ins Poké Center. Hast du Dying Light, Luki? Dying Light habe ich nicht, nein. Hm. Zweite hätte ich gerne. Der ist ja schon raus. Nee. Kommt erst noch. Ja. Ja, den würde ich mir dann auch holen. Das ist halt ein schönes Spiel, was du halt Koop-mäßig durchspielen kannst. Und Falex würde auch mitspielen. Wäre natürlich schön. Dying Light hole ich mir auf jeden Fall den Zweiten. Auf jeden Fall. Du hast noch nicht den Link, ne? Einfach hier DC in Schritt schreiben. Und dann hier. Und dann hier. Du hast den Link. Und dann hier. Du hast den Link. Erst machen wir streamen so. Momentan spiele ich am Horror-Tag. Dann kriege ich nur über VPN, die Scheiße. Ich habe kein Exit. Ja, es ist immer noch gebannt in Deutschland. Ach, ehrlich? Mhm. Das kann ich mir also auf Steam gar nicht kaufen. Nee, nee. Du brauchst, wenn du Exit-Lag oder so benutzt, kannst du es vielleicht kaufen. Aha. Wusstest du gar nicht, dass das so kompliziert jetzt ist? Ja, es ist schon lange gebannt in Deutschland. Deswegen. Darf man das denn überhaupt streamen, wenn das gebannt ist? Oh, moin. Weiß gar nicht. Gute Frage. Hey, Rolex. Es ist ja nur in Deutschland gebannt. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie krass Twitch da das überwacht wird. Kein Plan an. Jo. Was sagst, Rolex? Ich bin auf der Arbeitsnummer eingestellt. Gut, okay. Dann gehe ich solo. Brauche einen Vater. Wo? Das wird bei euch? Jo. Immer doch. Lang nix gehört. Was zockst du denn gerade so, Rolex? Noch am Fortnite-en. Jaja, ein bisschen flexen. Neue Season habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber es ist auch irgendwie... Echt wie? Eine komplette Marvel-Season-Digger. Schon gesehen. Der Level-100er-Skin ist Iron Man. Mhm. Und da gibt's noch Storm, Dr. Doom, Mystic. Ah, hab ich schon alle gesehen. Mein Cousin hat sich schon alle gezeigt. Die hat auch so einen integrierten Emote, diese Mystic. Wenn du, wenn ein Kid, zum Beispiel ein OG-Gutuber, kannst du den... Wenn den Kid, kannst du den Emote... In seiner Form annehmen. In seiner Form annehmen. Genau, und dann hast du für die Runde sozusagen... Hab ich schon so über den Loading-Screen gesehen. So geil, Digga. Da hast du ja irgendwie einen Loading-Screen-Farbbomber oder sowas im Skin angenommen, ne? Ne, das nicht. Farbbomber war... Erschöpft, sag ich jetzt mal, fast tot. Und da kam Gegner und sie hat sich dann sozusagen in ihrer eigenen Gestalt in der Ecke versteckt, sag ich jetzt. Aber er könnte so... Ich dachte eigentlich, die steht da so an der Ecke und der Farbbomber sitzt da so am Boden. Und gerade wenn du auf ihre Hände achtest, siehst du, dass sie sich gerade in den Farbbomber transformiert. Weil ja halt der Ärmel auch so ist wie beim Farbbomber. Aber... Warte, Schöpft. Ich muss das suchen. So wichtig ist das auch nicht. Schlaf gut, Eggie. Wir machen halt auch Balle aus hier. Und nicht mehr los. Echt? Schon? Ja, ich hab jetzt nur noch grad dich hier und Balkan im Team. Ich kann natürlich jetzt noch ein bisschen leveln. Reicht doch. Ja, Rolex ist am Stüssel. Mach doch. Mehr brauchst du nicht. Ja, da hängt leider fast über VPN. Das muss ich mir mal angucken. Also momentan spiele ich ja eben noch Resident Evil 7 mit VR-Brille nochmal durch auf Irrenhaus. Und wenn ich das dann durch habe, dann hab ich halt gedacht, dass man dann mal Dying Light angehen könnte. Wäre natürlich geil, wenn man dann auch vier Leute hat, also drei Leute, die dann mitzocken können. Was? War das nicht so, dass bei Dying Light, äh, wenn du bestimmte Menschen getötet hast, dass sich, äh, irgendwie, äh, 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 und wenn man dann auch im Feld sich geändert hat? Und die Startup oder so? Weiß nicht. Ob es wie gesagt nicht gespielt. Ich bin jetzt auch nicht so hundertprozentig, sicher. Ich finde den Loading Screen gerade nicht. Warte. Muss es doch einen Bettepass geben, oder? Ich hab den doch schon gesehen. Hm. Ja, da will man einmal in der scheiß... ...Existenz von Fortnite, sozusagen, ...Seid es dem Scheiß... ...jibt. Und scheiß nur den Screen nochmal, wie du heute ansehen. Und dann findest du den Scheiß nicht mal. Ja, normal. Bei 10.000 Stück, die du da jetzt hast, ne? Also, vier sind so. Naja. War jetzt auch nur hyperbel. Also. Aber es sind viele. Ey, ich hab's doch da. Da war's doch. Hast du das? Warte. Wird's dein Bildschirm übertragen? Nee. Nicht? Dann wird man's alle sehen im Stream. Oh nee, warte. Oh nee. Ich weiß nicht, wie du did. Na, im Discord auf Bildschirmübertragung unten links klicken. Du willst schon... ...äh... ...Handy so, weißt du? Achso, du bist mit Handy im Discord. Das geht natürlich nicht. Nee. Jetzt wissen sie Kamera anmachen, aber... ...das muss ja ja auch nicht sein, dass du mit dem Bildschirm abfilmst. Ah ja, die verwandelt sich vor dem Ding. Oder? Die Farbbomber will sie sich gerade verwandeln. Jaja, die ganze rechte Seite von uns ausgesehen ist schon ein Farbbomber. Ich hab's bloß jetzt am Wochenende bei meinem Cousin gesehen. Der hat halt ein bisschen gespielt. Ich hab eh mal mit Controller gespielt. Ich war so lost. Lost war ich noch nie. Da unten ist irgendwas mit... ...A, F, R... ...C, H, A, N... ...2020. Mhm. Steht da unten. In der Ecke. Ich hab keinen Bock mehr auf Pokemon jetzt hier. Ich hab ihn noch trainiert für heute. Machst du voll zu feiern? Ja, ich kann noch ein bisschen quatschen hier im Discord. Nein, du bist... Kommt, Fortnite! Ich werd's ja mal wieder, aber mein PC trottelt bei Fortnite und alle 2-3 Minuten fängt es uns an zu lenken und ich dropp irgendwie über 15 FPS runter. Da hab ich keinen Bock drauf. Meine kleine Frage. Hast du das auf Epic Games zufällig gespeichert, also die ganzen Kontodaten? Die Kontodaten? Ja, es gibt ja doch epicgames.de. Da gibt's ja diesen Account und dann müsste man sich ja doch registrieren, oder? Ja. Ja. Wenn du es, glaub ich, mit der PS4 verknüpfst, dann müsstest du, glaub ich, deine Speicherdaten behalten. Ach so, ja, gut. Aber auf der PS4 spielen. Ich mein, da würde das auf jeden Fall nicht trotteln. Das würde hier hin. Ja. Oder auf der Switch wird er auch... Hier ist ja noch ein Pokémon-Streamer. Irgendwoher kommt er mir bekannt vor. Haben wir schon mal mit denen gezockt, oder? Ah, Bray. Gipi. Ich hab ein gutes Karamalz, frisch aus dem Kühlschrank. Okay. Ich liebe das Zeug. Karamalz ist ekehaft. Ja, ich liebe das Zeug. Ich fühl das auch geil. Ah, Karamalz, wie süchtig nach dem Scheiß. Ja, ich liebe ordentliches Bier. Ja, ich liebe kein Alkohol. Wir gucken jetzt zu einem anderen Pokémon-Streamer. Sagen wir mal. Lass Liebe da und ein bisschen Mist. Ja, gleich mal im Jahr Alkohol, glaub ich, oder so. Danke an alle fürs Zuschauen. Ja, Karamalz riecht nach Katzenfutter. Lass mich mal kurz abmoderieren hier. Danke an alle fürs Zuschauen. Morgen ist Mittwoch, RPG-Tag. Wir spielen Dragon Ball Z Kakarot. Und anschließend, wenn meine Capture-Card wieder so rumspinnen sollte wie letzte Woche, dann wahrscheinlich wieder früher ein bisschen WoW. Mal gucken. Und ja, morgen 21 Uhr. Haut alle rein. Schlaft alle schön. Und wir raiden jetzt, äh, Kang-Goo-Mon. Alles klar. Ich wünsche euch was. Das ist jüri, alter Kang-Goo-Mon. Der hört sich an wie ein halbes Digimon. Boah. Oh, der spricht so Englisch. Was ist denn hier los? Ich habe es nicht gesehen. Dann. Ich gehe zu Hause. Okay, lass uns nur einen Kugel holen. Der will gerade schlafen hier. Das geht ja wohl gar nicht. Oh, der ist nicht hier. Oh, mein Gott. Don't be so cute. What the fuck? Oh, und der hat ein Persona 5. Oh, fuck my life. Oh, wait, wait, wait. Landless TV. Oder TV. Thanks for your raids. But I just wanted to go to sleep, you know. But I really appreciate it. Genshin Impact wirst du dir wahrscheinlich auch angucken, oder? Da die. Genshin, was? Genshin Impact? Hm, habe ich noch nicht gehört? Äh, 28. September kommt es raus. Das ist doch auch in deinem Stil, so ein bisschen. Ich werde mich auch reinziehen. Shut up. Shut up. Untertitelung des ZDF, 2020